Aster, so, alles klar. Aster. Was geht? Ich habe noch nie deine Stimme außerhalb von dem Server gehört. Ist mir aufgefallen, ich deine auch nicht. Ach so, das Stream halt oder so, aber jetzt nicht persönlich. Okay. Wir reden ja mit den besten Spielen Deutschlands heute. Bitte sag das nicht, ey. Ihr macht direkt auf Krampf erstmal deinem Cutter noch bei WhatsApp schreiben. Ja, am besten direkt. Kann jemand mal ein Timestamp machen? Timestamp bitte. Für den Cutter. Danke. Sag, ich stelle dir die gleiche Frage, die ich Karl gestellt habe. Ihr könnt übrigens eure Streams dann machen, wenn ihr wollt. I don't give a fuck. Wenn ihr streamen wollt und ich halte euch davon ab, dann macht den Stream ruhig an. Ist mir voll egal. Alles super. Ähm, wenn, wie, warte, ne, wie habe ich, ich glaube, ich habe zwei unterschiedliche Fragen gestellt. Ähm, wie ist es so auf dem Server? Ja, mal so, mal so, ne? Es ist halt so, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, als würde ich da so eine Bipolarität entwickeln. Also entweder hast du richtig geile Tage, wirklich, da bist du echt motiviert und dann hast du echt die Depri-Phasen, wo du nichts findest. Oder wenn du was gefunden hast, eventuell das übelst in den negativen Bereich geht, wo du denkst, yo, lass mal offline gehen. Oder so, weißt du? Oder wisst ihr? Das ist, ja. Ich glaube, du musst den Gain von deinem Mikro mal ein bisschen runterregeln. Du übersteuertest du das. Also du übersteuerst, das ist einfach ein Limit irgendwo und ich kann dich dann halt nur leiser regeln, aber guck mal, ob du da irgendwie was machen kannst. Besser jetzt? Ja, sag mal was. Ja, ja, hallo, hi. Ich kann höher gehen, aber ich kann auch wieder runtergehen. Ne, lass unten mal bitte. Okay, ja. Ist das so okay? So ist besser. Okay. Wenn es noch stört, also ich habe jetzt mein Gain so lange, so doll runtergedreht, wie nur geht. Ja, das ist okay so. Okay. Das ist ein bisschen besser. Ähm, okay. Ich versuche nicht zu schreien. Discord ist eh nicht so mein Ding, da habe ich echt keine Ahnung von. Also ich gehe meistens in irgendwelche Teamspeaks oder sowas. Ja, das ist Windows XP-Ding. Schon. Sag mal, wie ist es so? Ist okay. Also was soll ich sagen? Es gibt, also, ja, lass mich kurz überlegen, nicht, dass noch irgendwas an Konsequenzen kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Server auf, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Projektleitung auf Basis von konstruktiver Kritik ähm, äh, jemanden bannen würde. Wer würde denn sowas machen? Und schon gar nicht in meinem Discord. Also rein theoretisch habe ich ja oft schon mal sowas halt bei mir auch selbst diskutiert oder so, wenn ich halt zwischendurch irgendwie mit dem Auto rumgefahren bin oder so. Ähm, es ist okay. Also, es, es geht, du hast es auch schon gesagt, sie sind einfach momentan der Server, wo es, es am, am, am besten wäre zu spielen. Weißt du? Wo man sich am, je nachdem, was man halt erwartet. Da kannst du halt nicht viel machen und du musst dich anpassen und du musst dir Dinge gefallen lassen. Es ist gut, wenn du die richtigen Leute um dich hast und es, du musst dir deine eigene Welt schaffen. Du musst dir innerhalb dieser GTA-Homeset-RP-Welt deine eigene schaffen. Du musst nur mit Leuten in Kontakt treten, wo du weißt, es ist viel zu holen, es ist viel zu geben und dann passt das. Und du meiltest einfach den ganzen anderen Shit. Meistens denkst du, also, ähm, du weißt ja selbst, oder ihr wisst ja, die stehen da rum die ganze Zeit. Also viele und machen ihr Kreis-RP-Ding und sonst irgendwas. Dann sieh die Leute da jetzt einfach als, als, als Server-Füller, kann man das so nennen, Statisten oder sonst irgendwas. NPCs? Ja, 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 richtig. Bloß, dass eventuell NPCs noch was Produktives auf dem Server leisten, weil sie irgendwas, oder sonst irgendwas. Ja, aber sonst, es ist, wie gesagt, also ich versuche immer die selben Leute zu haben und je kleiner du den Kreis hältst, ist auch diese Dramatik oder dieser Inhalt einer Story halt viel cooler, weil halt immer gewisse Dinge, die eingebunden oder Leute, die eingebunden wären, auf die mal zurückzuführen ist und du mit den Dingen machst und dann ist der und der und die kennen sich auch und so und dann gibt es halt gewisse dramatische Höhepunkte, die halt zu gewissen anderen Ergebnissen führen und das ist cool und du musst es so machen, weil du halt andere Leute, die dort irgendwie dran beteiligt seien, also wenn die daran beteiligt wären, es kaputt machen würden. Okay, aber ist das nicht, ist das, also, ist das Vermeiden von RP-Situationen mit Leuten, von denen du denkst, dass sie bescheuert sind, nicht Fail-RP und RP vorbeigebauen? Das ist genau der Punkt, weil ich sehe das ähnlich, also ich denke auch, dass man sich im allerbesten Fall die Leute einfach aussucht, mit denen man RP machen möchte und dann diesen Kreis so klein hält wie möglich, aber wenn du das machst, dann kriegst du von allen Ecken vorgeworfen, ja, aber das ist doch jetzt logisch, dass du das nur so da machst mit denen, weil, ja, das funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht auf den Server gehen und sagen, okay, Coco Bane ist der, da haben wir Aster, die müssen wir jetzt irgendwie zusammenführen und wenn wir da zu dritt was machen, wird das ultra geil. Oder Rainer dazu oder sonst irgendwen, also die Leute, mit denen Bonjwa-Jungs, mit denen kann man gut RP machen, aber du kannst das nicht auf Krampf forcieren. Du musst halt irgendwie mit dem Flow gehen und der Flow ist halt oftmals an vielen Tagen gut und an anderen Tagen katastrophal. Richtig, ja. Es ist eigentlich nicht, Fail-RP ist es nur, wenn du zum Beispiel, wenn jemand dich versucht, mit irgendeinem RP-Geschehen zu konfrontieren. Dann würde ich sagen, hey, okay, ich kann einfach jetzt nicht weggehen oder nichts sagen oder es blockieren, das geht nicht so und das mache ich auch nicht. Dann wieder versuche ich einfach auf eine Arschlochart und Weise den halt abzuwimmeln, so, also Laser-Style. Wenn ich weiß, da kommt nichts Gutes bei raus oder ich lasse mich drauf ein. Es ist ja nicht so, dass ich dazu gezwungen werde, in meinem kleinen Kreis das RP zu halten. Wenn ich mich eines Besseren belehren lassen kann, weil es Leute gibt, von denen ich nicht wusste, dass sie krassen Stuff machen und das wird immer so sein, weil immer mehr Leute auf den Server kommen, auch wenn es im Vergleich zu denen, die halt scheiße sind halt, aber ist ja egal, dann okay, warum nicht. Aber wie gesagt, es ist nur eine Verweigerung, wenn jemand versucht, mit die RP zu führen und du dich einfach grob dagegen wärst. Und wenn es dir dazu kommt, ist es ja keine Verweigerung. Aber, also ich hake da nochmal hinterher, weil ich das nicht unterscheiden kann. Okay. Wenn du beispielsweise in einem Auto bist, ich mach mal ein fiktives Szenario, Asta, von dem du noch nie gehört hast. Sagen wir mal, du hast irgendeinen Spieler entführt und der ist in deinem Auto und du fährst eine Bundesstraße entlang, eine Landstraße, an der nördlichen Grenze der Mauer und du führst ein, du hast ein Telefonat geführt mit einem Beifahrer, den du hast, der darauf, der das darauf abzielte, eine Lösegeldforderung einzufordern oder abzusetzen und wenn die nicht bezahlt wird, dann stirbt die Person. Krasse Geschichte. Also rein fiktiv jetzt. Ja. Ganz fiktiv. Und wenn diese Lösegeldforderung dann nicht bezahlt wird, weil irgendwelche Informationen weitergegeben werden und du landest am Ende an einem Punkt, wo dir in deinem Szenario, was du erstellt hast, mit den Ideen, die du hast, ein Camacho mit vier Leuten und elf andere Fahrzeuge, dich umzingelnd, an dir es anhält und sagt, halt an, sonst ficke ich deine Reifen. Halt an, ich ficke dich, ich ficke dich und deine Reifen. Ja. Und du hältst an, also rein fiktiv. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, woher du das jetzt hättest. Und dann hältst du an, lässt ihn aussteigen und gehst aber nicht mehr auf die Leute ein. Ist das deine RP-Verweigerung? Rein theoretisch bin ich ja deren Forderung nachgekommen, ohne es auszuschmücken. Ich weiß gar nicht, was du meinst, war ein fiktives Szenario. Ach so, ja. Ich meine, also, nehm mir mal, ja, okay, also nehm mir mal an, ich nehm das an die Person frei, weil die mich auffordern und ich weiß, es ist nicht viel zu holen, beziehungsweise es geht ins Leere, beziehungsweise... Wenn du, wenn du einen Namen dafür brauchst, ich, äh, geb dem Ganzen mal einen Namen, ähm, die Gruppe heißt Mies. Ja, okay. Also die Mies-Gruppe hat dich dann, ähm, angehalten und so weiter und sagt dir das und noch, jetzt kannst du weiterreden. Ähm, also wenn mich eine gewisse Mies-Gruppe anhalten würde und meinen würde, hey, du sollst die Person, die bei dir hinten im Auto sitzt und, nehm mir mal an, der ist auch ein bisschen verrückt oder so und, hm, keine Ahnung. Ich dichte mir einfach mal was dazu, ist bestimmt auch cooler für beide Parteien. Ähm, nehm mir mal an, der hat jetzt auch irgendwie ein Hütchen auf oder so und ist eh ein bisschen, und es macht eigentlich relativ Spaß mit ihm bis zu dem Zeitpunkt, wo dann halt eine gewisse Mies-Gruppe kommt und meint, hey, äh, lass sie frei, der Gert anscheinend zu uns, mh, nicht so eine gute Idee mit uns zu ficken, Boy. Dann sag ich, okay, Gert, äh, ich hau den einfach raus, ich sag nichts dazu, ich benötige die Person auszusteigen und fahr einfach weg. Ich bin deren Forderung nachgekommen. Für die war es wahrscheinlich ein Abschluss, für mich war es auch so ein dahin, daher gedichteter Abschluss so, damit ich einfach meine Ruhe habe und dann war es das. Ähm, es ist ja keine Verweigerung gewesen. Also Verweigerung wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich die total ignoriert hätte vielleicht. Also, weißt du, also ich weiß ja nicht, äh, sehr schwierige Situation. Ich habe ja eigentlich das gemacht, was sie wollten. Verweigert habe ich es nicht, auch wenn ich weiteren Kontakt gemieden habe. Aber ich glaube, in meiner Position, beziehungsweise in dieser Position, ist das auch richtig gewesen, weil ich dann einfach eine Scheiße gebaut habe. Die wollten ihren Mann wieder und ich bin gefahren. Und das war's. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass halt, ähm, die Gruppe, die das halt getan hat, aber das hat nicht anders. Gleich, die Umgangsweise in dieser Situation war ein bisschen kacke oder wäre kacke gewesen, wenn es eine reale Geschichte gewesen wäre. Ähm, aber rein theoretisch ist es ja so, dass, ähm, die nur das getan hätten, was sie tun mussten, hätten sie anderes getan oder mich nicht gesucht, wäre das ihrerseits halt schlecht anzuschauen gewesen, weil das nicht deren Vorgehensweise ist. Ach so. Und im Endeffekt, äh, also, weißt du, also wenn die jetzt nicht irgendwie aggressiv eingeschritten wären, dann hätten die wahrscheinlich sich selbst gedacht, okay, das passt nicht zu unserer Gruppe und das ist nicht authentisch bezüglich des RPs oder, äh, keine Ahnung. Okay. Also, ich würde nur behaupten, dass in dieser Situation vielleicht nur die Person schuld war, die das weitergegeben hat und nicht der Forderung nachgegangen ist. Ja. Und nicht mit den Konsequenzen gerechnet hat, beziehungsweise, ach, ja. Ja. Ähm. Die sind halt so. Ja. Ja, genau so ist es. Und deswegen, ähm, ich meide es, wenn ich gewisse Leute treffe, in dieser Hinsicht, es liegt ja auch nicht an der Gruppe, es liegt, es ist ja eine gewisse Mentalität, so wie auch beide das beschreibt. Es sind ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber wer dafür zuständig ist, dass solche Leute auf solche Server gehen oder dadurch angelockt werden. Also ich zum Beispiel, also ganz kurz, um das zu sagen, das hab ich auch schon mal erwähnt, für mich ist das halt so eine Art Gentrifizierung. Ähm, Leute sehen andere Streamer, RP machen und finden das geil, verstehen aber nicht in diesem Augenblick oder auch fortschreiten, was eigentlich damit gemeint ist oder was das alles ausmacht, gehen auf den Server, holen sich ihre zwölf Mann dazu, bildende Gang, ballern jeden Scheiß weg, ähm, solange es nicht richtig serverwidrig oder regelwidrig ist und vertreiben dann diese Streamer oder diese Spieler, die eigentlich diesen richtigen Wert oder diesen richtigen RP-Begriff verstanden haben und vermehren sich und, 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 und hauen die alle aus dem Server, die eigentlich Spaß an der Sache hätten und, weißt du, oder wisst ihr, das ist, keine Ahnung, dann sind nur noch diese Leute auf dem Server und die anderen sind weg und dann müssen die sich einen neuen suchen. Dann passiert das gleiche, dieses gleiche Schauspiel von vorne, die sehen da so geil neuer Server rauf, zack, und wie du's auch mal gesagt hast, es ist immer diese selbe graue Masse. Es sind ja nicht nur neue Leute immer pro Server, die, 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 die switchen ja immer so. Ja, aber die verbreiten sich auch, ja. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, hast du auf GTA Live gespielt? Nee, da hast du noch gar kein GTA gespielt, Aster, ne? Nee, ich hab nur zwei Tage mal im Februar auf Designated, dann war ich bei euch auf, äh, Ja, ähm, die, ähm, diese ganze Sache, die wir gerade haben, es ist wie ein Déjà-vu, das ist alles GTA Live. Ja, ich weiß. Das ist genau, das ist GTA Live. So, das ist die Auferstehungsscheiße, die Überflutungsscheiße, dieses Hochkochen, ey, wir haben hier einen, das ist GTA Live. Das ist genau das Gleiche. Aber GTA Live ist doch genau deshalb kaputt gegangen, aber nicht wegen diesem Cyborg. Genau, das ist, die, die, die Problematik ist, das Gute und das Schlechte gleichzeitig ist, dass du gut isst, du hast alle Leute auf einem Projekt. Das ist gut. Warum? Weil so niemand aufgrund von Antipathien niemandem aus dem Weg gehen kann. Das fördert die Spannung. Was, du kannst das, was damals passiert ist, nicht nochmal erschaffen. Weil da waren, da waren alle auf einem Server, egal wie scheiße die sich fanden, es gab nur diese Möglichkeit. Es gab nur diese Möglichkeit. Und dann haben Leute angefangen, sich zu zersplittern. Und jeder hat irgendwie auf der Basis, weil er gedacht hat, er ist irgendwie der krasseste Motherfucker, einen eigenen Server aufgemacht. Und dann wurde es, dann wurde es fad. Dann passieren lustige Dinge. Aber du wirst diesen Moment, diesen Moment am, diesen ersten Moment, diese erste Interaktion, diese erste Zeit nicht wieder, äh, nicht wiederholen können. Entweder du warst Teil davon, oder du kannst dich permanent davon abschieben, das wird nicht nochmal passieren. Mhm. Denn jeder ist auf diesen, denn jeder ist jetzt verteilt auf anderen Servern. Was jetzt interessant ist, ist, dass wir wieder so eine Situation haben. Wir haben zwar Alternativprojekte, du kannst auf KW spielen, ich mach das ja gerade, ähm, ab und an. Du kannst auf, auch GVMP spielen, wenn du nicht whitelisted irgendwo bist. Du kannst auf State 5 spielen, oder State V, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Und es gibt sicherlich noch mehr Projekte, die in irgendeiner Form entstehen. Du kannst dir das aussuchen. Und durch diese Vielfalt sollte das theoretisch gar nicht möglich sein. Aber da der Server so groß ist, entscheiden sich natürlich viele dafür, hierher zu kommen. Ach Gott, das ist doch, also ganz ehrlich, du hast keine Konkurrenz. Sagen wir doch einfach, wie es ist, ja. Klärwerk hat ja jetzt nicht den besten Ruf unter den, unter den, ähm, RP-Streamern, so wie ich mitbekommen habe. Ich selber bin da nicht involviert, ich hab da keine eigene Meinung zu, ich hab da nie gespielt. Aber die hat, Klärwerk als solches hat nicht den besten Ruf unter den etablierten RP-Streamern. Ähm, und dann hast du einen anderen Server, wo ganz viele mittelmäßig und mittelmäßig große Streamer streamen. Und auf den Server gehst du, ganz einfach. Und in dem, in dem Kontext ist Alternate Live derzeit komplett konkurrenzlos. Und die These, die ich aufgestellt habe in der letzten Zeit, also ich mach das jetzt erst seit zwei Wochen. Du meinst Home State. Damit, dass die Spieler, die nicht in der Lage sind, das als Spiel oder RP anzusehen, sondern sich so spielen, wie sie gerne sein würden, das ist das Grausamste, was du, was du sehen kannst. Das ist das absolut Grausamste. Du hast Alternate Live gesagt, wir sind aber offline und wir kommen sicher nie wieder. Äh, und deswegen, äh, meinst du Home State? Ja, was ist denn da jetzt? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Das ist immer so ein Hin und Her, ey. Kommt mal. Ist egal. Nee, wir kommen nicht zurück. Nein, jetzt, wenn ich die Chance hab, dann sag ich das jetzt. Kommt zurück. So. Ende da, mit der Sache. Aber hoffentlich. Mal sehen. Ja, ich, also ich mein Home State. Ich mein Home State, weil, ähm, du hast sehr, sehr viele wirklich gute RP-Spieler und du hast sehr, sehr viele, die sehr jung sind und die, die sich so spielen, wie sie gerne sein würden im realen Leben und die versuchen, da irgendwas zu kompensieren oder sonst irgendwas. Und das ist, das ist ganz grausam. Das ist terrible. Und ich glaube, die Dynamik ist sehr, sehr gefährlich derzeit. Weil, ich glaube, die Leute, die wirklich da sind, um Spaß zu haben, die verlieren an immer mehr Tagen immer mehr Spaß. Hm. Ähm, ich glaube, okay. Okay, okay, ähm, ich komm noch mal auf diese KW-Sache zurück. Ähm, äh, ich, ich, das Problem ist wahrscheinlich, dass KW halt schon so lange da ist. Darum, ähm, gibt's eine Menge Leute, die gebannt wurden, eine Menge Leute, die da runtergeflogen sind, eine Menge Leute, die da gespielt haben. Und alles, was man dazu sagen kann, ist Folgendes. Wenn du auf einem Server gebannt wirst, kannst du dir, hast, ist die Wahrscheinlichkeit 95 zu 5 Prozent, und, dass du was Positives darüber sagst. Oder eher was Negatives. Soll ich dir sagen, was ich gehört habe? Also habt ihr Bock auf Real Talk? Ich, ich bin hier, ich bin hier. Ich glaube, Schlorox ist auch im Chat. Ey, du weißt. Schlorox, willst du in den Discord kommen? Wir sind gerade die besten RP-Spieler Deutschlands, sitzen gerade gemeinsam im Discord. Und ich weiß, du bist gerade im, entweder bist du im Flugzeug, oder du bist schon wieder zu Hause und stark verkatert und gejack-lagged und überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Aber komm doch einfach in den Discord. Nee, Alter, ich feuere jetzt einfach. Ist doch scheißegal, ob ihr das hört, ne? Ja. Nee, ist ja ein guter Freund von mir. Ich hab mich ja auch, also ich wollte mich ja initial auch auf Klärwerk bewerben, aber dann hab ich gelesen, dass ich eine Streamer-Lizenz brauche und hab gesagt, nee, Alter. Also zweimal bewerben, auf gar keinen Fall. Und was ich von vielen gehört habe ist, und das kann ich nicht bestätigen, weil ich eben nie drauf gespielt habe und das auch nicht aktiv verfolge, ist, dass du als Außenstehender keine Möglichkeit hast, RP-technisch angenommen zu werden. Okay, konkretisiere das mal. Konkret heißt das, dass da sehr, sehr viel abgeht, wo du gar keine Chancen hast, reinzukommen. Es sei denn, du hast Reichweite. Okay. Das ist das, was von sehr, sehr vielen kleinen oder nicht-streamenden RP-Spielern jetzt so überschwappt. Ähm, Sto kann ich dir das auf Klo. In den USA übrigens. In den USA? In den USA auf Toilette. Das ist okay, das ist kein Problem. Ähm, aber okay, du meinst also ... Ich spreche es mal so, du hast es nicht so ganz ... Also, ich glaube, du meinst, dieser Server ist kein ... Für Streamer. Ist kein RP-Server und auch kein RP-Server für Streamer, sondern dieser Server ist für Schlorox und TinkerLeo. Nein, 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 so hab ich das nie gehört. Sondern? Was ich gehört habe, ist, dass ich da keine Probleme hätte zum Beispiel. Mhm. Wenn du so für deine 800 bis 1000 Leute streamst, dann hast du da keine Probleme. Also, dann kommst du da drauf und kannst sehr gutes RP machen. Okay. Aber das ist ... Ich hab die Namen Schlor und Tinker sind in den Gesprächen nie gefallen. Ich weiß nicht, ob aus Angst oder sonst irgendwas, weil die wissen, dass ich die kenne, aber dass du eben ab einer gewissen Reichweite sehr gut da reinkommen könntest, aber dass du als jemand, der da eben nicht ... Wie soll ich jetzt sagen? Der halt nicht streamt, dass da was los ist, wenn die Streamer online sind und wenn die Streamer nicht da sind, ist da nichts los. Ist tote Hose. Hast du auch keine Möglichkeit, Spaß zu haben. Das ist auf dem so. Es gibt nur mal sehr, sehr viele Leute, die sehr gerne RP betreiben, wenn eben kein Stream läuft. Ich glaube, bei Homestead ist auch nur was los, wenn die Streamer online sind. Aber wie gesagt, dieser Punkt, dass das Leute erzählen, die da gebannt sind, habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Und dass die kein gutes Wort dran lassen, ist ja wohl auch klar. Also, ich kann dir sagen, wenn du da jemanden hörst ... Also, folgendermaßen ist das so. Folgendermaßen ist das jedes Mal. Du hast einen Streamer, der spielt auf einem Server, der wird auf diesem Server gebannt, der redet schlecht über diesen Server. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich habe für 95 Prozent gesagt, ich würde mich auf ein Fenster legen und würde sagen, 100 Prozent. Das ist ganz normal. Denn logischerweise ist dieser Server ... Das ist die ... Ich würde fast sagen, das ist die Skurrus-Methode. Wenn du auf dem Server spielst, bist du krass und es ist alles cool. Wenn du im Server gebannt wirst, dann ist das der größte Hurensohn-Move. Und du musst einen eigenen Hateflix-Kanal aufmachen und denen sagen, wie scheiße die sind. So ein Move ist das. Und das passiert immer wieder. Und dann werden nach jedem ... Du kannst das fast exemplarisch sehen. Du kannst bei Mafuyu genau das Gleiche sehen. Wenn der von einem Server gebannt ist, macht der Statements über Statements, über Statements, warum das denn so unfair ist. Anstatt zu sagen, Bruder, es ist halt so, ich mach was anderes. Oder ich mach irgendwie ... Ich geh weiter. Nee, das sind immer die anderen schuld. Immer ist der schuld. Die sind schuld. Die sind scheiße. Die sind die dummen. Und darum würde ich auf dieses ... Würde ich auf dieses, wie sagt man, Gerücht nicht so viel geben. Weil das hunderttausendprozentig von Leuten kommt, die aus dem Grund das sagen, weil sie gebannt wurden. Ja, kann sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, ich hab da absolut fucking überhaupt keine Ahnung. Ich hab noch nicht mal zwei Server, die ich von der RP-Qualität oder von dem, was abgeht, vergleichen könnte. Also noch nicht mal das habe. Ich kann noch nicht mal sagen, da war das anders und hier ist es so. Aber ich hab mir gedacht, okay, wenn halt derzeit ultra viele auf Homestead sind, quasi fucking alle, dann muss das ja einen Grund haben. Und den hab ich für mich noch nicht entdeckt. Also ich weiß noch nicht, warum das derzeit so alternativlos ist. Ranzratte als Mitbegründer von KW verliert auch kein gutes Wort über KW und das spricht auch irgendwie für sich. Ranzratte hat ab dem Punkt, an dem er intern ausgebotet wurde, kein gutes Wort mehr darüber verlassen. Und das spricht für sich. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, sehr, sehr viele ehemals sehr, sehr große Klärwerk-Streamer lassen jetzt kein gutes Wort mehr auf Klärwerk. Und denen Glauben zu schenken, ist sowieso das, also das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil so eine gewisse, also sagen wir mal wie es ist, sehr, sehr viele Streamer und auch Streamerinnen sind finanziell und auch vielleicht inseltechnisch nur da, wo sie jetzt sind, wegen GTA RP und wegen diesem Server. Und da jetzt diese Undankbarkeitskeule zu schwingen und nicht selber irgendwelche Fehler eingestehen zu wollen, auf Krampf, ist der falsche Weg. Also so den großen Streamern würde ich gar nicht glauben. Also wenn so ein großer Streamer, der gebannt ist auf irgendeinem Server oder da jetzt aus irgendwelchen anderen internen nicht mehr darauf spielen möchte, denen kannst du gar nicht glauben. Das ist das doch völliger Umbuck. Die versuchen ihren Leuten da öffentlich irgendwas weiß zu machen und die rennen da alle blind hinterher. Da darfst du gar nicht glauben. Da darfst du denen gar keinen Glauben schenken. Das, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, sind halt diese kleinen Leute, die gutes RP machen, die aber nicht streamen. Weißt du, die das nicht aus dem finanziellen Interesse heraus machen, sondern aus mir macht RP Spaß. Das ist krass, oder? Also ich habe das Gefühl, die Szene hat das total vergessen. Und diese Twitch-Relevanz ist der entscheidende Faktor dafür, dass alles so aussieht, wie es aussieht. Und dass beispielsweise andere so halt den kürzeren ziehen. Ja, aber Asta ist dir jetzt noch nicht aufgefallen, dass du mittlerweile auch RP-technisch, dass deine größte Währung die Reichweite ist? Ja, also, ähm, wie meinst du das? Also bezogen auf Vorteile dadurch, oder was meinst du jetzt ganz genau? Ja, pass auf zum Beispiel, sagen wir doch, wie es ist, wenn die Leute wissen, wer du bist, wenn die Leute gucken und sehen, dass du Zuschauer hast, dann behandeln die dich anders. Dann wollen die mit dir RP machen. Warum? Weil die die Reichweite wollen. Die würden bestimmte Stränge niemals eingehen, das wäre niemals so einfach, wenn du nicht dastehen würdest, Twitch-Technis, wo du stehst. Das ist ein Riesen, das ist quasi eine Twitch-Con nur jeden Tag auf dem GTA-Server. Das ist richtig. Ich sehe das auch so. Kann ich, ich kann das auch nicht verneinen. Es ist halt aber nur gefährlich. Also, wenn man das, also man darf, man muss diese Vorsicht, das ist ja das Hinterfragen, das ist das gesunde Hinterfragen bei solchen Dingen. Es wird aber nur sehr, sehr kritisch, wenn du als einzelne Person jedem, jedem Einzelnen irgendwie versuchst, also nicht versuchst, aber irgendwie aus dem Inneren heraus das vorwerfen möchtest oder eine Art von Misstrauen entwickelst, sodass du dich gar nicht mehr in dieser Rolle wohlfühlst und denkst so, Alter, was mach ich hier? Und es stimmt, ich habe bei Leuten gemerkt, also ich sag das auch nicht, ich werd sowas auch nie sagen, aber es gibt Leute, auch vor kurzem, wo du echt merkst, okay, die hauen da bei dir richtig rein, weil die irgendwie in irgendeiner Hinsicht was wollen. und dann wirst du danach nach solchen Streams dann von solchen Leuten noch angeschrieben. Ach, wie toll das war und sonst irgendwas. Und das muss, das darf nicht sein. Man muss sich generell, ich weiß nicht, was das soll, aber diese Bindung innerhalb der Community auf diesen ganzen Teamspeak, auf diesen Talks und sonst irgendwas sorgt dafür, dass dieses Verhalten IC komplett durchweicht ist mit irgendeiner Scheiße, die du eigentlich so nicht hättest vorhersehen können, weil, wenn die sich nicht gekannt hätten oder sonst irgendwas, es so nicht passiert wär. Und dieses Sympathisieren innerhalb des IC und OOC-Bereichs ist auch genau der Faktor dafür, warum jetzt wir stehen, wie wir stehen. Und dieser Hate im IC und OOC-Bereich, das ist genau das Gleiche. Wenn sich jemand da nicht wohlfühlt oder den nicht mag, ich kann das, das ist menschlich, das ist okay, es ist, aber dann versuch's doch wenigstens so aussehen zu lassen, als wär das nicht so. Und das kennen viele nicht, ey, und das ist scheiße. Da hab ich große Probleme mit, also ich hake mal kurz ein, diese ganze Kiez-Geschichte, Alter, ich werde nie wieder, also ich kann, ich spiele nicht auf diesem Server, weil jedes Mal, wenn ich mit denen Kontakt hätte, ich komplett, ich sage das so, ich spiele nicht wegen dem auf dem Server, weil wenn ich mit denen interagieren würde, dann würde ich mich verlieren und das erste Mal, als ich mit denen interagiert habe und gemerkt habe, wie die ihre Rollen spielen und was deren Methode ist, ich mich halt selbst verloren habe und einfach nur angefangen hab, zu beleidigen. Aber ich glaube, ich glaube, Stater, musst du, also ich muss da für mich persönlich differenzieren. Ich kann leider nicht differenzieren, weil das für mich all die gleichen, nee, 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 ich meine nicht zwischen IC und OOC, das meine ich noch nicht mal, ich meine zwischen den Leuten, weil ich weiß nicht, ich glaube, du hattest mit ihm auch schon Kontakt und zwar ist das Streamer Walle, ne? Ist das Gleiche, tut mir leid, das gehört, muss ich in den gleichen Top sitzen, okay. Ich erklär das kurz und dann kannst du ansetzen, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber der Grund, warum ich das nicht, warum ich den in den gleichen Top sitze, ist, weil er das Problem kennt, er versucht etwas zu ändern, aber nichts funktioniert. Und dann kein, und wenn du an dem Punkt bist, an dem nichts funktioniert und die ganze Zeit wieder, und die ganze Zeit erklärst, ja, aber ich versuch's doch und keine eigene Konsequenz hast, dann bist du schwach. Dann bist du, entweder bist du mental schwach oder du willst das gar nicht. Da kann ich, da stimme ich, da gebe ich dir auch kein Kontra gegen, da stimme ich voll und ganz zu. Und dafür bin ich auch noch zu wenig, habe ich zu wenig Kontakt mit denen und will mich auch gar nicht mit denen beschäftigen, weil sehr, sehr viele von denen sind halt Personen, von denen ich absolut, hundertprozentig weiß, dass ich weder IC noch OOC irgendwas damit zu tun haben möchte. Und Walle ist der Einzige, von dem ich sage, der hat eine Grundintelligenz und der weiß, was er macht und das, was er macht, macht er gut. Aber dann ist die Kehrseite der Medaille, warum ändert er dann nichts an der Situation, in der er steht? Ich glaube, er versucht es. Er versucht es. Ich weiß, also gestern Abend, gestern Abend war eine, da habe ich, nach meiner Session habe ich da noch ein bisschen geguckt und da haben sich halt irgendwelche von denen wieder gedroschen, komplett sinnlos und er sagt dann so, ey, ihr seid doch komplett bescheuert und geht einfach und sagt dann so, ich habe da keinen Bock drauf. Aber in dem Fall muss er dann auch, meiner Meinung nach, die für sich richtigen Konsequenzen ziehen und dann mal sagen, wie es ist, wobei ich mich sowieso bei sehr vielen frage, warum die überhaupt noch auf dem Server sind oder wie die es überhaupt auf dem Server geschafft haben. Das ist jetzt, das ist ein komplett anderes Thema, glaube ich. Und ich kann das, ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, dass du wegen bestimmten Leuten da auf diesem Server in einer, ähm, in einer FIB-Position nichts, also, dass du da nicht mehr spielen möchtest. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil du so, weil du so oder so mit den Kontakt hast. Du kannst nichts machen. Du bist fucking machtlos. Du hast zwangsweise immer mit Leuten Kontakt, mit denen du keinen Kontakt haben willst. Und wenn du keinen Kontakt haben willst, kannst du nicht einfach sagen, nein. So wie Aster das beschrieben hat in seiner Situation, wo er sagt, es ist für ihn Abschluss. Das geht in der Situation halt nicht, weil du in deiner Rolle, in der du dich befindest, dazu verpflichtet bist, virtuell, beruflich, äh, was gegen bestimmte Leute zu machen. Und wenn du mit denen Kontakt hast und die Blödsinn machen und ich Gefahr laufe, noch mal meine Fassung zu verlieren, ähm, also wirklich meine Fassung zu verlieren, dann will ich das nicht. Also dann geh ich lieber den, den Weg, ähm, des geringsten Widerstands und geh einfach. Wie ich es gemacht habe. Du begibst dich da ja auch privat, also, du begibst dich da beruflich auch in eine sehr, sehr prekäre Lage. Ja, ja, ja. Weil es gibt, meiner Meinung nach gibt's einen Unterschied zwischen, okay, ich bin halt ein Dulli, der gerne RP spielt, oder aber, ich bin Fulltime-Streamer. 2019, Baby, ich küsse deine Augen. Und, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit und ich begebe mich bewusst in Situationen, wo ich weiß, dass ich Terms of Service, Violations, nicht nur riskiere, sondern, dass ich sie sehr wahrscheinlich mache. Ja, genau. Und genau das ist das. Wenn ich permanent damit beschäftigt wäre, dann wird mir die Zunge ausrutschen. Ja. Definitiv. Und das kann ich nicht riskieren. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Stay sagt, ich kann da nicht mehr spielen. Weil ich damit nicht nur meine RP und meine RP-Qualität riskiere, sondern meinen scheiß Twitch-Kanal. Weißt du? Und das ist halt ein komplett anderes Thema. Ja, ich glaub, so weit geht das noch nicht, weil das immer differenziert wird. Ich glaube, aber schlussendlich ist das korrekt, ja. Du willst dich, ich will nicht, ich arbeite aktiv an einem sehr beleidigungsfernen Content. Also, ich versuche das wirklich, und die Tatsache, dass ich da nicht mehr drauf spiele, sollte den Leuten zeigen, dass ich es ernst mache. Ich versuche das wirklich, ich versuche da ein bisschen wegzukommen. Das heißt nicht, dass man Leute nicht, das heißt nicht, dass man Leute nicht roasten kann. Das heißt einfach nur, dass man, dass man in solche Situationen vermeidet, weil man weiß, wo seine Schwächen liegen. Ne? Ähm, das, das ist okay. Ich will das Thema, ich will mal was anderes fragen. Assa, was isst du eigentlich? Jetzt gerade, oder was? Was hast du aus dem Ofen geholt? Ich hab, ich hab, ich hab den erst ausgemacht. Ich hab Backkartoffeln, also Ofenkartoffeln, so Kräuterofenkartoffeln aus, Dingens, Tiefkühl, Shit. Also ich mach mir den jetzt selbst. Beruhigt euch. Ähm, und dann hat noch so, hier Hot Wings, glaube ich, sowas, also ne Hähnchenflügel, ja. Köstlich. Im Rewe. Ja. Köstlich. Klingt, klingt schmackhaft schon. Soll ich dir was da lassen? Ein bisschen übrig lassen? Nee. Dizzy hat, äh, Dizzy hat, ähm, hier, ähm, na hier Soljanka für ein paar Tage vorgekocht. Da muss ich nur reingreifen. ist großartig. Die wird ja immer besser, ne? Natürlich. Ja, wenn ich das nicht mal, wenn ich das nicht mal dran bin. Der Trick bei Soljanka? Sorry, jetzt sprich du erst mal Soljanka. Der Trick bei Soljanka ist, du musst immer die letzten 300 Milliliter im Topf lassen für die nächste Soljanka. Oh. Das ist wie bei, ähm, das ist wie bei diesem komischen, wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er wieder zurück ist, muss ich dann, warte, was? Moment, ja, ich google's kurz. Ne, alles gut. Ah, natürlich. Soljanka? Willst du mich verarschen? Ich hab dich besten RP-Spieler Deutschlands genannt und du weißt nicht, was Soljanka ist? Es ist eine Farbensuppe der osteuropäischen Küche. So! Osteuropäisch? Osteuropäisch? Ja, stimmt, ich mein, weiß ich so. Ähm, wenn er zurückkommt, mach ich Kartoffelsuppe und das ist alles lecker. Ähm, aber, ähm, das war eigentlich nur eine, eine Frage, um mal wieder ein bisschen aufzulockern. Assa, wenn du was ändern könntest und ich könnte mit dem Finger schnipsen wie Thanos aufgrund der Infinity Stones, ähm, und das würde passieren, was würdest du ändern? Ich würde erstmal, ich glaube, 80% aller Leute bannen. Dann würde ich, äh, brauchst du mich schnipsen? brauchst du mich schnipsen? Also das, also, ich hab, also wie gesagt, ich hab, ich hab, ich hab gesagt, ähm, schon mal, ähm, es ist, es ist hart und auch wenn es willkürlich ist, wenn das mein Projekt wäre und ich eine gewisse Vorstellung von diesem Projekt habe, dann hat Demokratie da nichts zu suchen. Ich hab meine Vorstellung von IP und will sie durchsetzen, wie ich es will. Und ich geb einen Scheiß drauf, dass ich erst jemandem nachweisen muss, dass er in dem, was er tut, scheiße ist, weil es keine VOD-Aufnahme oder sonst irgendwas gibt. Er ist dann einfach weg und es ist mir egal. Ich schnipse übrigens immer noch. Und dann würde ich natürlich dieses Farm-System rausnehmen, was ihr halt vorhattet irgendwie. Also so hab ich's ja gehört oder sowas, ja, bei euer Pflanzenmänner ist irgendwie und, äh. Ich finde, wenn mein Charakter einen Notizblock findet, bei dem Farm Abfolgen draufstehen, 13.37 Uhr Weizen pflücken, 13.48 Uhr an der Weizenverarbeitung angekommen, die Spieler sollten sofort gebannt werden. Sofort. Dann hast du die Kontrolle über dein scheiß Leben verloren. Ich würde die Spieler vielleicht, okay, bannen klingt natürlich jetzt hart, du würdest die halt aus dem Server rausnehmen. Bannen klingt so, als hättest du eine Strafe gemacht. Aber wenn du das, wenn das nicht der richtige Spieler für das Projekt ist, dann sagst du halt, ähm. Wahrscheinlich gar nicht erst reinnehmen. Erstmal das, was halt jetzt ein bisschen schwierig ist und zweitens schickst du sie einfach zu State 5. Denn das ist, das klingt, das will ich gar nicht, das meine ich gar nicht abwerten, der State 5, ich weiß gar nicht, wie voll die sind, aber die sind einfach, ähm, die sind ein Wirtschaftssimulations-Server. Die machen, die haben sich spezialisiert auf Farming. Also das ist, da musst du Autos aus Teilen zusammensetzen, da musst du, ähm, das ist richtig insane. Aber das ist richtig verrückt. Das ist richtig verrückt. Oder? Ich weiß, ähm, also. Ja, natürlich wird das unter diesem Kontext genommen. Aber die, ähm, die haben halt, äh, äh, die machen halt noch einen größeren Fokus, als man sich das vorstellen kann, ähm, Landwirtschaftssimulator-mäßig auf, hol deine, hol deine Metalle, veredle deine Metalle, press sie in Formen, bring sie zu dem, zei deinem Lager, sammel unterschiedliche Stücke, mach daraus ein Auto, verkauf das Auto, so ein Ding ist das. Das ist für die, das ist für den absoluten Farmer. Und das ist halt, das ist halt cool. Das ist okay, das hat eine Daseinsberechtigung, weil die sich spezialisiert haben auf Economy-RP. Und das klingt, das klingt jetzt für mich nicht so spannend, vielleicht würde ich es mal ausprobieren, damit ich mir ein richtiges Bild machen kann, aber, ähm, aber das ist eine, das ist eine andere Herangehensweise. Also das ist etwas, was, ähm, das ist etwas, was die, was Leute halt, anders befriedigt, in Anführungsstrichen. Was ich mich frage ist, wie haben die es, also was steht bei, bei diesen, weil es gibt ja auf Homestead, gibt es Leute, die farmen, den lieben langen Tag, die machen nichts anderes. Was steht bei denen in der Bewerbung? Ich bin, ich bin Friseur aus, äh, aus Mecklenburg-Vorpommern und ich suche jetzt in Los Santos meine neue Heimat und dann sammeln die 18 Stunden am Tag Schrott. Was, wo ist sie? Weißt du, da wurde, ja, mein Papa ist da und da geboren, er hat das und das gemacht, meine Mama ist da und da geboren, sie hat das und das gemacht und jetzt bin ich hier in Los Santos und dann habe ich versucht, ein neues Leben anzufangen, aber das ist leider nicht so geglückt, weil da irgendwas passiert ist und jetzt versuche ich, irgendwas zu sammeln. Ja, und dann spare ich 76.000 auf einen 7,5 Tonnen, dass ich dann noch mehr Schrott sammeln kann oder wie. Wo ist denn da der, wo ist denn der Scheiße? Wo ist denn, wo ist denn, also es gibt ja Charaktere, die wirklich 18 Stunden Dienst am Tag machen, wo ich das IP-technisch zumindest erklären kann, weil die haben halt privat einen an der Schüssel und spielen halt gerne Polizisten. Das ist halt, im realen Leben klappt das nicht, also mache ich das halt auf dem GTA-Streffer. Kann ich verstehen, ist auch in Ordnung, sollen die auch machen. Aber diese Daseinsberechtigung von diesen Hardcore-Farm-Spielern, die ist für mich einfach nicht gegeben. Die habe ich nicht. Naja, darum sage ich, es gibt Server, die das bedienen. Die das extra bedienen. Die sagen, yo, wenn du hier bist, dann kannst du davon ausgehen, dass wir sehr viel Zeit darin investiert haben, von A nach B zu kommen, deinen Job zu machen, damit weiterzukommen und eine Langzeit-Motivation zu haben, die halt umgangssprachlich bedeutet, stell dich darauf ein, dass du nach deinem 8-Stunden-Arbeitstag 6 Stunden arbeitest im RP. So ist es. So ist es. Das sind wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, das ist sowas wie die vielleicht wie Leveln in MMOs oder so. Ja. Ich meine, das, ja und einige stehen drauf und das ist cool, aber was haben die, was setzen die sich ein Ziel vor Augen? Also wenn die jetzt zum Beispiel angenommen, die, das einzig Logische, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich nur ein Auto. Weil mehr kannst du ja eigentlich nicht aus diesem Server holen, oder? Oder eine Immobilie vielleicht? Immobilien. Immobilien und, ähm, und, ähm, äh, Fahrzeuge, ja. Was machst du danach, wenn du das hast? Genau, das ist vorbei. Und dann kaufst du dir noch ein Fahrzeug, dann holst du dir noch eine Immobilie, dann holst du dir noch ein Fahrzeug. Ich kenne das. Wir waren, ähm, bei Alternate waren wir am Ende. Also wir haben, am Ende hatte, äh, der Typ, der am meisten verdient hat, ähm, hatte irgendwie 20 Autos. Aha. 20 Autos, das war der Leiter der, oder das war das Pärchen, der Leiter, die Leiter der Werkstatt Bennys. Und, äh, die haben sich dumm und dämlich verdient. Die haben alles, die haben Häuser gekauft, die haben Autos gekauft, das hat, hat überhaupt, das war total unverhältnismäßig. Aber Bennys war dann halt jetzt kein Farmrichtiges, oder? Das war schon RP gebunden? Das ist RP gebundenes, äh, das ist diese Unternehmenssache, wo du Geld dafür kriegst. Wir hatten ja, wir hatten ja auch den, wir hatten ja auch das Ding, wo du einem Unternehmen Geld gegeben hast und dann mussten die Teile kaufen und mussten eigene Preise für Dinge festlegen. Weißt du? Also die haben dann, die haben eingekauft, Öl, Eisen, Lacke oder Plastik, haben das eingekauft von Leuten und haben dann, ähm, haben das dann zu einem eigenen Preis verkauft, wenn die beispielsweise dafür lackieren mussten oder dafür ein Teil austauschen mussten und so weiter. Und da haben die sich dumm und dämlich verdient. Da haben die sich einfach dumm und dämlich verdient. Das war unglaublich. Naja, aber nichts anderes machen die ja auch. Du kannst dir ja als Otto Normaler gar kein Fahrzeug kaufen, ne? Also derzeit ist es ja auch so, dass die Leute ihre Scheißuhr danach stellen, wann die, wann die NPCs die neuen Fahrzeuge übernehmen, dass sie die auf Krampf wegkaufen können und dann wieder für teurer verkaufen. Das ist, jeder Server hat, glaube ich, so seine eigene Dynamik, die sich mit der Zeit entwickelt. Aber ich, ich glaube, dass man, dass man, wenn man denn schon sich eingesteht, was ja nun mal der Fall ist, dass sehr, sehr viel, was derzeit im GTA-RP-Bereich abgeht, doch sehr Twitch-fokussiert ist, dann sollte man versuchen, Twitch Deutschland eine gute Plattform zu bieten. Ich will die Frage noch mal, ich will die Frage noch mal weiter stellen, weil ich glaube, Asta hat nicht alles gesagt. Also du wolltest sagen, du hast 80, 80 Prozent der Leute würdest du bannen. Ja. Um deine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, das ist ungefähr das, was ich bei Alternate Live gemacht habe. Hoch. Aber, oder naja, nicht alleine, wir waren halt immer zu zweit, aber trotzdem. Ja, und was noch? Und was noch? Ich muss irgendwie in der Lage, also ich kann nicht sagen, welche Mittel dafür notwendig sind, weil das alles Mittel sind. Das ist ja egal, du musst dir, stell dir vor, ich gebe dir einen Baukasten, wo du sagst, du hast einen GTA-Server und das ist dein Idealserver. Mein Idealserver sieht so aus, dass ich gewährleistet haben möchte, dass jeder mit einer ganz anderen Herangehensweise in ein RP-Szenario einsteigt und sich denkt, scheißegal, was passiert, ich vertraue dem mir Gegenüberstehenden so, dass ich weiß, dass wir beide unseren Spaß haben. Das habe ich beispielsweise bei einem Coco. Weil ich ihm vertraue, weil er weiß, was ich für Erwartungen habe und weil ich weiß, was er und seine Leute für Erwartungen haben. Und weil wir genau wissen, egal wie das ausgeht, wir es so spielen, dass wir beide einfach verdammt viel Spaß daran haben. Und das habe ich beispielsweise auch mit anderen Leuten sehr oft. Und genau das muss zu einer Routine werden. Das soll das Normalste auf der Welt sein, was selbstverständlich ist. Man soll nicht irgendwo irgendjemanden in einem Stream sehen und sagen, boah geil, wie heißt er, der macht super RP, obwohl er eigentlich nur das verwirklicht oder das vertritt, was normal sein soll. Und leider kann ich dir aber nicht sagen, wie der Weg dorthin aussieht, außer jetzt beispielsweise das mit dem Wann. Ich würde halt einfach wahrscheinlich jeden Einzelnen, wenn ich die Zeit und den Aufwand hätte und die finanziellen Mittel und sonst irgendwas, jeden Einzelnen, der sich bewirbt, auf den Teamspeak holen, was sie ja eigentlich auch gemacht hat oder andere und den so verdammt mit irgendwelchen anderen Fragen konfrontieren, dass ich weiß, dass er dafür geeignet ist. Wahrscheinlich würde ich ihm, das ist kein Witz, ihn zwingen oder ihn zu fragen, wie es sich anhört, wenn er vor Schmerzen schreit. Und wenn es Leute gibt, die meinen, das kann ich jetzt nicht so oder ich bin mir zu fein dafür, dann raus. Verpisst. Und das ist nicht böse gemeint, wirklich kein bisschen. Dann ist es einfach nichts für dich. Dann spiel doch woanders. Ähm, ja. Ich weiß beispielsweise, dass ein Coco Bay kein Problem damit hätte, den ganzen TS für fünf Minuten lang voll zu schreien. Wenn er mir jetzt sagen, stell dir folgendes Szenario vor, ich ziehe dir jetzt einen Fingernagel oder so, wie würdest du reagieren? Und dann geht's los. Stell dir das und das Szenario vor, wie würdest du reagieren? Spiel es. Ja. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Man muss jeden Einzelnen auf Herzen und Ehre prüfen, um wirklich zu 100% gewährleistet zu haben, und dass du wirklich nur Leute auf dem Server hast, von denen du sicher sein kannst, dass sie genauso agieren, wie du es willst. Würdest du dann, würdest du dann die, ähm, also, ich verstehe das und ich finde es gut, aber du brauchst doch auch Dullis. Also du brauchst doch auch RP-Dullis. Ich meine, wer sonst übernimmt denn dann den, so das Tagesgeschäft? Wie besetzt du denn deine Krankenhäuser oder deine Streifenpolizisten? Korrekt. Das ist etwas, was viele vergessen. Das ist auch gerade, das ist auch etwas, was wir gelernt haben, nachdem unser Bewerbungsverfahren eine Stunde gedauert hat für eine Person. Ähm, tatsächlich. Wir hatten ein-Stundengespräche, ganz am Anfang, weil wir genau den gleichen Anspruch hatten. Das ist aber nicht realitätsgetreu. Das ist nur realitätsgetreu, wenn du auf, ähm, diesen, äh, 32 Slot-Servern mit NPCs spielst. Dann kannst du das machen, weil du eine dynamische Welt um dich rum hast und auch nur 32 Plätze besetzen musst. Wenn du aber 400 Plätze besetzen musst, dann stellst du NPCs ein. Das heißt, du stellst Erpehler ein und du stellst Leute, die nicht die Regeln brechen, ein. Das klingt bescheuert, aber so ist es tatsächlich. Du brauchst die Bewerbung, wo drin steht, mein Vater war Polizist, mein Opa war Polizist, mein Uropa war Polizist, ich möchte Polizist werden. Genau. Und dann sagst du, genau, du bist angenommen, mein Freund, herzlichen Glückwunsch. Und dann geht er ins RP, bewirbt sich als Polizist und dann spielt er den ganzen Tag Polizist. Und dann brauchst du genauso gut die Leute, die sagen, ich möchte schon immer mal Krankenfahrer werden, weil mein Vater Krankenfahrer war und mein Cousin mit einem Krankenfahrer auch zusammen war. Und dann geht er ins RP und dann wird er Krankenwagenfahrer und dann ist alles in Ordnung. Du brauchst diese Bots. Ohne die kann diese elitäre Gruppe von Leuten, die gerade Sätze sprechen können, die können kein RP machen sonst. Ähm, glaubst, also, glaubst du nicht, dass man irgendwie in der Lage wäre, beispielsweise, wenn du jetzt jemanden hast, der irgendein Geschäft bedienen muss oder sowas oder irgendwo in der Kasse steht oder sonst irgendwas, innerhalb dieses, dieses Raumes, wenn genug Leute zur Verfügung stehen, die diese gleiche Angelegenheit irgendwie, ähm, angehen, ähm, dass die sich eine eigene Welt schaffen, sodass es halt nicht mehr so leer vorkommt. Es ist schwer umzusetzen, aber so, dass sie dich trotzdem bedienen oder das machen, wofür sie eigentlich arbeiten, aber trotzdem irgendwie eine Art von RP-Niveau aus sich hinausballern, sodass du weißt, ah ja, ich weiß, was ihr meint, ey, das ist... Nee, ich glaube, die meisten Leute, die diese, diese, diese Fülloptionen machen, hab ich zum Beispiel, aber ich bin noch nicht so lange drauf auf dem Server, hab ich noch keine wirklich harten, negativen Erfahrungen machen müssen. Also bei den Polizisten ist sehr, sehr viel Schmutz dabei, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber so in Krankenhäusern hab ich noch keine negativen Erfahrungen machen müssen. Die sind eigentlich ganz... Also die machen ihren Job gut, weißt du? Die bieten dir als Person, die gutes RP machen möchte, bieten sie dir genau das, was du brauchst. Die machen halt ihren Scheißjob. Ähm, und das ist für einen lebendigen Server meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Das Ding ist... Diese 32 Slot-Server, ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist. Das ist krass. Es ist halt super gefiltert. Das ist halt wie ein... Das ist so ein richtiges Feinsieb. Da kommen wirklich nur Leute drauf, wenn du die richtigen Ansprüche hast, wo du weißt, das sind alles spezielle Menschen. Und da gibt's auch nicht das... Ja, da machst du im Optimalfall noch feste Zeiten. Weißt du? Ja. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Mein Punkt war ein anderer. Die Tatsache, dass du diesen Anspruch hast, Asta, ist ja sehr krass. Und ich... Wenn ich zurückdenke, würde ich halt auch sagen, jo, hab ich auch gehabt. Die Realität ist aber, es gibt Jobs, die sind undankbar des Todes. Taxifahren, du hast mit Taxifahrern keine Interaktion. Ähm, Mediziner, die sind da, damit du dich auf... Die Mediziner sind dafür da, dass du aufstehen kannst und dann sollen die sich gefälligst wieder verpissen. Das ist die Realität. Ist das dein Anspruch an die Leute, an den Taxifahrer oder den Medic? Nee. Oder glaubst du, das ist der generelle Anspruch an die Leute? Das ist der allgemeine Anspruch und ich rede nicht von dem ersten Kontakt mit dem Taxifahrer, der dich das erste Mal durch die Gegend fährt, wo du ein erstes tolles Gespräch hast und dann beweist du allen, wie krass du bist. Ich rede davon, dass dieser Job, wenn er drei Monate gemacht wird von jemandem, nicht mehr so gemacht wird, wie, yo, ah, meine Schulter schmerzt so intensiv und da ist so ein Drahtgestell drin und dann wird, dann wird da die einmalige Situation draus gemacht. Die Realität ist, dass, der hebt dich auf, du sagst, oh, ich hab einen Streifschuss rechts. Der verbindet das, der verschwindet. Das ist die Realität und ich weiß das einfach, ich weiß das einfach zu gut, weil ich selbst in dieses, weil ich selbst da reinfalle. Ich hab auch keinen Bock, mit einem Mediziner zu reden, wenn der, wenn ich aus einer spannenden Situation rauskomme und dann muss ich mit dem reden und mein Bein ist kaputt. Ach so, ja. Mein Bein ist verdreht, so, ach scheiße. Da will ich halt nicht mit dem reden, sondern ich will zurück in die Situation. Und das ist ein, und dann kriegst du, wenn du das weißt, kriegst du Leute nicht in diese Jobs. Du kriegst Leute kurzfristig in diese Jobs, aber wenn die merken, dass das so ist, dann verpissen die sich wieder. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber auf Homesack gibt es Müllfahrer. Ja, es gibt, wie heißen die? Müllwagenfahrer. Ja, den hatte ich auch mal. Die fahren, die fahren, die fahren und entleeren Mülltonnen. Und das, also die fahren von Mülltonne zu Mülltonne und machen die leer. Caretaker, ja. Das, das, also das ist alles. Ja. Und ich habe einen Überfall davon miterlebt, also ich war nicht live dabei, aber ich habe das in einem Stream gesehen, weil mir jemand gesagt hat, das musst du dir angucken. Wenn du über, wenn du über deutsche RP-Qualität sprechen möchtest, dann musst du dir das angucken. Und der Überfall war ungefähr so. Ja, nehmen sie die Hände hoch. Okay. Und jetzt aber keinen Mucksen, sondern sie beschießen mit dich. Ja, okay. Und dann wurden die über, dann wurden die überfallen, dann sind die zurück in den, in den Wagen gestiegen und dann sind die weitergefahren. Das war tatsächlich sogar ein besserer Ausgang als bei mir. Cool. Als, als ob fucking nichts passiert wäre. Als, ob nichts passiert wäre. Die sind weitergefahren und haben sich dann wieder unterhalten. Ja. Also wahrscheinlich über, über Butterbrote unterhalten. Und ich denke mir so, okay, das sind also Leute, die sitzen vor ihrem Rechner und die fahren zwölf Stunden lang jeden Tag mit einem Müllwagen von Mülltonne zu Mülltonne und entleeren die. Und das war's. Ich muss mir mal, ich bin gerade immer noch in diesem Farming-Ding. Ich muss unbedingt, ich muss mal mit jemandem von State Five sprechen und ich muss das mal ausprobieren. Ich will wissen, ob die da wirklich so krank farmen. Ob das ein Farming-Server ist. Ich wusste es, ich, jedes Mal, wenn ich es sehe, sehe ich irgendwen, der Plastik mit Metall verbindet und dann ein, ein, ein Pferd schmiedet oder irgendwas anderes. Ich muss mir da wahrscheinlich überhaupt das zusammenzufarmen. Also gibt es irgendwas Geiles, was es auf einem anderen Server nicht gibt? Weißt du? In dieser Hinsicht? Also, was hast du davon? Was hast du krass davon? Auf State Five? Hm? Du hast deine scheiß Ruhe. Du hast keinen mit roten Haaren, der auf dich zukommt und sagt, nehmen Sie Ihre Hände hoch. Das ist aber wieder etwas, wo ich nicht sicher bin. Was, was, wenn, das ist ein populärer Server. Also es ist jetzt, das, so wie ich es gerade gesehen habe, ist das wohl auf Niveau von, äh, Home State? Von der Größe? von der, von der, von der Anzahl der, der Mitglieder, aber ich glaube nicht von der RP-Qualität. Überleg doch mal folgendes, ich, ich, wir sprechen mal wieder von einem fiktiven Szenario, ja? Mhm. Sagen wir mal, es gibt auf, es gibt auf einem fiktiven Server, gibt es, äh, eine, einen, einen fiktiven Punkt, wo man Sachen verarbeiten könnte. Ja. Und, äh, da steht dann deine, deine Crew und die verarbeitet gerade ihren Scheiß. Dachschrott sammeln und jetzt schmelzen die das zusammen. Ja. Und dann kommt eine fiktive Person mit bunten Haaren und überfällt. Die Leute, die, die dort stehen. So, was, wie reagierst du, wie reagierst du, wenn du, wenn du Farmer-Appealer bist und deine Scheißruhe haben möchtest? Richtig. Du schießt die Person über den Haufen, weil du darauf vorbereitet bist, dass so jemand kommen könnte und dann farmst du weiter. Und das war's. Und ich glaube, das hast du auf State Five nicht. Da hast du halt niemanden mit roten Haaren, der kommt und dich überfällt. Das hast du da nicht. Du hast deine Scheißruhe. Du kannst deine, deine World of Warcraft MMO Instanzen und schnaufen. Das weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, ähm, ich glaube, um das richtig einschätzen zu können, musst du es halt selber mal erleben. Und ich kenne leider kein, also, ich kenne leider, oder ich kenne keinen großen Streamer, der auf diesem Server spielt. Ich kenne nur die, die Mikro, Mikro-Partner, die dann halt damit... Ich kann, also, wenn du willst, kann ich hier mal beim Jobcenter Marzahn-Hellersdorf anrufen. Da gibt's bestimmt Leute, die eingetragene State Five-Streamer sind. Aber die fahren halt den ganzen Tag. Ich werde mal gucken, dass ich mit dem mal... Ich muss mal dann nach hier, nach dem Talk, muss ich da mal hin mit dem schnacken, vielleicht. Ähm, ich... Wie gerade vor mir ist, gibt's solche Situationen, aber nicht die Regel. Hier, hier, es gibt ein... Anscheinend gibt's ein State Five-Twitch-Account, der auch großzügigerweise Sub bei mir ist. Das find ich ja sehr gut. Ähm, denn Twitch Prime ist kostenlos. Aber der war Hartgeld bestimmt. Äh, das war Hartgeld, sehr gut. Und, äh, ich werd danach mal, ich werd da, ähm, ich komm mal zu, ich komm mal zu euch. Und dann, ähm, guck ich mir das mal an. Ähm, äh, also vorher noch mal aufräumen, vielleicht auch eins, zwei Bands aussprechen, bevor es umgang geht. Nee, Spaß. Aber ich guck mir das mal an. Ähm, Ich hab übrigens State Five, ich hab mich auch bei euch beworben, weil ich die... Also, was heißt beworben? Äh, ich hab auf... Also, die Fragen, die man beantworten muss, um bei euch auf den Server zu kommen, die kann man sich ganz bequem auf den zweiten Bildschirm packen. Ich war... Also, ich spiele nicht mehr auf State Five, weil ich, äh, fünf Minuten Ingame war und keine Ahnung habe, wie ich mich überhaupt bewege. Ja? Aber ich war auf dem Server, ich bin, glaub ich, immer noch auf dem Server drauf. Ja, ich nehm dann einfach Chaos Account. Ähm, der hat auch schon, der hat auch schon ein Motorrad geliehen, aber ich weiß nicht, wo das steht. Oh Gott. Ähm, ja, okay, ne, Spaß beiseite, ich guck mir das mal an. Also, ich will das jetzt, ich will das auch nicht unnötig schlechtreden, wenn man keine eigene Erfahrung gemacht hat. Wenn du die Erfahrung schon gemacht hast und das nicht so gefällt, okay, aber, ähm, Das ist, glaub ich ... Nee, ich brauch nicht, war fünf Minuten, Alter, ich hab überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann mir das nur so vorstellen, weil ich glaube, wenn der Server in irgendeiner Form eine RP-Dynamik hätte, dann wären das Streamer, die regelmäßig ihren Teil verteilen. Mhm, 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 ähm, wir waren bei Idealvorstellungen und da hake ich noch mal ein, weil ich, glaube, angesetzt habe, dass diese Jobs, die du machst, auf lange Zeit einfach nicht von Leuten bedient werden können, die krass im, krass im Roleplay sind. Weil Leute, die krass im Roleplay sind oder die, ähm, die Spaß machen im Roleplay, machen am meisten Spaß, wenn die nicht hinter einer Kasse bei einem Supermarkt stehen. Sondern, oder, oder irgendwie, sondern die wollen halt viele Facetten gleichzeitig erleben. Asta. Mir schreibt, mir schreibt gerade übrigens jemand, äh, auf Discord, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zwischenwurf. Ja. der macht jetzt sehr gutes RP auf, auf Homestate und der hat geschrieben, er war vorher auf, ähm, State Five und er hat dann nach ein paar Wochen aufgehört, weil er keine Lust hatte, nach der Arbeit zu arbeiten. Ja, da würdest du in die Richtung gehen, ja. Okay. Ja, ich hab's halt, aber das ist ja immer wieder ein subjektiver Eindruck. Ich muss mir das mal angucken. Ähm, ist ja nicht schlimm. Ähm, ähm, das, 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 ein großes Problem ist auch, ich weiß nicht, wie wir das wahrgenommen haben, ganz am Anfang und ich weiß auch nicht, wie das teilweise, ähm, umgesetzt wurde. Es ist, das ist auch so ein Farming-Problem, wenn du neu auf so einen Server kommst und ich glaube, Karl kann ein Lied davon singen, hast du erst mal keine Möglichkeit, an Geld zu kommen, außer du steigst tatsächlich in einen LKW und sammelst Schrott. Und warum hast du keine Möglichkeit? Weil die etablierten Jobs, die sind, wo dann Wartezeiten von bis zu acht Wochen sind. Pfff! Ja! Das ist kein Joke. Der Kopfschritt bei dir beispielsweise, war das nicht so da? Oder bei den Medics? Die Mediziner haben eine Wartezeit auf, ähm, Homestate von acht Wochen. Ne, schlimmer. Schlimmer mittlerweile, schlimmer. Ich wollte mich, ich wollte mich mit Michael als, als Heilmediziner, äh, bewerben, dass ich für Schmerz, als ich als Schmerzpatient, Schmerzpatienten behandle, weil ich mir das sehr lustig vorgestellt hätte, temporär zumindest. Und dann wurde mir gesagt, du musst du erst mal für Studieren gehen und danach ungefähr zwölf Wochen. Das ist ein Rie... Das ist gut, dass du es ansprichst. Das verfickte deutsche Bürokratiesystem auf deutschen RP-Servern. Dann habe ich gesagt, ich bin studiert. Ja, ist hier, ist nicht anerkannt. Keine Anerkannt. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber ich bin, aber ich bin 46 Jahre alt. Wieso soll ich jetzt noch zur Uni? Ja, ist ja eine Herausforderung. Dass du da irgendwie fünf Module durchgehen, die dann ein Modul die Woche und dann kriegst du auf Krampf irgendwie zwei Stunden vorher eine E-Mail geschickt. Also das... Also das ist... Ich möchte das nicht kritisieren, weil es bestimmt eine Daseinsberechtigung hat, dass solche Systeme implementiert sind, weil es ansonsten bestimmt Personen gäbe, die das missbrauchen würden. Ich glaube, keiner von uns dreien gehört zu dieser Art von Personen, die das missbrauchen würden. Aber ich glaube, es gibt genug auf diesem Server, die das missbrauchen würden. Deswegen musst du solche Barrieren implementieren, aber so als jemand, der wirklich nur RP machen möchte und der sich denkt, okay, da gibt es bestimmt lustige Situationen und ich möchte halt wirklich keinen Schrott sammeln, wäre es schon sinnvoll, das ein Stück weit zu beschleunigen. Aber du kannst... Du kannst... Wenn wir vom Missbrauch sprechen, müssen wir sagen, wenn der Spieler das Problem ist, dann musst du den Spieler zur Verantwortung ziehen. Und wenn du solche... Also wenn du die Zugangsberechtigung nach unten schraubst, damit Leute, die kreativ sind, wie Asta gesagt hat, Leute, die wollen, Leute, die Bock haben, damit sofort anfangen können, dann musst du halt in Aussicht stellen, dass wenn das gemacht wird, um sich mutwillig irgendwo zu bereichern, dass die dann halt gegangen werden. Dann musst du sowas unter Strafe stellen. Und ich meine nicht von wegen, du bist irgendwann korrupt, sondern wenn nachweislich der Gang zu diesen Jobs nur genutzt wird, um Blödsinn zu machen, dann fliegst du vom Server. Aber wäre das nicht eine Bevorzugung, die dann von sehr, sehr vielen auch missinterpretiert werden könnte? Ich meine, du kennst ja das sogenannte Twitch-Affiliate-Streamer-Problem, oder? Dass Affiliate-Streamer sich immer benachteiligt fühlen gegenüber Partnern. Jetzt gehen wir davon aus, dass ein, sagen wir mal wieder, ein fiktiver Streamer, der RP-Talk-Runden veranstaltet auf seinem Kanal mit über 5000 Zuschauern, dass dieser auf einem RP-Server angenommen werden würde und die Prozesse würden quasi im Supersonic-Prozess abgehalten werden. Das ist bei mir, ehrlich? Ganz ehrlich? Ja, ja. Das ist bei mir und bei jedem Server so. Das liegt aber nicht daran, das liegt aber nicht daran, dass ich sage, ich will besonders bevorzugt werden, sondern das liegt daran, dass ich seit, wer weiß, vielen Jahren jeden Tag unter Umständen halt bewiesen habe, dass es funktioniert und dass das okay ist. Nee, ich meine damit nicht noch, ich meine damit noch nicht mal das, was jetzt hier auf Homesale passiert ist, weil das war ja RP-technisch auch sehr, sehr geschickt. Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine, ich versuche zu erklären, dass wenn die Bewerbungsphase beziehungsweise diese Identifizierungsphase dient dazu, damit jemand Fremdes jemand Fremden einschätzen kann. Ne? Mhm. Der Grund, warum das bei mir nicht mehr passiert, ist, weil die alle meinen Stream gucken. Ja, das ist richtig. Ja, also, so, so ein Ding wird das. Ja, aber was ich damit konkret gemeint habe, ist, dass du nicht nur, also natürlich musst du keine Bewerbung schreiben, ich glaube, niemand, niemand ab einer gewissen Größe musst du eine scheiß Bewerbung schreiben. Ja. Aber, so dieses, okay, du kommst auf den Server, gehst dann diese Whitelisting-Einreise und danach gehst du zum Polizeidepartement und kriegst direkt deinen Job. Das meine ich, so ein Ding. Das hatte ich leider auch nicht, ey, und ich wünschte, ich hab's gehabt. Ich musste drei Tage warten, bis ich Juri getroffen hab. Ja, ich weiß, ich weiß, du hast ja so, wie so eine Lachsroser Gang wolltest du gründen, weil du so verzweifelt warst. Aber, aber wenn, oder hier, ja, ich glaube, Lachsroser oder sowas, das ist doch egal, die Lachsrosan. Wenn du, wenn du diese, diese Barriere nicht drin hättest und das sofort kriegen würdest, dann würden sich sehr, sehr, dann hätte der Support, die, die Supportleitungen würden qualmen, Bruder. Weil dann wird nämlich Twitch-Affiliate-Streamer XY kommen und sagen, ich bin jetzt seit drei Wochen in der Bewerbungsphase und nur weil er Partner ist, oder, oder noch schlimmer, ich bin auch Partner. Oder sowas. Das ist scheißegal. Meinst du, ist das scheißegal? Ich glaube, als Projektleitung wäre mir das nicht scheißegal. Ich war schon Projektleitung, es war mir scheißegal. Ja, dir. Leute, Leute rufen sehr schnell, ich glaube, Schlo hat das vorhin geschrieben, der ist nicht mehr auf Toilette, der hat eine fragwürdige lange Zeit auf Toilette verbracht übrigens in diesem Stream. Ähm, gute Besserung. Das Ding ist, du kannst dich davon verabschieden, es allen recht zu machen. Hör dir an, was Asta gesagt hat. Asta hat gesagt, bann 80% der Leute. Weißt du, was passiert, wenn du so viele Leute bannst? Nee. Die erzählen rum, dass du der schlechteste Server der Welt bist und dann kommt ein Streamer wie du und dann sagt er, ich hab gehört, das ist der schlechteste Server der Welt. Ja, das stimmt. Was meinst du mit so einem Streamer? Meinst du so eine alte Meckertante wie mich, oder was? Nee, einfach jemand, der davon gehört hat. Was haltet, was haltet ihr denn von dem Konzept, dass man sich Leute auf den Server holt, die man braucht? Ja? Wenn man quasi als Projektleitung sich hinsetzt und quasi den Status Quo bestimmt und sagt, okay, wir haben zu viele Gangs, wir haben keine fähigen Polizisten, wir brauchen Polizisten und zwar fähige und zwar schnell. Das heißt also, man wirbt bewusst Leute an, die das machen können oder man guckt in den Bewertungen durch und man hört, okay, da ist der Papa war Polizist, der Opa war Polizist, das könnte ein Polizist sein, dann hole ich den aufs Team Speak, ja, und dann spreche ich mit dem und sage dem, okay, hast du RP-Erfahrung, wie lange hast du schon sowas mal gemacht, wie machst du das und dann, zack, auf den Server, sofort die Marke in die Hand und mach dein Ding. Hast du das? Ja. Was meinst du? Ist das eine gute Idee? Es ist, du musst, wenn du beispielsweise, also wir können das Thema verwenden und einfach mal, nehmen wir mal an, der Server wird gerade erst eröffnet, so, wo du halt darauf, wo du darauf angewiesen bist, irgendwelche Leute am Start zu haben. Ähm, es ist richtig, es ist egal, wenn du dir dein, also, wie du, wie ihr gesagt habt, du kannst es niemandem recht machen und es wird nicht funktionieren und entweder ziehst du den ganzen Scheiß-Hate auf dich von Leuten, die nicht die Ahnung besitzen, was du da eigentlich vorhast, um irgendwas zu gründen, was vielleicht anderen Leuten Spaß macht, auf eine andere Art und Weise, dann, dann musst du das wahrscheinlich, so wie es bei euch ist, ihr müsst das in Kauf nehmen und ihr nehmt das in Kauf. Und es wird nicht viele Leute geben, die vielleicht das schätzen, aber die, die es schätzen, die fühlen sich dann wohl und, und, und bieten vielleicht eine, eine gewisse, gewisses Potenzial an der P, die halt irgendwie auch, zum Beispiel dir beispielsweise gefällt oder anderen und wo du dann denkst, okay, wir sind zwar ein kleiner Kreis an Spielern, weil auch nicht viele da raufläuhen, aber, wenn wir diesen kleinen Kreis bilden, aber nur von richtigen Leuten, wenn wir nur einen kleinen Kreis von Polizisten haben, ähm, zumindest am Anfang, dann ist das okay. Du bildest dir deine eigene Atmosphäre, du bildest dir deine eigene, das eigene Habitat und dann wirst du auf dieses Habitat aufbauen können und dir gleich, also die leichte Entscheidung treffen können, okay, ist der was da für den Polizeidienst oder ist er was, ist er nicht zu dem Polizeidienst? Und wenn du, wenn du der Meinung bist, dass er nicht zu dem Polizeidienst ist, dann lass ihn nicht warten und hau ihn einfach raus und sag, nein, das wird nicht. Egal gemessen an welchen Faktoren, das weiß ich jetzt nicht, an welchen Faktoren ihr das messen würdet. Übrigens, ja, sprich zu Ende, sorry. Das war's. Okay. Das wird schon gemacht übrigens. Okay. Das machen, also die Leute, also ich weiß, dass, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als es so war, dass beispielsweise bei Homestate Aufnahmestopp war für Gangs. Ja, ja. Auch wir hatten damals Aufnahmestopp für Gangs. Aber ganz ehrlich, der Aufnahmestopp für Gangs, der ist halt wirklich, also wir sprechen hier von diesem Aufnahmestopp für Gangs. wenn in dem Google Doc-Dokument drinsteht, Hallo, mein Name ist Buri, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Brooklyn, New York und ich kenne nur Kriminalität mein Leben lang, nur Kriminalität, nichts anderes als Kriminalität. Die Straße hat mich zu dem gemacht, was ich bin und Los Santos wird mein Messer spuren. Wir sprechen von so einem Aufnahmestopp, ja? Ja. Das ist ja kein Aufnahmestopp für Crime-RP. Ja, Crime-RP bedeutet ja auch, dass eine Kiffernase auf den Server kommt, die Marihuana verticken will. Das ist ja auch Crime-RP und das hat auch Gangpotenzial. Wir sprechen hier wirklich von einem Aufnahmestopp für Leute, die nicht gerade ausdenken können und die auf dem Server sind, um Leute Hurensohn zu nennen und denen eine Pistole ins Gesicht zu drücken. Gab's da Konsequenzen? Ich hab gehört, es wurden Regeln geändert bezüglich der Qualität, dass die Serverleitung sich vorbehält, Leute auf Basis von minderer Qualität zu bestrafen oder zum Verlassen zu zwingen. Sehr gut. Also ich mein, ist das so? Ich hab's nur im Chat gesehen. Ich hab sehr lange auch nicht mehr ins Riegelwerk geschaut. Das war Sonntag, die Regeländerung war Sonntag und ich sag mal so, ich glaube auf dem Server ruhte noch sehr viel mehr Schmutz, als wir jetzt wahrnehmen konnten und der wurde rausgeknattert. Aber so von dem, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist krass, dass der jetzt raus ist wegen dieser Regeländerung, davon hab ich noch nix bemerkt. Okay. Vielleicht wurden Farm-Appealer gekickt, ich weiß es nicht. Vielleicht wurden wirklich diese Farm-Appealer gekickt, die 18 Stunden lang jeden Tag Schrott sammeln. Glaube ich nicht. Ob das halt mangelnde RP-Qualität ist. Wer weiß. Also ich nehm das auch nicht wahr, ne? Also ich weiß, ich weiß nicht, ob das konsequent durchgezogen wird. Ich hab ja mit denen, also ich spiel ja nicht mit denen so großartig zusammen. Ich nehm es nicht wahr, auf keinen Fall. Kann aber sein. Und wenn's so ist, dann ist das verdammt gut. Natürlich. Ja, find ich auch. Ja. Also ich zum Beispiel, ich hatte, es gab ja auch diese Debatte mit den Support-Gesprächen über Homestate, ne? Dass da gesagt wurde, dass man das nicht nach außen tragen dürfte oder die Inhalte nicht besprechen dürfte oder sonst irgendwas. Ich hatte schon drei Support-Gespräche und die waren alle drei super in Ordnung. Also die waren alle drei auf nem Level, wo mir keiner gesagt hat, sprech da nicht drüber oder kritisier nicht oder sonst irgendwas. Bei mir war das alles produktiv und super. Also ich hab eins gehabt, da war, ähm, da war das auch so. Ähm, ich hab aber auch, ich war auch einmal im Support und mir wurde halt dreist in die Fresse gelogen, so. Also ich geh zumindest aktuell, der Stand der Dinge ist, dass mir halt dreist in die Fresse gelogen wurde. Ja, das ist aber auch einfacher als dir die Wahrheit zu sagen. Du bist zwei Meter groß, Bruder. Ja, aber im Internet bin ich halt, im Internet bin ich, drei Meter, im Internet bist du sechs Meter. Im Internet bist du fucking, im fucking Eis-Golem. Also, das, das war, sind halt verwirrende, verwirrende Sachen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich in die Ecke gedrängt fühlen oder denken, sie machen irgendwas besser. Ähm, ich, ich bin halt mehr verwirrt. Ich hab halt die Befürchtung, dass die nicht sehen, also eigene Vorstellungen haben und so ist gut, ne. Aber ich hoffe, Leute zeigen denen, was bei GTA Live abgelaufen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Teile dieser, ich weiß, dass die Support-Leitung das mitgekriegt hat, damals. Ähm, weil ich weiß, dass der den Stream geguckt hat. Aber ich weiß nicht, warum man die Parallelen nicht erkennt. Die Parallelen sind halt eklig. Weil Menschen arrogant sind. Menschen sehen Dinge und sehen nicht, dass die, die allgemeine Kernproblematik dieser Aktion, sondern sie sehen diesen einen Fehler im Detail, der gemacht wurde und für sie ausschlaggebend ist für das Endresultat. Und dann sind die meisten Menschen, gerade in Projektleitungspositionen, arrogant genug zu denken, dass sie diesen, diesen Detailfehler korrigieren können und damit die Gesamtsache im Kontext nicht nur relativieren, sondern sogar gut machen können. Also die sehen das nicht. Ich, ich bin verwundert. Ich war in dem Gespräch drin, ich war tatsächlich in diesem Swordwatch-Gespräch, ich hab mir nur ganz kurz angeschnitten, sag mal, dass sie Pandoras Büchse aufgemacht hat mit diesem Cyborg-Scheiß, also mit diesem Reviving-Scheiß, das seht ihr schon, ne? Und dann wurde mir dreist gesagt, nee, das ist was ganz anderes. Natürlich. Aber, aber, und dann, dann sitzt du hier, dann sitzt du da und denkst nur, hä? Du kannst halt, du kannst halt Parallelen aufmachen und nur weil die, also das ist halt, das ist halt super kritisch, Alter. Nur weil du ein Video gedreht hast, wo in dem Video ein Szenario erklärt wird, wieso nach zwei oder drei Monaten, wieso nach zwei oder drei Monaten ein bestimmter Charakter zurückgenommen wird und auf einmal gesagt wird, ja, das war nur wegen Meta und nur wegen Regeln. Bruder, diese, das, dieses Szenario ist so irre und jetzt gehen halt Leute, jetzt werden halt Leute reinweise aus dem, aus diesem, ähm, jetzt fallen halt rein, reinweise Leute, wie du vorhin gesagt hast, aus diesen, ähm, Anstands- oder mit diesen Discord-Regeln oder diesen, ähm, wie, wie, was sind das für Regeln? also dieses, die werden halt gebannt, weil sie Scheiße erzählen irgendwo. Es gibt Leute, die gebannt werden, weil sie die Projektleitung mit Hitler verglichen haben, was ich gerechtfertigt finde. Grüße gehen raus an Arthur. Der Spruch war ja anders, ne? Er hat gesagt, nee, er hat irgendwie gesagt, ähm, nee, was hat er gesagt genau? Nee, der hat gesagt, ich glaube, der hat einfach nur gesagt, Hitler war auch mal Projektleitung und ich habe ihn dann gefragt, ich sage, Bruder, also, also Bruder. der Kontext war schon gemein so. Ich sage, Bruder, das, also, Hitler, und dann hat er gesagt, nee, pass auf, das war so gemeint, Mann. Ich habe gesagt, dass wenn man die Position, die Adolf Hitler innerhalb der Bundesrepublik, das war ja keine, innerhalb des Deutschen Reiches inne hatte, ist gleichzusetzen mit der eines Projektleiters. Das heißt, damals hätte man ihn auch Projektleiter, das war gar nicht, und ich habe gesagt, Bruder, das war aber saudumm ausgedrückt. Das war klangschwierig. Er wollte noch was ergänzen, aber dann wurde seine erste Dinge schon gelöscht und wurde rausgehauen. Ich habe mich auch mit ihm danach unterhalten. Ja, aber die Ergänzung war jetzt nicht unbedingt besser. Ja, ich habe es ihm auch gesagt, das war einfach dumm. Ich habe es ihm gesagt und er weiß es auch. Egal, was du versuchst zu erklären, verwende einfach nicht Hitler. Ja. oder, also, in dem Kontext, das kann nicht gut sein. Einfach nicht. Und es hat er auch begriffen. Und, ja. Ich denke, bei ihm sollte man, halten lassen und eventuell aufgrund der Qualität, das er schon eigentlich ganz gut gemacht hat, vielleicht mal. Hat er gehört, wieder auf den Server. Ja, ich glaube auch. Also, ich will jetzt hier keine Lanze brechen und mich in irgendwelche Entscheidungen einmischen, aber wenn, in jedem Kontakt, die ich mit diesem komischen Boten hatte, war super lustig. Allgemein, die ganze Don-Ronny-Sache ist mega unterhaltsam. Ja, finde ich auch. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass bei mir da so viele, so viele inhaltliche Stränge kaputt gehen aufgrund dieses Bands, das ich sehr traurig finde. Und man sollte als Projektleitung auch, ich meine, Kefka gehört auch dazu. Kefka hat ja diesen, Kefka spielt ja Dean. Kefka ist super. Diesen Pfirsich, also Ingame Pfirsich. Und die machen einfach so unglaublich gutes RP zusammen. Das ist so erfrischend und so gut mit denen zu spielen. Das macht so viel Spaß. Da sollte man als Projektleitung meiner Meinung nach, und das ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur eine Empfehlung, sollte man gucken, dass man die Leute, die wirklich für Qualität auf dem Server sorgen, wegen solchen Bagatellen nicht permanent ausschließt. Ich meine, ich kann das verstehen. Dann muss man sich zur Seite nehmen und muss denen sagen, okay, Freunde, wir respektieren dich, du machst gutes RP. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, bitte tritt an uns heran. Der Spruch war bescheuert, dafür kriegst du jetzt eine Verwarnung. Und zukünftig gehst du mit dem Kritik zuerst an uns, bevor du den irgendwo anders von dir lässt. Insbesondere on Air. Und dann sage ich, okay, das ist in Ordnung. Bruder, das ist in Ordnung. Damit baust du als Support oder als Projektleitung eine Brücke zu der Person, die kritikwürdige Dinge äußert. Und du machst ihm klar, dass es in Zukunft zu einem Ausschuss kommen könnte. Und so wie ich jetzt Arthur oder Roleplay Wahl genommen habe, ist er jemand, dem das im Nachhinein sehr leid tut und der sehr viele Dinge überdacht hat, eben weil er weiterhin Bock hat, da RP zu machen. Und ja, da sollte man, also ich möchte da schon eine Lanze brechen. Also ich würde da, ich würde da, ich würde da nochmal drüber nachdenken. Ich glaube auch, dass der Grund, also ich versuche kurz mal zu erklären, wieso die großartig sind, weil die Verbrecher spielen, die entstanden sind und die aufgebaut wurden, um zu verlieren. Also das sind Verlierer-Gangster. Das sind die einzigen oder eine der wenigen Gangster, die gesagt haben, die sind so trottelig, dass die verlieren. Und du merkst das bei der Interaktion, dass du die, dass, dass du die, dass, dass die das so machen, mit dummen Sprüchen, mit, auch, mit, mit einer, auch mal mit einer Beleidigung. Aber die, diese, du lässt die dann halt auch mal gewinnen. Weißt du, wie witzig das ist, wenn die gewinnen? Ich kann mich noch, ich kann mich immer noch erinnern, wie, wie der Scheiß, äh, hier, Stefano mit Scheiß, äh, Juri in die Bank gegangen ist und der den umgehauen hat und ich lag lachend auf dem Boden. Weil ich wusste, dass die Typen die übelsten Verlierer sind, aber dass der in dem Moment gewonnen hat, war einfach das lustigste, das lustigste Szenario überhaupt, weil ich wusste, wie Juri darauf reagiert. Aber auf den Trichter, aber auf den Trichter kommen die mittlerweile alle. Ne? Auf diesen Trichter, dass du Dullis, die bereit sind, zu verlieren, weil das mach ich ja nicht anders. Ich mach ja, ich bin ja ja nicht, um zu gewinnen. Ich weiß ja, dass ich alles verlieren werde, was ich mache. Also ich glaube, also ich bin, glaube ich, der dümmste Charakter in Game auf diesem Server. Ich hab, ich hab, ich hab Aster letzte Woche irgendwie eine Münze gegeben, für die hätte ich, da hätte ich vier Wochen von leben können. Und ich hab die mir gegeben, weil er halt einen guten Spruch gebracht hat, der passend war und dann kriegt er die und dann ist es in Ordnung und dann verliere ich, aber es ist lustig. Ja. Und das merken auch die Gangs. Also gestern Abend war eine Situation, wo ich mich einfach kaputt gelacht habe, weil wir in so einer Kontrolle waren, weil die uns angezeigt haben. Also ich hab halt einen Polizisten, der mag mich, glaube ich, der mag mich nicht. Also mein, also mich, im Real Life mag der mich nicht und der fährt mir halt den ganzen Tag hinterher. Warte, was, nochmal, was hast du? Na, ich hab, ich hab einen Lieblingspolizisten. Der hat Satelliten und der weiß, wo ich bin und Oh nein. Warst du schon im Support? Bitte? Schon im Support gewesen? Nee, der ist, der, ey, der ist dumm wie eine, der ist dumm wie eine Trockenpflaume. Deswegen macht das, es ist extrem lustig. Ach so. Also. Ja, das ist halt, das ist halt so ein Ding. Zum Beispiel, ich stand halt vor dem, weil er mich, weil er gesagt hat, ich hätte ein Auto angefahren und hätte den da geschrammt und dann hat mein Hund angefangen zu bellen. Dann hab ich mitgebellt und zwar so lange, bis der gegangen ist. Und das ist halt sehr witzig. Weil der damit nicht umgehen kann. Das ist halt jemand, der, der will auf Kampf gewinnen. Du hast, du hast einfach angefangen zu bellen? Nee, pass, ich hab, gibt's ein Clip von mir, ich schick dir das mal. Sag mal her. Was ist der Content? Du musst dir halt vorstellen, das ist halt jemand, der, der möchte, der möchte gewinnen und der mag mich nicht und, und deswegen ist es sehr witzig. Ich, ich schick's dir im Discord, ja? Ja, mach mal. Teile mit, dass du schon sechs Monate in der Steilarme bist, trauten, du wirst. Warte, warte, warte. Ich zeig das auch gleich aus meinem Stream. genau. Und stopp. B. 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 Das ist ja großartig. Ja, das ist großartig gewesen, aber, äh, weißt du, solche, solche Menschen, äh, da war gestern wieder so eine Situation, weil wir haben halt versucht, irgendeinen zu überfallen, weil wir halt irgendwie an Kohle kommen mussten und, ähm, dann, dann standen da auf einmal wieder sechs Polizeiwagen und dann kam, dann kam halt Frank vorbei, mit Wagen ohne Nummernschild und, und, und rief dann so, ja, wenn ihr hier weg wollt, dann steigt ein. Und dann bin ich da eingestiegen und ich hab halt fucking keine Ahnung von, von normalen Sachen und dann hat der mir eine Waffe gegeben und hat gesagt, wir lenken die jetzt ab, wir fahren da jetzt vorbei und du schießt einfach in die Luft und dann hab ich halt so im RP gesagt, so, 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 oh Gott, hab ich getroffen und er so, nein, du sollst vorbeischießen und ich so, ich hab auf PD 65 gezählt. So, entstehen halt extrem lustige Situationen, eben, weil du ein Dulli bist, weil du verlieren willst und dann lassen die dich gewinnen und das ist köstlich. Ja, also, das Best, also, ich glaube, das wird unterschätzt. Ich glaube, man kann, ähm, ähm, man kann super viel Spaß damit haben, wenn man, wenn man Verbrecher ist, aber du, also, so ein, weiß ich nicht, so die, die, ähm, die Kevin allein zu Haus Verbrecher, ja, die, äh, feuchten Banditen mäßig. Du kommst halt irgendwo rein, du kriegst auf die Fresse und das ist das Unterhaltsamste des Todes und du entwickelst dann halt auch Sympathien für diese Leute und ich merke, ich hab das halt, du hast das so schnell gemerkt bei dieser Don-Ronnie-Scheiße. Weil die sind halt Verlierer, aber wenn du sie gewinnen lässt, lass du dich tot. Weil die denken, sie sind die krassesten dann mit ihrem RP-Charakter. Ja, aber das funktioniert auch nur mit Leuten, die mitdenken können. Zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, war auch dieser, dieser Ronny, vor ein paar Tagen wollten die Schutzgeld von mir haben, ne? 60 Dollar oder 20 Dollar wollten die haben. 20 Dollar Schutzgeld. Wenn du das mit Leuten machst, die nicht offen sind für Verlierer-LP, dann sagen die, du hast doch nicht mehr alle, ich rufe die Polizei oder ich schicke einen Dispatch oder ich hole einen Gang oder ich kloppe die zusammen oder sonst irgendwas. Oder aber, du machst daraus eine Situation, wo du dann halt so ein Schutzgeld verlangst für den Weg zum Bankautomaten, um dann diese 20 Dollar abzuheben. Ja. Das ist halt, das ist halt Verlierer-LP, das Spaß macht. Ja. Und da gibt's, also so ein, da gibt's nur sehr wenige, die das machen, weil die meisten Kriminellen sind halt eher so auf dem Level, ja, du kannst mir jetzt entweder einen Joint abkaufen für 200 Dollar oder ich nehm deine komplette Stütze. Ja, okay. Ja. Schmutz halt. Dann machen wir das jetzt mal. Ist halt Schmutz. Ist halt oft leider, also ich stimme, ich stimme Johnny zu. 80 Prozent muss weg. Einfach mal schnipsen, 80 Prozent, hast ne größere, hast ne bessere Quote als Thanos selbst. Ich weiß nicht, ob 80 Prozent. Ich weiß, das kann ich sehr schwer einschätzen. Habt ihr wahrscheinlich. das war, das war nur dahergesagt. Also ich weiß nicht, was das jetzt irgendwie. Ja, aber so große, große Summen. Ja, es ist wirklich ein sehr großer Teil, ja. Ja, sehr, sehr großer, sehr großer Bereich. Also ich würde, ich würde dir einfach alle ins Teamspeak holen und die Frage stellen, was ist mit eurer Waffe? Und alle, die sagen, immer geladen, Dicker, sofort weg. Sofort. Ich bin sicher. Ich muss sagen, die exemplarischste Situation, das diesbezüglich, ist einfach, da gucke ich immer wieder deinen Clip an, du musst immer wieder lachen, wo die Sache eskaliert ist irgendwo und du hast dich mit deinem Charakter hingelegt und dieser Typ macht sich die Mühe, deinen offensichtlich bewegungsunfähigen, unfähigen Charakter nochmal abzustechen. Ach, hinlegen ist nicht, meinst du? Das ist, das ist, das ist ein exemplarisch, das ist der exemplarische Schall, das ist das exemplarische Problem. Das war köstlich, das war, da habe ich aber auch komplett 4000 Dollar verloren, weil mein Charakter hatte ursprünglich den Grundgedanken, dass er Banken nicht vertraut. Das heißt also, ich bin auf den Server eingereist, hatte meine 4000 Dollar, habe alles, habe alles auf Krampf abgehoben. Oh, war es wirklich? Und dann, und dann kamen die halt und wir wollten, pass auf, die Situation war so, wir wollten ins Unicorn, weil, weil irgendeiner gesagt hat, da ist ein Stripclub, da hatte ich keine Ahnung, wem der gehört, was die da machen, also du gehst ja in den Unvor eingenommen ran, ich bin da ja neu, das war mein erster Tag RP. Und dann gehe ich da hin, ich habe natürlich schon Drogen gekauft, ähm, weißt du, Therapiemittel und stand dann da in Schlange und dann sagte der, sagte der so, ja, wir müssen sie jetzt überprüfen auf Drogen und Waffen. Und dann war halt so mein Gedanke, dass ich halt wie der letzte fucking Kifferdulli sage, ja, okay, und dann umdrehe und gehe. Das war so der Gedanke, weißt du, so, du gehst, du stellst dich an, stehst dann da vorne, der sagt, wir wollen sie kontrollieren auf Drogen und Waffen und dann sagst du, okay, und gehst einfach. Das war der Grundgedanke. Also fand ich wichtig in dem Moment. Und dann sind aber vier, vier, fünf Türsteher hinterhergelaufen. Und das ist dann so weit eskaliert, dass die mich dann abgestochen haben. Und, naja, dann war halt alles, also fucking alles weg. Und da war ich dann schon ein bisschen angenervt. Ja, so recht. Krass. Also das ist so ein exemplarisches Problem. Du siehst das Ding und dann weißt du einfach, jo, den bitte. Dann nimmst du die, dann nimmst du die Pipette, kopierst die per Kerneigenschaften und setzt die einfach auf die Bannliste und dann werden alle mit den gleichen Kerneigenschaften einfach entfernt. Und das wäre sehr erfolgreich. Wirklich. Ja, und dann werden, dann hast du ein großes Problem gelöst. Es ist dieser Stolz, den die einfach nicht ablehnen können. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber warum können die, warum können die nicht ihren Scheiß-Stolz einfach sein lassen? Und das ist der Fakt, warum die nicht verlieren können. Dann sollen die sich halt, bevor die Online gehen, zehnmal vom Spiegel sich selbst Wichser nennen oder sich runtermachen, sodass sie es halt nicht mehr als schlimm empfinden, wenn sie eben auf dem Server beleidigt werden oder keine Ahnung. Und dann sagt man, ja, aber ein Gangster muss sich so verhalten. Nein. Und wenn, dann spielt es anders aus, Alter. Dann sei doch ein bisschen kreativer. Mein Gott. Und das ist immer das Gleiche halt. Mein Lieblingsspruch ist immer, den packen wir jetzt mal ein. Ich kann das auch nicht mehr hören. Jede Lösung ist nur noch, den packen wir jetzt ein. Ich packe den ein. Du nimmst den mit, machst eine Ansage, schießt ihn in den Fuß, lässt ihn liegen, fertig. Ja. Okay, gut. Aber vielleicht hält auch der Server nicht genug Mittel bereit, um irgendwie kreativer jemanden irgendwie etwas ausspülen zu lassen. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, zum Beispiel hatte ich die scheiß Idee und das gibt, der Server gibt es einfach nicht her. Meine Idee nach dieser Unicorn-Geschichte war, dass ich mir, dass wir uns einen Anwalt holen. Ach Gott, das habe ich gesehen. Ich wusste, dass es scheitert. Pass auf, also ich wollte, ich wollte, ich wollte den den letzten Cent nehmen. Und zwar war mein Gedanke, dass wir uns einen Anwalt holen und dann da als Kollektiv hingehen, jeden Abend und uns so lange verdreschen lassen mit 15 Zeugen außenrum, dass unser Anwalt leichtes Spiel hat. Ja. Ja, und dass die einfach auf Schmerzensgeld verklagen, bis die gezwungen sind, entweder anders zu reagieren oder aber pleite sind. Das war der Grundgedanke. Und es funktioniert einfach. Ja, weil die Anwälte, weil es keine, weil das Anwaltssystem mit diesem modularen Scheiß auch total unzugänglich ist. Du könntest ja, du könntest ja, du könntest ja so Zivi, wie sagt man, so Zivi-Sachen halt separat machen, aber machen sie nicht. Das ist alles, alles eins. Deswegen ist es schwierig. Und vor allem gibt es 500 Dollar Schmerzensgeld, wenn du, mit Waffe. Du kannst auf 500 Dollar Schmerzensgeld klagen und das dauert drei Wochen, also reale drei Wochen, bis da irgendwann mal, sag ich so, okay, herzlichen Glückwunsch, gute Idee gehabt, aber ist halt nicht umsetzbar. Was willst du denn anders machen? Die Gangs sind zu stark, die Polizei ist zu unfähig oder selber kriminell und, also, ich weiß es nicht. Als du dir den Anwalt geholt hast, bist du dann zum Gerichtsgebäude gegangen oder wie war das? Denn ich musste einen Termin vereinbaren, als ich dort war. Mit dem Anwalt? Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich will aber nur kurz jemandem was erklären und zwar wurde mir die, also zum Beispiel Laser wird jeden Tag fast eingepackt oder angegriffen oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, hey, ich muss irgendeine Waffe muss ich in meinem Auto haben, damit ich mich, wenn es darauf ankommt, verteidigen kann. Und, ja, bla bla bla, aber sie haben keine Lizenz und dies, das. Ja, ist okay, dann brauche ich aber Geld, um diese Lizenz zu kaufen, weil sie teuer ist. Aber ich habe kein Geld. Und soll ich jetzt deswegen, weil ich mich, weil ich das nicht lizenzieren kann, mich jetzt nicht selbst verteidigen können? Ja, Herr Laser, aber sie dürfen sich ja nur auf ihrem eigenen Grundstück verteidigen. Dann habe ich halt gesagt, er soll sich in den Arsch ficken und habe aufgelöst. Ja, okay, ist auch eine Lösung, ne? Nee, bei mir war es so, bei mir war es so, dass der Anwalt, den ich natürlich gefunden habe, auch gleichzeitig Gangmitglied ist und auch schwer kriminell und, und weiß ja klar, man macht ja nicht nur Anwalt, ne? Anwalt war für ihn nur, er ist Rang 3 Anwalt und es war für ihn nur so Hobby, weißt du? War nur so Hobby. Anwalt ist nur so ein bisschen Hobby. Du, normalerweise mache ich so morgens Schrott, dann mache ich so ein bisschen Anwalt, so ein bisschen E-Mail schreiben und abends bin ich Würfelpack. So, so ein Ding ist das, so ein Anwalt war das. Ja. Und der hat gesagt, kannst du komplett vergessen, 500 Dollar Schmerzensgeld und der Prozess würde irgendwie drei, vier Wochen dauern. Und, ja, ist, also, bei aller Liebe, aber den, den, die Herangehensweise von, von Stay, als FIB-Mitglied zu sagen, ich weiß jetzt, wer das war, ich weiß, welche Truppe das war und die werde ich jetzt im RP in den Arsch ficken und zwar so hart ich kann. Das ist die Herangehensweise, die einfach niemand fährt. Niemand. Ähm, magst du die Person? Also jetzt, so aus deinem Verständnis heraus, meine ich jetzt nur, oder aus deiner Gefühlslage, bist du, willst du dein RP mit denen machen? Weil, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, wenn du jemanden im RP ficken willst, ihn aber nicht magst, weil du weißt, dass dein RP scheiße ist. Wie du es ja versucht hast, du wurdest dir abgestochen oder hast du ja irgendwie versucht, das zu regeln, das Kollektiv, dies, das, so war das doch, oder? Ja, ja. Dass du da irgendwie gegen diese Kienztruppe vorgehen möchtest. Ist es dir das eigentlich wert? Also das habe ich mich echt gefragt. Ist es dir das wert, also das einfach zu ignorieren? Mittlerweile schon. Okay. Mittlerweile schon, weil, ähm, also es gibt da schon sehr dumme Personen, aber ich, ich muss halt nicht mit allen was zu tun haben und bislang haben sich, also zumindest mit Frank haben sich ein paar nette Situationen entwickelt. Das ändert zwar nichts an der Gesamtsituation, hatte ich tatsächlich auch, aber das drumherum halt. Genau, das drumherum ist halt schon, aber Frank als solches macht für mich ordentliches RP, aber ich bin auch in einer anderen Position, weil ich Kleinkrimineller bin und Dully. Ähm, als Polizist oder FIB-Agent würde ich das auch nicht wollen, weil, dann ist deine Aufgabe, dass ihr gegeneinander antreten müsst. Und gegen einen kriminellen Großverbrecher auf diesem Server anzutreten, bedeutet, dass du verlieren wirst. Warum? Weil der andere auf Kampf nicht verlieren will. Du musst, ähm, davon ausgehen, das ist ein grundsätzliches Problem, das hatten wir auch. Ähm, du musst den Leuten irgendwie, äh, du musst es schaffen, einem Kriminellen eine Konsequenz seines Handelns zu geben, ansonsten, äh, mach ich mal ein Beispiel, ansonsten entführt er zehn Leute, stellt sich danach automatisch selber am PD und sagt dann, ja, ist mir scheißegal, ich weiß ja, dass ihr nichts machen könnt. und du musst diese Konsequenz ausgewogen halten, du musst auf der einen Seite eine Konsequenz schaffen, die, die etwas, die etwas, ähm, Nervenkitzel reinbringt, auf der anderen Seite darfst du die Konsequenz nicht so insane machen, dass die Leute aufhören, kriminell zu werden. Ja, ich hab zum Beispiel, ich hab ein gutes Beispiel von gestern Abend, also gestern Abend wurden wir wegen einer, äh, vermuteten, wegen einem vermuteten Raubüberfall festgenommen oder wir wurden kontrolliert und dann sollten wir vorläufig festgenommen werden. Dann kam, dann kam eine Gang vorbei, ich bin eingestiegen in ein Auto ohne Kennzeichen, wir sind geflüchtet, haben das Auto dreimal gewechselt, sind dann schießend dran vorbeigefahren und nachdem das Ganze dann vorbei war, bin ich selbst ins PD gegangen, hab mich gestellt und hab gesagt, was sollen das hier eigentlich? Ja, und das hat fucking null Konsequenzen, also fucking null. Absolut überhaupt nichts. Hm. Ähm, ich, ich, ich hab drei offene Gerichtsverfahren, ähm, wegen versuchten Todstock und so und, also seit Monaten schon. Passiert halt nichts. Ja, da kommt nichts. Es kommt halt nichts. Ich hab das Gefühl, diese Judikative, die dort vertreten ist, ja irgendwie eingebunden ist, weil es kein Polizeistaat mehr ist, seit, ab einer gewissen Zeit, die macht sich, finde ich, echt nicht bemerkbar. Ich seh keinen von denen, wirklich nicht, kein bisschen und ich versteh nicht, wo die sind oder was die machen. Naja, die Problematik ist, dass es unzugänglich ist wegen den Modulen. Du kriegst halt niemanden, niemanden, der stark und motiviert an die ganze Sache rangeht, lässt es sich gefallen, fünf Module zu machen. Davon hab ich keine Ahnung. Und dann das zur Unterstützung. Ey, ich bin da hingegangen. Ich bin, ich hab mich mit meinem Charakter ursprünglich bei allen vorgestellt. Ich war bei den Polizisten, dann hat die Blair mich eingeführt und dann hab ich's sein lassen. Dann war ich bei... Aber die Art, die war auch in der 14. Dienststunde, also es musste... Äh, dann war ich beim, äh, Krankenhaus und dann hat die gesagt, ja, sie können gerne ein Praktikum machen, und wir sehen uns in acht Wochen. Dann war ich bei dem, äh, bei dem, äh, bei den Justizlern und hab gefragt, jo, wie machen wir das? Wie wird man Anwalt? Ja, für die Anwaltsprüfung müssen sie drei Module abschätzen, dann Staatsanwalt nochmal in Extramodulen, wenn sie Richter sein wollen, müssen sie nochmal zwei Module hinten dran machen. Und ich denke, was? Und das ist halt, und das ist halt wieder etwas sehr Deutsches, da lernst du halt Texte auswendig. Glaubst du, es ist notwendig, um diese Rolle spielen zu können? Absolut überhaupt nicht. Okay. Zu 100.000 Prozent überhaupt gar nicht. Und wenn es notwendig ist, kann man sehr einfach einen Kompromiss machen, nämlich sagt man, okay, es gibt Leute, die müssen qualifiziert sein, da müssen wir Wert drauflegen, dass die krass sind, das sind Richter, der Rest, scheißegal. Und da kommt wieder so ein Regist. Und wenn der Richter qualifiziert ist und der Richter die Entscheidung trifft, dann ist es scheißegal, ob der Staatsanwalt so ein totaler Dusel ist oder der Anwalt ein totaler Dusel. Die gibt es doch auch im realen Leben. Es gibt auch Anwälte, die komplette Dusel sind. Aber dieses ganze Justiz-RP, das fällt ja komplett weg. Wie geil wäre denn das bitte, wenn du weißt, okay, da gibt es halt zwei, drei Leute, ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die halt wirklich selbst Jura studieren, die halt komplette Paragrafenreiter sind, die haben Bock auf RP, denen gibst du da die Zettel, die lesen die durch, dann machen die Richter herzlichen Glückwunsch. Und dann nimmst du halt wirklich fucking Dullis, die auch Anwälte sein können. Und dann hast du da wirklich Gerichts-RP. Ja. Und dann hättest du eine Möglichkeit, Konsequenzen herbeizuführen. Genau. Und bietest eine komplett andere, ja, wie sagt man, ähm, eine Währung. Du musst Geld ausgeben, um gute Anwälte zu haben. Findest du, dass Leute, die Jura studieren, Dullis sind? Also ich persönlich, ich persönlich bin kein großer Fan von Leuten, die nicht arbeitssuchend sind. Okay. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber das ist, ähm, ich habe eine Zeit lang, und das ist, Alter, ich hab's in Undertipe, wie lange waren wir online? Ich hab's in, auf jeden Fall über einem Jahr, ähm, Serverbetrieb gelernt. Und, ich hab, wir hatten eine Justiz, dann hatten wir keine Justiz und ich glaube, glaub mir, eine Justiz, eine funktionierende Justiz ist geil. Und du brauchst sie auch. Weil ansonsten hast du nämlich Polizisten, die Richter, äh, die Jäger und Henker gleichzeitig sind. Ja, hast du. Und das, und dann, und dann, die brauchst du auch zu einem gewissen Teil, aber ein funktionierendes Justizsystem. Ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich hätte den scheiß Fox, und das ist unglaublich, dass ich das jage, aber ich wünschte mir, ich hätte den scheiß Fox, in seiner scheiß arroganten Art, äh, in, in fünfmal, in sechsmal, in 18mal. Und die sollen über den Zauber gehen und sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib klagen. Ja, man, ich möchte sowieso, das, das würde so viele Möglichkeiten eröffnen, da gibt's so einen scheiß Dönerladen, der damit wirbt, dass man einen flüssigen Stuhl hat, wenn man das isst. Die würde ich verklagen, weil mein Charakter Magen-Darm-Probleme hat. Ja. Und dann, und dann kriegst du, das ist halt, und das ist halt, ähm, das ist halt, das ist halt mega geil. Und das, ich schade, dass ich gerade nicht die Möglichkeit habe, in den Justizsystemen anständig zu integrieren, ähm, weil mir die Server-Infrastruktur, äh, temporär fehlt, ähm, und, oder mir fehlt, ähm, deswegen kann ich das nur, kann ich es nur sagen, dass es geil ist. Also, dass man's geil machen kann. Wenn man nämlich die Einstiegsmöglichkeiten runter, ähm, runterdrückt, ich behält euch übrigens nur Chat, ähm, wenn die Einstiegsmethode, äh, der Einstieg einfach ist, dann, ähm, kann man, dann kann man da, kann man da, ähm, das kann so krass sein. Brauchst du nur fünf, lass uns fünf geile Richter machen, die qualifiziert sind und die wissen, wovon sie reden, der Rest ist scheißegal. Aber dann zurück zum, zurück zu einer ursprünglichen Idee, was haltet ihr von so, von so einer, von so einem Scheiß-Transfermarkt für RP-Spieler? Wie so eine Kartensammlung? Wie so eine Scheiß, wie so ein Scheiß-Quartett. Und jeder Server ist ein Verein oder was? Jeder Server ist ein Scheiß-Verein und du, du, du hast die Möglichkeit, dich da, also du machst so ein Google-Dokument, so ein Google-Dokument, wo sich jeder eintragen kann, mit Name und mit, mit Spezifizierung, so nach dem Motto, Bruder, ich bin, ich bin der Jochen und ich kiffe richtig gerne. Und, oder halt, im besten Fall so was wie berufsgebunden. Also, dass du halt so ein paar Leute hast, die machen halt super geiles Zivilisten oder so halbkriminell oder so halt, halt Asta-Pi-Pi-Style und dann hast du halt wirklich Dullis, die sagen, ich möchte RP spielen und ich möchte Anwalt sein und schickt mir eure Regeln und ich lerne sie auswendig. Und dann, dann schreibst du den an und sagst du, hey, willst du bei mir auf dem Server spielen? Ja. Und dann wird der eingeladen, kommt auf den Server und ist dein scheiß Anwalt. Das ist ja gar nicht so dumm, ne? Also, es ist schwer zu realisieren, aber der Gedanke ist sehr schwer zu realisieren. Ja, natürlich, aber der Gedanke ist echt, also, Roleplay-Draft. Was ist denn, wo ist denn das schwer zu realisieren? Und die 2020er Roleplay-Draft entscheidet, dass Asta gedraftet wird zu KW. Nein, was ist denn? Und dann läufst du so ein. Dann läufst du so ein und lässt dich feiern und dann steht da oben KW. Fünf Monate KW-Mitgliedschaft und du wirst gedraftet. Yay. Du brauchst nur eine fähige Projektleitung, Mann. Du brauchst nur eine fähige Projektleitung und so ein Dokument würde das enorm vereinfachen, weil du nimmst dir quasi damit eine Instanz für, du nimmst dir eine, du nimmst dir eine Regulierungsinstanz, ähm, um wichtige Positionen zu besetzen. Wenn du am Tag 100 Bewerbungen bekommst, die du durchlesen musst, wo du dich dann aufgrund von einer, von einer mehr schlecht als recht geschriebenen Biografie, die, die Vermutung machen könntest, dass diese Person eventuell mal Anwalt oder Richter werden könnte. Und anstelle von dieser Instanz hast du, hast du halt dieses öffentliche Dokument, wo drin steht, ähm, ich heiße Juri und ich will Staatsanwalt werden. Und ich mache das schon seit drei Jahren auf RP-Servern und ich mache das gut und ich will nichts anderes machen. Halt so ein, so ein, so ein NPC, aber einen guten NPC. Und dann holst du den auf TeamSpeak, sprichst mit dem, merkst, dass der zwei gerade Sätze sprechen kann und dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, du kommst mit deinem Charakter auf den, auf den Server drauf und kriegst direkt die Position des Anwalts oder des Staatsanwalts oder des Richters oder sonst irgendwas. Das, äh, wird übrigens, also wir haben es damals gemacht. Wir haben das so gemacht. Also wir haben Leuten direkt die Position gegeben, gerade am Anfang. Finde ich sinnvoll. Ich finde, sowas bräuchten wir, das wäre, also wenn das auf Homestead jetzt passieren würde, fucking legit, herzlichen Glückwunsch. Wir wissen alle, die sollen, die sind doch nicht, also wirklich, die Projektleitung von Homestead ist ja nicht komplett dumm. Die wissen doch, die wissen doch, wo die Problematiken ihres Servers liegen. Und die wissen doch, wenn sie keine Lösungssätze haben, dass da ein paar Spieler drauf sind, die wissen, wie das funktioniert und die auch Lösungsansätze haben, um das Ganze zu ändern. Und dann holt man die sich einfach mal alle zusammen, all diese Spieler, von denen man weiß, dass die eine versierte Meinung haben und dass die gerade aussprechen können, dann trägt man das zusammen und dann findet man scheiß Lösungen und dann setzt man die um. Von wo soll denn der Backlash kommen? Das Problem ist, was du meinst, ist der, das Problem ist, der direkte Eingriff ins RP. Glaub mir. Scheiß doch. Ja, nee, ich mach mal ein Beispiel. Alternate Live. Anfang oder Mitte 2018. Das Polizeidepartment lief nicht. Und dieses Polizeidepartment hatte einen sehr fix, einen festangestellten Polizeichef, der das stagnierte. Und wir haben das gemacht. Wir haben Leute gefragt, traut ihr euch zu, Polizist zu sein? Und wir haben die da reingesetzt. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und wieso? Weil die Leute gesagt haben, sie waren dazu bereit, aber gemerkt haben, dass ihnen das überhaupt keinen Spaß macht. Und das Problem dann ist, dass du doppelt eingreifst. Dann sagst du nämlich, du setzt die rein. Das waren ehemalige Verbrecher. Die wollten das Polizeidepartment unterstützen. Und das waren auch Leute, auf denen ich viele Stücke gehalten habe, weil die schon ewig auf diesem Server waren. Und das war auch teilweise ein Projektleiterkollege von mir, der das halt mitgemacht hat mit Curtis. Darum hab ich noch mehr gesagt, jo klar, kein Problem, wenn ihr euch dazu traut, ballert da durch. Curtis ist ja jetzt auch wieder Polizist, also Gangmitglied in der Polizei. Und das, was sich herausgestellt hat, ist, dass das Polizist heißt, Polizist sein heißt, du wirst für alles, was du machst, kritisiert. Du kannst, wenn du eine funktionierende Polizist, und das muss man abkönnen, das muss man einfach abkönnen. Du musst, es gibt von 100 Leuten eine Person, die eine Polizei führen kann. Und das ist die Person, die weiß, wie wichtig es ist, einen Fick darauf zu geben, was die Leute von dir halten. Und einfach deinen Scheiß zu machen. Weil, wenn du anfängst, und da stelle ich gleich eine Folgefrage, die darauf basiert, wenn du anfängst, dir zu Herzen zu nehmen, was in irgendwelchen Chats steht, oder in irgendwelchen Sachen, was unwiderruflich passiert, oder Foren, dann kannst du davon ausgehen, dass du scheiterst. Du scheiterst. Und das ist passiert. Die sind komplett gescheitert. Das ist eine Katastrophe gewesen. Eine absolute Katastrophe. Also wirklich, das war die größte Fehlentscheidung in der Projektgeschichte. Dass wir das gemacht haben. Aber der hatte doch keine Erfahrung, oder nicht? Ähm, doch. Doch, Curtis hatte Erfahrung. Als Polizist? Ja. Curtis hat auf Arma-Servern schon Polizist und so gespielt. Ja, okay, okay, okay. Also, ich hab da niemanden reingesetzt, der nicht wusste, worauf er sich einlässt. Aber es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Und dann war er vorbei. Und dann haben die gemerkt, dass das gar nichts für sie ist. Und dann sind die auf einmal alle abgehauen. Und dann haben die ihren Zweitcharakter gespielt. Und dann waren die auf einmal Polizist und Verbrecher gleichzeitig. Ja, ja. Und dann war es ein großer Clusterfuck. Und als wir gefragt haben, und da ist mir klar geworden, was da eigentlich passiert. Und als wir gefragt haben, wollt ihr Polizist sein oder wollt ihr Verbrecher sein? Ich musste sie vor die Wahl stellen, weil die Charaktere beide bedient wurden. Haben die alle Verbrecher gesagt. Alle. Ausnahmslos. Und darum funktioniert das, was du, ähm, ähm, darum funktioniert das, was du, äh, äh, gesagt hast, leider nicht. Nicht unweigerlich. Du musst, ähm, du darfst zu bestimmten Punkten nicht eingreifen ins AP. Ansonsten bist du nämlich der Dully, der irgendjemanden revivet. Ja, und das kann, das kann unglaubliche Konsequenzen haben. Ähm, naja, aber, aber zwischen, zwischen einer Person, die juristisch versiert ist und in der Lage ist, solche Regeln auswendig zu lernen und dann auch ordentlich zu vertreten und einer Person, die vom Dach gesprungen ist, literally irgendwas Grünes zu spritzen, während man, äh, Vanessa Colton spielt mit 1000 Meils, da ist doch noch ein großer Unterschied. War nicht. Wie gesagt, glaubst du das zu ermitteln? Wann, wann, also, ich glaub, es geht jetzt auch darum, dass, ähm, ähm, er nicht, also, die Person wussten nicht, auf was sie sich einlassen, wie er gesagt hat. Ähm, das ist immer eine Sache der Selbstanschätzung. Du bist dort in der Position, dich selbstanschätzen zu müssen, wenn du irgendwo irgendeine Angabe tätigst. Wann weiß der Projektleiter, dass du dieser Selbstanschätzung gerecht bist oder einfach nur eine totale Fehleinschätzung in den Raum gesetzt hast? Ja, das stimmt. Ähm, ja. Ja. Aber die Alternative ist dann halt acht Wochen Wartezeit für ein Praktikum oder fünf Module. Ja. Ja, das ist auch nicht richtig. Und da geht keiner durch, weil da hast, da hab ich keinen Bock drauf. Darum musst du, darum ist die Ideallösung, es ist einfach die Ideallösung. Die Ideallösung ist barrierenfreier Zugang für die Niedrig, den Niedrigsektor und ganz oben steht jemand, der Ahnung hat. Und wo du weißt, dass der Ahnung hat. Darum geht's ja. Diese Leute, die Ahnung haben, die suche ich ja mit diesem Register. Das ist ja die ursprüngliche Idee. Das Register wird dir da nicht helfen. Das Register wird dir nicht helfen, denn die Frequenz, so, wir reden von Selbsteinschätzung und du glaubst, dass jemand, der in einem Gespräch sagt, yo, ich bin versiert in diesem Scheiß, dass das eine kompetente Aussage ist. Du musst das halt, manchmal muss man sich das auch angucken und manchmal muss sich sowas auch entwickeln. Und ich werde nie wieder den Fehler machen und das ganze PD austauschen. Also, nur um das mal nochmal zu sagen. Das war eine Sache, die ich einmal gemacht habe und das wird nie wieder passieren. Und darum wäre so eine Liste für mich auch relativ haltlos, wenn ich nicht genau weiß, wen ich da vor mir habe. Und selbst wenn ich weiß, wen ich da vor mir habe, hat das beim letzten Mal auch nicht wirklich gut funktioniert. Ja, okay, okay. Ja. Aber das ist vielleicht auch noch was anderes. Die Polizei ist nämlich etwas ganz Besonderes. Die Polizei, ich sage nochmal, anhand der Polizei, anhand der Qualität der Polizei misst du die gesamte Qualität des Servers. Wenn du weißt, dass ein Server eine gute Polizei hat, dann weißt du, dass das ein guter Server ist. Der Rest ist nämlich fast scheißegal. Ja, das stimmt. Weil die Polizei, die Polizei den Umgang mit den Gangstern vorausgibt, den Umgang mit Zivilisten, den Umgang mit dem Gesetz, den Umgang mit Strafen, fast mit allem. Wenn die Polizei scheiße ist, ist der Server scheiße. Das kannst du fast so sagen. Ja. Ja, das stimmt mit dem Bein. Weil die entscheiden, das sind die Leute, die dir die Strafen geben. Und wenn ein beschissener Polizist dich richtig abfuckt, dann ist das ein Admin, der seine Position ausführt und dich halt dann rausnimmt. Und die Polizisten, Polizisten müssen, werden anders gemessen. Polizisten sind immer scheiße. Aber es gibt auch Polizisten, die richtig scheiße sind. Ja, es gibt aber auch Gute. Ja, und es gibt auch Gute. Und deswegen gibt es davon aber auch sehr, sehr wenige. Und die kannst du, Polizisten dürfen nie NPCs sein. Egal, wie niedrig die sind. Und darum ist das so kompliziert, dieses ganze Polizeiding. Dieses ganze Polizeiding ist ein super komplexes Thema. Also ich packe mir zum Beispiel derzeit, was die Polizeiarbeit geht, packe ich mir an die scheiß Birne, weißt du? Das ist halt, du kannst an jeder fucking Ecke überfallen werden, niedergeschossen werden, bedroht werden, ausgeraubt werden, das interessiert niemanden. Also nicht nur, nicht RP-technisch gut ausgeraubt, das gehört ja auch dazu, das ist ja gut, sondern Hi, kein Geld bitte, hier ist meine Waffe. Nur dieses ausrauben. Da wird nichts gegen gemacht. Und auf der anderen Seite stehen halt 16 Streifenwagen am Park, die den verkehrsberuhigten Bereich regulieren. Ja, das ist echt eine gute Sache. Also ein gutes, also das stimmt. Ja, ich hab letztens, ähm, äh, ich wurde gejagt, bin zum NPD vorgefahren mit meiner Karre, bin ausgestiegen, reingerannt, hab geschrien, dass ich verfolgt werde, die kommen raus und fragen mich, warum ich falsch geparkt hab. Ja, ja! Das sagen die, das sagen die sogar bei FIB-Agenten. Das erste, der erste Kontakt mit einem Polizisten war, ich stand vor dem, das kann man sich nicht vorstellen, ich stand vor dem Klamottenladen mit einem Schäfter und im FIB-Look und dann kommt ein Cop, dann kommen drei Cops zu mir und sagen, äh, sie stehen hier auf dem Bürgersteig und ich hab einfach angefangen zu lachen. Ich glaub, es gibt dann auch einen Clip, wie ich einfach anfange zu lachen, weil ich nicht wusste, ich, ich konnte gar nicht anders, ich konnte gar nicht anders, ich hab einfach angefangen zu lachen und der Typ wurde dann halt immer aggressiver, so müssen hier wegfahren, so, sie stehen auf dem Bordstein und ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, siehst du meine FIB-Marke nicht? oder selbst wenn sie nicht da wär, Bruder, irgendwo auf der anderen Stadt wird grad eine Kugel gestohlen und du stehst hier und sagst mir, oder wird irgendein Shop ausgeraubt, du stehst und sagst mir, dass der Bordstein nicht der geeignete Punkt für ein Fahrzeug ist? Was? Das ist so surreal. Hier ist noch ein anderes, hier ist noch was richtig Surreales, hier ist noch was richtig fucking Surreales, jetzt kommt der Oberknaller, da war ich unten, da waren wir unten am Strand und da ist wohl irgendwo Platzregionen oder so, ich hab fucking keine Ahnung, wo die sind, jedenfalls hörst du, dass Silvester ist und dann sind wir näher gegangen und dann haben wir halt gesehen, dass da ungefähr fucking 40 Kriminelle auf den Dächern stehen und sich beschießen, legit fucking 40 Leute, ich rufe an, Polizei sage so, sie sollten sich das mal angucken hier, das wird groß geschossen, dann kommt ein Streifenwagen vorbei, einer, und dann hab ich gelacht, ich glaub, die müssen sich sogar raushalten. Ich glaube, das Problem ist, die Gangaktivität auf dem Server ist so insane, dass Polizisten erst, dass Polizisten erst eingreifen, wenn alle tot sind. Ja, genau. Das haben wir auch gemacht, wir haben erfahren, wo das ist und dann standen wir da außen rum, haben das umzingelt und haben gewartet, bis sie sich alle totgeschossen haben. Aber warum? Weil du, wenn du da reingehst, zwischen zwei 40 Mann großen Gruppierungen stehst. Okay, andere Frage. Wenn man danach reingeht, wieso hat man nicht jeden einzelnen fucking Polizisten, der auf diesem Server gerade online ist, da stehen und nagelt die alle fest, dass wenn die diese Scheiße machen, das Konsequenzen hat für sie? Ja, das ist auch der Fall. Aber dann hast du, ja, das passiert auch. Also in der Regel ist es so, dass dann du schon Leute zum Krankenhaus schickst, weil du nicht alle wiederbelebt bekommst, die dann halt über den Notfallsbauern am Krankenhaus kommen. Da sammeln die dann ein und dann werden die mit dem Bus mit 10 bis 20 Leuten in die JVA gefahren und dafür sind dann sehr viele ab, dafür sind dann sehr viele abgestellt. Das Problem ist aber, dass bis vor kurzem die Strafen auf 350 Tagessitze oder so limitiert waren. Das heißt, ich glaube noch nicht, dass genug Zeit verstrichen ist, um die Konsequenz zu sehen. Denn die Leute fangen an, Tage, ja, Tage in diesem Knast zu sitzen. Aber die sind doch nicht so weit, das dauert ein bisschen. Du musst den Leuten die Zeit geben, zu verstehen, dass deren Handeln Konsequenzen hat. Und das dauert ein bisschen. Deswegen, ich glaube, das passiert vielleicht in so einer Ausnahme, weil fünf, manchmal kann es auch sein, und das habe ich auch mitgekriegt, dass fünf Schießereien gleichzeitig sind. Und dann sind die Gruppen alle so groß. So, dann kannst du halt nichts machen. Der Rest rennt halt weg. Warum gibt es dann keine sinnvolle Gang-Unit vom FIB? Ich weiß, ich kann mit der Gang-Unit ehrlich gesagt nichts sagen. Ich hatte immer einen ganz guten Eindruck, ehrlich gesagt. Aber ich kann... Die soll irgendwie vermitteln oder sowas. Das ist halt ein großer Clusterfuck. Es gibt zu viele Units. Warum machst du 15 Units auf? Nein, ich meine, mit vernünftige Gang-Unit meine ich fucking schwergepanzerte, Panzerfahrende. Weil das keine RP-Lösung ist, weil das ein Deathmatch-Server wird sonst. Ah, okay, okay. Aber das ist dann nur einmal ein Deathmatch-Server? Nee, nee, ist es nicht. Weil die Leute das, weil die Leute Fick darauf geben. Hast du mal... Scheiße, ich könnte den Clip mal... Ich müsste das VOD raussuchen. Ich weiß auch nicht, ob das noch da ist. Aber, ähm, hast du mal... Weißt du, wie es ist, als Polizist jemanden anzuhalten, der in diesen Gangs ist? Äh... Die Erfahrung ist halt nämlich die, dass sobald die das merken, ähm, und wissen, dass es keine Konsequenzen gibt, ähm, dass das... dass das... dass du durchbeleidigt wirst. Naja, ich kenne halt nur die Situation. Also, ich weiß, wo du diese Schlägerei da random gesehen hast. Auf Homestate. Äh, nee, ich kenne... Ich meine die... Ich meine... Wir haben mal zwei... Also, das Problem ist halt auch dieses. Du hast eine Verfolgungsjagd und die Leute halten nicht an. Oder es gibt... Es gibt nicht mal im Entferntesten die Chance, dass du anhältst. Das wird nicht mal in Erwägung gezogen. Und das Problem ist dann auch, dass du... dass du anfängst, ähm, die... Ja, der Client synkt ja nicht richtig. Diese Argumente zu bringen. Ja, bei uns sah das ein bisschen anders aus. Darum sind wir weitergefahren. Ah, dann gibt's solche Argumentationen. Und dann wird's halt sehr schwierig. Ja, weil... D-Sync, ne? Der Taser war... Bei mir war der Taser in der Tasche so. Und ah, nee, das geht nicht. Und ihr habt... Meine Reifen waren nicht kaputt. Aber das... Andere Frage dann. Warum gibt es nicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf dem Permatod bei Schusswaffengebrauch? Ähm, haben wir eingeführt? Äh, haben... Also, haben wir fiktiv eingeführt. Wir haben damals in unserem Projekt gesagt, okay, wir haben Permadev. Das heißt, ähm, wenn du stirbst, gibt es immer eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich stirbst. Ja. Und dann haben wir... Ja. Und dann haben wir folgendermaßen reagiert. Dann haben wir den Leuten einfach manuell den Tod reingedrückt. Wir saßen dann da und haben gewartet, bis die Leute sterben. Das ist unser... Das war unser Ding. Wir hatten alle... Ey, wir haben alle Streams gesehen. Jeden einzelnen Stream auf unserem Server haben wir gesehen. Und wenn irgendwer irgendwo langgefahren ist und der ist dumm gestorben, haben wir auf den Knopf gedrückt und der ist tatsächlich gestorben. Und das haben wir zwei, dreimal gemacht und dann haben die Leute das geglaubt. Mit diesem Sturz auch, ne? Dass du halt auf einer gewissen Höhe... Richtig. Das hab ich auch immer müssen. Richtig. Aber auch gut. Das find ich gut. Das ist echt gut, ja. Da haben wir einfach Gott gespielt und haben den Charakter einfach sterben lassen, manuell. Das find ich gut. Das war kein... Das war kein automatischer Code, der irgendwie in Dings gespielt hat. Das haben wir drei, viermal gemacht und dann haben die Leute das geglaubt. Und dann ist nie wieder ein Permadev entstanden. Weil die Leute sich zurückgenommen haben und gesagt haben, okay, wenn ich jetzt hier sterbe, dann sterbe ich wahrscheinlich wirklich. Das Problem ist aber, dass das auch nicht gut ist. Weil du willst nicht, dass die Leute Angst davor haben, aggressiv zu sein, weil sie denken, dass eventuell ihr Charakter stirbt. Denn das ist auch kritisch. Das bedeutet, es passiert nichts mehr. Wir hatten so eine Phase, wo die Leute so intensiv im Kreis standen, dass wir denen erst mal wieder einen Anreiz geben mussten, das zu tun. Das ist nicht... Das ist tatsächlich passiert. Ja, aber dann muss es einfach Instanzen geben. Also, es muss immer Anreize geben, weißt du? Es muss einen Anreiz geben. Richtig. Und das ist unglaublich schwer zu balancen. Ist denn aber dieser Anreiz, gutes HP zu haben, nicht genug? Nee. Für dich. Ja, für dich. Für dich schon. Aber da bist du einer, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, einer von 20. Ja. Und 19 haben andere Anreize. Richtig. Für 19 ist RP okay, ist sekundär wichtig oder ist ein dritter Position, aber die haben andere Anreize. Richtig. Die wollen eine dicke Kiste, ein geiles Unternehmen oder sonst irgendwas. Eine geile Alte haben, heiraten, eine Beziehung haben, Kussi Kussi machen, wollen mit ihren Freunden chillen, wollen einen Whistlepost machen, wollen Waffen kaufen, wollen die krassesten Gangster werden, sowas. Aber nicht, wollen gutes RP haben. Nein, das glaube ich auch. Ich glaube, ich glaube, Astrid, du bist einer von den super wenigen Leuten, die am Ende von der RP-Session alles verlieren können, fucking alles, was sie haben an wirtschaftlichen Gütern und danach trotzdem sagen, das war der geilste Tag, den ich hier hatte. Warum? Weil du alles verloren hast in einer geilen RP-Situation. wie Spaß macht auf beiden Seiten. Das ist scheißegal, 19 von 20 würden sagen, heute war beschissen. Kannst du dich erinnern, Astrid, das ist eine der besten Situationen gewesen, ich glaube, das ist auch der ersten Situation gewesen, die ich mit dir hatte, als ich dich mit Harald Mayer im Gesicht tätowiert habe? Das war ein crazyer Abend. Das war fucking rückt, Alter. Und das Ding ist, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ich hatte den Eindruck, obwohl es eine eindeutige Kraftverteilung gab, dass nicht dieses du verlierst, du gewinnst, dem einen geht's schlecht, dem anderen geht's gut gab. Sondern es gab dieses holy fuck, ist das eine insane Situation gerade? Um das jetzt kurz zu erklären, Karl, ich hatte einen Motorradgangster, Harald Mayer. tiefes Ostdeutsch, sehr alt und Tätowierer und MC-Kopf und wir haben Aster gesehen mit seinem Laser-Charakter und haben halt ihn eingepackt und er hatte Geschminke im Gesicht. Und wir haben ihn halt gefragt, warum er diese scheiß Schminke im Gesicht hat. Und dann haben wir gesagt, ja gut, hol mal eine Tätowiermaschine, haben wir ihm die Schminke reintätowiert. Das war total krank. Das war total crazy. Das war geil, das war richtig geil. Ich hab ich hab ich hab da nichts verloren. So weißt du, also ihr hattet Spaß, ich hatte Spaß. Ja gut, böse zum Behaupten, ja Power-RP und so, aber ich hab's ja provoziert. Das ist doch diese Sache des Vertrauens. Ich vertraue euch und ihr vertraut mir. Danach wurde mir sogar angeboten, ich glaub von Tama, also von von Nathan, mir den Preis zu zahlen, damit ich das wieder rückgängig machen kann. Ja genau, richtig. Obwohl es ja nicht mal ein Tattoo war. Genau, es war halt nur gespielt. Ja genau, richtig. Und es war cool, es war okay, man hätte sich irgendwelche Auswege denken können, ich finde diese Power-RP-Sache ist immer so eine, ich finde es ist okay, also man muss es regulieren, weil wenn man es nicht tut, wird's abused. Und das ist immer, das ist der Kern aller Regelsetzung. Wirst du es nicht kontrollieren können, wird's abused, deswegen musst du eine Regel vorschieben und irgendein Gesetz oder eine Regel entwickeln. Und deswegen, aber wenn du es geschickt machst, zum Beispiel vorgestern glaube ich, hat mich Juri zwangsverheiratet mit einer fremden Person, war auch geil. Okay. Von meiner eigentlichen Verlobten. Das war super nice, das war ein richtig krasser Tag. Und okay, cool, und dann machen wir das Beste draus. Und nice. Und genau das ist es. Also man muss sich vertrauen können und genau was du auch gemeint hast mit dem Tätowieren und so. Also es hat gepasst, es war super, es war ein nicer Abend und jeder hatte glaube ich seinen Spaß, auf jeder Seite. Außer der Herr, der im Gefängnis saß, warum wir eigentlich, also weswegen wir dort waren, der hat gemeint, also das ist ein Kollege von mir, dass er gerne dabei gewesen wäre, weil die sich in der JV nur geboxt haben, stundenlang. Und das war mega langweilig. Aber sonst war das halt glaube ich alle Beteiligten cool. Also ich hoffe es. Und als ich da die Situation, ich dachte, ich bin schlecht, also ich, als ich generell auf AL gekommen bin oder so, dachte ich, ich packe es nicht, weil ich, ich hatte nicht das Vertrauen in mich selbst. Ich habe immer krasse Sachen gehört, so wisst ihr? So Hardcore-RP oder AL und wenn du irgendwo RP machen willst, dann dort. Und dann hatte ich Angst, dass ich, also ich wurde sogar auch bei der ersten Bewerbung nicht angenommen. Und bei der zweiten dann, ähm, dachte ich mir, okay, wenn du es jetzt packst, dann versuchst du es mal und dann was ganz anderes. Das musst du dir mal vorstellen, was für ein Marshmallow wir hatten. Wir haben Asta beim ersten Mal nicht angenommen. Was? Das muss man sich mal vorstellen. Und Tama hat aber drauf gespielt, oder was? Ja, das war aber auch grenzwertig immer. Ja, okay. Und mal haarscharf dran vorbei am, am, am Time-Out. Ja, ja, Wahnsinn. sprich, sprich, aber, ja. Solche, solche sicheren, solche sicheren Häfen von abgesperrten, ähm, RP, bieten die halt auch einzigartige Möglichkeiten. Was halt mir zusätzlich noch Möglichkeiten gegeben hat, ist die Tatsache, dass ich Projektleiter war, was ich, äh, was ich durchaus abusen konnte, mit der Tatsache, dass ich eine eigene Droge eingeführt habe. Und Menschenteile benutzt habe, um Wurst herzustellen. Ich hab die grenzwertigste Scheiße gemacht, die man sich vorstellen kann. Wir sind legit mit Menschenteilen Wurst in das Polizeidepartment gelaufen und ins Krankenhaus und haben das an die verfüttert. Hannibal Lecter Scheiße. Haben die mitgespielt? Naja, sie haben es erstmal gegessen und als dann später klar war, dass es Menschen waren, war so, okay, hu, 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 oh shit. Gab's ein paar Magenverstimmungen, aber war okay. Okay, ach ja, okay. So haben wir daran gedacht, ähm, okay, gut, bei dir ist die Sache eh gegessen. Ähm, eine Position zu beziehen, äh, auf Formstät beispielsweise, wo du nicht mit solchen Brüdern konfrontiert wirst, die du nicht magst? Ich bin, äh, ich bin, also, ich, äh, will auch ein, also ich muss nicht auf den Server connecten, wenn ich nicht möchte. Okay. Und ich hab das Gefühl, ich habe bei GTA Live den Server verlassen, als es, äh, einen Cyborg-Vorfall gab und, ähm, den Cyborg-Vorfall gab es jetzt wieder und dann werde ich gar nicht erst connecten. Und ich denke auch, dass man ganz klar ein Statement setzen sollte, ähm, was so die eigenen Wertvorstellungen ist. Also mein, ich will euch nicht dazu, Gott, nee, ich lass mich mehr raus, aber für meine Wertvorstellung ist es so, das ist nicht mehr tolerierbar und ich finde auch, dass man das, dass man das klar sagen sollte und zeigen sollte, indem man, auch wenn das der beste Server ist, weil er der größte Server ist, ähm, dass man nicht darauf spielt. Weil das einfach, das geht zu, also das geht einfach zu weit. Das geht, das sind Sachen, ähm, das sind Sachen, die, sie gehen einfach zu weit. Und deswegen hab ich, ähm, von da an, als ich das gesehen habe, stand's nicht mal mehr zur Debatte. Ansonsten hätte ich mir auch gerne irgendwie was überlegt, vielleicht haben sie, ich meine, ich will ja nicht den Server dafür verteufeln, dass irgendwie da komische Spieler drauf spielen und so, auch wenn man das machen kann, aber von da an war's vorbei. Ich weiß halt nicht, weil für mich, also diese, diese komplette Brisanz mit Spielern wieder auferstehen lassen. Ich versteh schon den Grundgedanken, dass damit halt Möglichkeiten und Tore öffnet, oder Pforten geöffnet worden sind, die du nur sehr, sehr schwer wieder schließen kannst, weil du, äh, Anfragen bekommst, äh, der schlimmer Art und weil du den Präzedenzfall geschaffen hast, aber mich persönlich, also sowohl in-Character als auch out-of-Character, berührt das halt überhaupt nicht. Also das spielt halt, das spielt halt in meiner kleinen Welt in-Character absolut keine Rolle. Das Problem ist aber, dass die Polizei seit zwei Monaten ein Szenario hat, wo sie ihre interne Struktur umstellen, weil diese beiden Leute, die jetzt wiederbekommen, äh, wiedergekommen sind, sich umgebracht haben oder gestorben sind. Und dann werden Leute deswegen, haben Leute deswegen Konsequenzen zu tragen. Leute müssten deswegen ins Gefängnis. Leute mussten, äh, wurden deswegen vielleicht nicht angenommen. Leute wurden deswegen entlassen. Leute wurden, äh, äh, die, die, die Scheiße musste sich umstellen. Es gab einen Führungswechsel und all dieser, all dieser Kram fand statt, weil dieses Szenario davor stattfand. Und damit zeigst du allen Spielern, allen, den ausgestreckten Mittelfinger. Und dass einer dieser Leute auch noch Projektleiter ist, ist ein, der Mittelfinger ist so groß, dass ich, dass ich fast nicht, dass ich fast nicht sagen kann, dass das, das ist wirklich ein großer Mittelfinger. Vor allem zeigt das für mich auch nicht von einer hohen RP-Qualität. Also, das Kreativste oder das einfach Kreativste, was auch, keine Ahnung, einer leeren Dose Red Bull eingefallen wäre, wäre halt eine Schwester. Schwester, ein Bruder, alles, du ein Cousin, ey, das wäre alles komisch gewesen, aber es wäre alles gegangen. Aber die Leute genauso zurückzuholen, Alter, wir haben, was wir alles schon gesehen haben, ja, ähm, fucking, der, der Stiefbruder oder die Schwester kommt zurück, die ein Erbe hatte, ey, das habe sogar ich mal gemacht, äh, Björn Lonsch, der schwedische, der schwedische Bruder von Lensch, der zurückgekommen ist und, äh, Alter, du kannst es dir nicht vorstellen, es gibt immer Möglichkeiten, ne, aber zu reviven, einfach eine Spritze, einen Videofilm Spritze sagen und dann sagen, die sind damals nur gestorben wegen Regelbrüchen, zwei Monate später, come on, come on, also ich, ich verstehe halt, ich verstehe halt die Brisanz der Thematik nicht, aber das liegt auch daran, weil ich, glaube ich, noch in meiner kleinen, heilen Welt lebe und noch nicht realisiert habe, was da eigentlich unterm Strich für ein, für ein Schmutz läuft, weißt du, also, mir ist es halt, um ehrlich zu sein, komplett scheißegal, weißt du, das ist wichtig, ja, ähm, wenn du dich in deiner Einstellung nicht ändern möchtest, ähm, okay, bei dir ist das wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, ähm, geh nicht, ich will wirklich, das ist was Allgemeines, das bezieht sich nicht auf den Server, aber halt dich fern von der Community, tu es, wenn du irgendwelche Beziehungen aufbaust, Freundschaften oder, oder keine Freundschaften, im Internet oder was? Ja, ja, nach Homestead, also ich meine das GTR-Server, wo du halt so einen Konflikt hast, IC, OOC, das ist nicht gut, denn du hast, du baust Sympathie auf, die du nicht in deinem, auf dem Server ablegen kannst, und, und, und generell, also es ist ja cool, mit Leuten zu quatschen oder so, aber wenn du, wenn, wenn es dann immer zu gleichen Gruppen kommt und du merkst dann, dass die Leute, die im Kreis-RP auf dem, äh, im Stadtpark rumstehen, genau dieselben sind, die grad Talk 4 belegen, dann weißt du halt nicht, was du machen sollst. Das haben wir auch schon unterbunden. Ey, wir hatten damals damit wirklich zu kämpfen, die haben eigene Discord-Server aufgemacht. Wir mussten Leute dafür, wir mussten Leute, die haben halt angefangen, Freunde da zu suchen, und dann haben die das begründet, ja, aber das sind meine Freunde. Und du kannst, die sitzen dann halt nach dem RP im Talk und reden darüber, wie krass das RP war. Ja, und das ist kein Talk, das machen die. Das ist länger als das RP an sich, Ja, genau. Boah, hast du, als du mich vorhin getroffen hast und ich wusste ja gar nicht, wer du bist, das ist ja, bitte. Ja, und dann haben die noch zwei, drei Streams nebenbei laufen und informieren sich immer gegenseitig, was grad abgeht, hey, guck da und da rein und so. Deswegen sieht man das ja auch, wenn du irgendwas Krasses hast, also irgendeine krasse Situation hast, dass deine Viewerzahl einfach so steigt, das muss ja von irgendwo kommen. Ja, oder du wirst von mir gehostet. Ja, oder so. Dankeschön. Aber ich meine, aber ich meine, wenn es jetzt nicht so der Fall ist, beispielsweise, dann hast du schon so deine, vielleicht so 500, 600 oder was weiß ich, je nach Dimension halt immer ein bisschen mehr, aber das muss ja von irgendwo kommen und das kommt meistens dann halt aus genau solchen Talks oder sonst irgendwas, Gruppen. Deswegen. Hab ich ja auch, ich hab mal ein Haus gemachtes Problem, der scheiß KGB-Talk. Kann ich da rein eigentlich? Ist das dieser Real-Dive-Ding? Kann ich da jetzt eigentlich rein? Du kannst da rein, ja, es ist ein Safe-Space jetzt. Du wirst dafür auch nicht gebannt, hoffe ich. Twitch-Subscriber. Ich glaube, ich hab nicht als Subscriber angezeigt, oder? Das dauert ein bisschen, bis es synchronisiert. Ah, okay, ja gut, dann warte ich. Ich bin gespannt. Das ist für Leute natürlich unterhaltsam, aber sobald du Spieler bist, musst du da raus. Ich glaube, wir hatten auch mal eine Regel, wo wir gesagt haben, wenn du Spieler, das klingt extrem, aber wir wussten halt das Potenzial dieser Zerstörungskraft. Wenn du Spieler bist, durftest du dich nicht öffentlich in solchen Talks zeigen. Das heißt, wenn wir wussten, du bist Spieler und du schreibst in den Talks, haben wir dich rausgenommen. So extrem war das. Weil die halt alle Streams gleichzeitig konsumiert haben und wir halt Probleme hatten mit diesem Auseinanderhalten, was weiß jemand, was weiß jemand nicht. Das ist total crazy. Da hatten wir sogar noch, ich hab jetzt, glaube ich, noch in meinem RP-Talk, ähm, nee, das ist nicht mehr Pint, doch angeheftete Nachrichten. Warte, warte, ich gucke gerade mal. Genau, hier, ich hab's hier drin stehen. Wichtig, sollten Spieler von Alternate Live in diesem Kanal Informationen zu RP-Szenarien besprechen, verteilen, diskutieren oder ähnliches bestätige Gefahren des permanenten Ausschlusses auf dem besagten Server. Unterbewusste Beeinflussung ist auch Metagaming. Das findet hier und heute ein Ende. Wichtig. Das hat, das musste ich da reinschreiben. Und dann hat es aufgehört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich gucke mir die Clips eigentlich immer alle an. Weil, äh, die Clips mit den meisten KGB-Interaktionen sind wirklich Zucker. Das ist manchmal auch sehr lustig, ja. Das ist manchmal sehr, sehr witzig. Also ich habe schon von, ich habe da Clips gesehen, wo sich, wo zwei Gangster einer Stripperin ihren Penis zeigen, die dann bewerten muss, welcher der schönere ist. Also das ist, das ist, das ist RP-Gold, das siehst du normalerweise nicht. Großartig. Das sind halt Sachen, da, okay, das verstehe ich, ich sehe es jetzt auch nicht mehr so eng. Auf Home State übrigens, auf Home State übrigens, letzte Woche. Ich sehe, ich sehe das übrigens auch nicht mehr so eng. Äh, ich habe einen RP-Clip gesehen, da war Asta auch dabei, der dann schnell reagiert hat und gesagt hat, jo, es geht nicht, wo ein transsexueller Charakter einen anderen aus der Strafe an seinem Geschlechtsteil hat riechen lassen. Hm, auch gut. Asta, wie war das eigentlich für dich? Ähm, ich wusste, dass, also, ich habe, ich kann viel, echt viel ab. Ich habe vier Jahre lang altes Live gespielt. Ähm, ich habe alles gesehen. Alles, alles. Wirklich. Jeden abgefuckten Scheiß. Und ich habe, wir haben manchmal auch so Dinge gemacht untereinander, wo wir wissen, das ist mega witzig und der vielleicht für den einen oder anderen auch als mega abgefuckt rüberkommt. Wir haben jetzt niemanden vergewaltigt oder so. So, ähm, das nicht. Aber, ähm, beispielsweise bei diesem Vorfall da bin ich, habe ich mich distanziert. Ich war aber mit mir nicht selbst zufrieden, weil ich einen Teil dazu beitrage. Und da es in der RP-Situation gepasst hat, oder zwei RP-Situationen gepasst hat, habe ich ihn umgehauen. Also dann den, den Herbert. Und dann ist der andere geflohen halt. Und dann war das erledigt. Und das hat gepasst. Ich hatte andere Gründe im OOC und im IC hatte ich andere Gründe, aber es hat gepasst. Der gleiche Ausgang. So, und es, ich weiß, dass es Leute gibt, die schlechte Erfahrungen mit solchen Dingen erlebt haben. Und, und, dass dann halt vielleicht jemand dabei ist, der vielleicht wirklich dann daran, damit immer noch zu kämpfen hat. Und dann sollte man ihm einfach nicht irgendwie auf indirekte Art und Weise diese Situation revue, äh, Revue passieren lassen, indem man sich das mal anguckt, so. Oder sonst irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist, also, ich bin, ich bin sowieso, ich habe da sowieso eine ziemlich eigene Meinung. Ich finde, sexuelle Inhalte haben im GTARP absolut nichts zu suchen. Egal, egal in welcher Form. Unterhämmer ich mit dem Klatschen auf meinen Tisch. Absolut richtig. Also, ich bin, aber das liegt auch daran, weil ich 30 Jahre alt bin. Ja, also ich gehe da mit einer anderen Perspektive herein. Ich möchte nicht in einem Kreis stehen, wo fünf Minuten darüber gesprochen wird, welche Alte ich über Nacht, während ich geschlafen habe, in meinem virtuellen Hotelzimmer weggeknallert habe, dass das sogar der Nachbar gehört hat. Wenn ich sowas höre, dann muss ich weg. Also, dann muss ich weg. Dann muss ich auch weg. Ja, gut, das habe ich auch schon gemacht. War auf lustige Art und Weise. Also, das ist unangenehm. Ich finde das einfach unangenehm, weil ich da nicht aufhören kann, zu wissen, was da gerade passiert. Und zwar, dass da jemand Anfang 20 im Kinderzimmer seiner Eltern sitzt, in einer Kamouflage-Urban-Jogginghose aus dem aus dem aus dem irgendein irgendeinem Teddyladen. Aus dem Get-of-my-Level-Shop, oder? Genau, mit einem Unterhemd und einer Fake-Gold-Kette und und da erzählt, welche Alten er wegflankt. Das ist schon unangenehm. Ich weiß nicht, aus welchem Trieb du heraus sowas ausspielst. Nehmen wir mal an, du hast Sex-RP. Also, ich mache RP, damit es witzig ist, damit ich halt ein geiles Feeling habe und es ist geil, wie im Film oder du hast eine lustige Situation gehabt. Was ist dein Trieb, wenn du serious Sex-RP machst? Was ist der Trieb daraus? Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass du dann echt dabei selbst geil bist, weil du vielleicht eventuell damit Schwierigkeiten hast, in anderen Welten oder im Real Life so eine Art von Kontakt herzustellen oder zu haben. Und dass du dann vielleicht mit einem Halbweichen da vor dem PC sitzt und irgendeine Scheiße machst. Safe-Call. Fucking Safe-Call. Ja, so ist es. Ich habe Dinge gesehen, da stehen die im Kreis und dann sagt der Typ, auch Homestead übrigens, weil ich habe mich nur mit Inhalten davon beschäftigt, wo der dann gesagt hat, ja, aber du musst erst mal gucken, wie du meinen Namen überhaupt stöhnst. Lass mal da rüber gehen. Ja. Und dann gehen die da rüber und dann stöhnelt die den Namen und dann sagt der, okay. Aber ich sage fucking klar, der hat in seinem Leben noch nie eine Vagina gesehen. Und das war gerade das Nächste, was er irgendwie, was irgendwann mal mit Sex in seinem Leben zu tun hatte. Und da denke ich mir, da will ich nichts mit zu tun haben. Das ist auch klar, also es ist auch, ich greife mal ein, es muss auch klar sein, dass das keine Streamer sind, weil wir eine Kamera auf die gerichtet sind und die am Mikro sitzen im Zimmer und dann sagen, du musst doch mal gucken, wie du meinen Namen stöhnst. Dann gucken da unter Umständen 50 Leute zu, die dann sagen, was ist hier gerade passiert? Was hast du gerade gesagt? Was? Entschuldigung? Bitte. Das war ein Streamers Day. Ja, das war ein Streamer. Ist übrigens auch im KGB. So, machen wir, ich muss aufhören jetzt. Den Clip kannst du dir angucken. Das ist vorbei, Stream ist zu Ende jetzt. Was? Loin. Es war nice, es war nice AP. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich cringe bis in die Unendlichkeit. Oh ja, das ist also großartig. Also muss ich, es ist halt eine Partnerbörse, eine indirekte. Wirklich. Du, weil, also es, du kannst davon sicher gehen, dass wenn du solche Situationen hast, zu über 50% der Fälle wahrscheinlich eine Direct Message über irgendeinen anderen, über einen Discord oder so bekommst, bekommst von derselben Person, die dann halt versucht irgendwie, also wisst ihr, was ich meine? So, die dann, fucking safe call. Ja, ja, ist so. Die dann versucht, an dich wirklich ranzukommen, meinst du? Ja, ja, genau. Fucking safe call. Das ist wirklich so. Das ist die halbe Miete, wenn du die irgendeinem geklärt hast, eventuell. Oder so. Ich erzähle mal eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt, aber ich erzähle sie jetzt. Okay. Scheiße, ich muss pinkeln immer machen. Wir machen eine kurze Pinkelpause. Wir machen eine ganz kurze Pinkelpause. Ich muss aber auch kurz mit den Hunden runter. Wir sind gleich wieder da. Ich erzähle gleich eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Das wird unangenehm des Todes, aber ich habe es jetzt gespoilert. Das wird richtig unangenehm. Ich mache eine kurze Pause. Wir gehen alle auf Toilette. Oh, geil. Oh mein Gott. Bis gleich. Sex-RP. Oh Gott. Das ist immer die Story jetzt. Ja, pass auf. Wir waren bei Cringe und Sexual-RP, ne? Ja, Mann. Ich anonymisiere das jetzt insane. Darum sage ich nur Person A und Person B. Klar. Ich werde die Geschlechter nicht sagen, weil man wird darauf kommen. Okay, also, folgendes. Person A und Person B haben im RP miteinander zu tun. Person A und Person B sind auch unterwegs und es bietet sich eine gewisse, sag mal, ein gewisses Szenario an, wo die auch so Beziehungs-RP anfangen. Alles klar. Das geht dann so weit, dass Person A Person B anbietet im virtuellen Fahrzeug den die die orale Massage zu geben. Also richtig. So komplett durchgespielt. Und dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Dann hat Person A Person B eine Nachricht geschrieben. Nee, das habe ich noch nicht erzählt. Ich weiß auch, warum ich das nicht erzählt habe, weil der nächste Teil kommt. Hat Person A Person B eine Nachricht geschrieben, hat gesagt und Bilder geschickt. Oh, okay. Gleich drauf, okay. Bilder geschickt. Mutig, hm. Oh Gott. Person B hat daraufhin auch ein Bild geschickt. Das Bild seiner Freundin. Übel Abfuhr. Holy shit. Aber dahin geht die Reise. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Aber ich habe eine Zwischenfrage. Das ist nicht verdammt gut. Ich habe eine Zwischenfrage. Darf ich mal eine Frage stellen? Frag. Ich bin auch in einer Beziehung. Ich würde mir im GTA-Roadplay nur sehr ungern im Auto einen lutschen lassen. Ja. Das ist schon meine Frage. Hast du keine Ahnung? Keine Ahnung. Daraufhin, das ist kein Joe, das geht noch weiter. Nachdem Person A von Person, nachdem Person A von Person B diesen Abfuhr gekriegt hat, ähm, ähm, hat sich das im RP dann auch gelöst. Tatsächlich. was schon ziemlich witzig ist. Und dann kam Person A mit Person C zusammen. Die auch auf dem Server war. Person C war dann der gleichen Situation ausgesetzt. Während Person C, ähm, gab es solche prekären Informationen dann aber nicht. Und Person C ist im Real Life dann mit Person A zusammengekommen. Nein, 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 nein. Das ist, das ist jetzt erfunden, oder? Nein, das ist nicht erfunden. Willst du es an Kindern erklären? Ja, die hatten den Blowjob verpasst. In einem virtuellen... Das ist nicht erfunden. Ich schwöre es euch, es ist nicht erfunden. Ja, das ist auch kein, äh, Einzelfall. Wirklich. Dass man, ähm, holy shit. Und ich will dazu auch keine Namen nennen, weil das brauche ich gar nicht. Aber ich möchte euch klar, ich möchte diese, ähm, die Sache, die Asta gesagt hat, untermauern. Aber die haben jetzt schon den Klärwerk-Server zusammen, oder? Nee. Liebe geht raus an euch. Nee, nee, das... Oh mein Gott. Vielleicht wieder eine DM von Seetoy. Wie heißt denn der? Den möchte ich bitte behandeln. Ähm, das geht aber noch weiter. Ich hab auch mal was anderes erzählt. Das ist eine Sache, die ich noch nie erzählt habe, die für mich auch grenzwertig ist, aufgrund der Tatsache, dass das Erste passiert ist mit diesem Hier, guck mal, können wir uns treffen? Das bin ich. Nein. Und dann antwortet der Typ halt mit einem Bild von seiner Freundin. Was halt, was halt die alphaste Art und Weise ist, zu antworten. Echt? Das ist wirklich so. Alpha, also mehr Alpha wirst du nicht. Also ich glaube, du kannst schon mehr Alpha werden, wenn du das überhaupt gar nicht erst in einer... Haben die das auch so ausgespielt? Naja, ich, also ich möchte jetzt nicht in Details gehen. Nein, du musst nicht in Details gehen. Darum sag ich nichts. Aber sind, 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 haben Geräusche... haben Geräusche stattgefunden? Ja. Also wenn Geräusche stattgefunden haben, dann ist das Einzige, was Alpha ist, die Marke auf dem Pulli wahrscheinlich. Aber ja, sehr unangenehm. Aber ja, so weit geht das. Wir haben auch Fälle gehabt von Situationen, wo die Ehepartner und die Lebensgefährten sich bei uns gemeldet haben, weil die Partnerin sehr viel RP spielt und der das nicht möchte, weil die im RP einen Freund hat. Das ging so weit, das ist der extremste Fall, das ist tatsächlich der extremste Fall, wo ein verheiratetes Paar ihre Beziehung beendet hat, weil die Frau zu viel Zeit am am Rechner auf dem Server mit anderen Leuten verbracht hat. Du wirst lachen, aber ich glaub dir das. Ja, natürlich glaubst du mir das, weil das tatsächlich so ist. Ja, ich, ja, 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 absolut. Weil da kommen wir ja wieder zu dem ursprünglichen Grund, warum RP überhaupt betrieben wird und warum es so viel konsumiert wird. Es gibt auch, ich setz nochmal an, bevor du das erklärst, es gibt auch Fälle, wo Behauptungen im Raum stehen, dass die eigenen Kinder deswegen vernachlässigt werden. Das ist gut. Das ist, das, das muss man noch nicht mal, ich glaube, das muss man nicht mal spezifizieren. Das Leben wird einfach komplett auf, auf, auf dem zweiten Tisch gepackt. Also ich kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich weiß das auch in, in Einzelfällen, dass das Personen sind, die in ihren 30 Quadratmeter Zimmern sitzen und die schlafen im realen Leben, wenn ihr Charakter schläft und dass ihr Charakter ihr Leben ist. Es gibt auch Fälle auf einem anderen Projekt, ich glaube, ich glaube, das weiß jeder, dass das auf GVMP passiert ist, wo der Polizeichef irgendeine alte, auf dem Server im Büro des Polizeichefs weggeflankt hat. Ich wusste das nicht. Ja. Ich auch nicht, ich auch nicht. Passiert. Ist immer, ist passiert. Ausgespielt? Gibt's denn ausgespielt? Aha. Ausgespielt. Ist einfach krass. Gibt's auch, gibt's auch, ähm, noch, äh, es gibt's, gibt's auch noch komische Server, äh, äh, Bilder dazu oder so. Ich weiß nicht, ob's noch Clips gibt. Ja, gab's auch so ein legendäres Video, wo halt irgendwie auf Dirty oder so, die eine dem einen da am Hotel Zimmern mit Launcher verpasst hat und dann kam der andere rein, weil der auch Bock hatte oder so. und die haben das auch, keine Ahnung, die haben's halt ausgespielt. Die Leute spielen das aus. Ist halt Hardcore-RP, ne? Ja, hart auf jeden Fall. Sehr hart. Auf jeden Fall hart. Mich wundert, das Einzige, was mich wirklich wundert, ist, dass es, äh, dass die Minecraft-Szene noch nicht in die GTA-RP-Szene gefunden hat. Dass es noch keine Server gibt, wo es Premium-Ringe gibt. Äh, weil Rockstar, weil Rockstar dir den, also das find ich eigentlich relativ gut, weil Rockstar so schnell den Hammer runterziehen würde, wie du dir nicht vorstellen kannst. Ja. Rockstar würde, das gab mal, die Modding-Szene stand ja mal kurz vor dem Aus, als Script-Hook, ähm, fast dichtgemacht wurde. Ja. Ähm. Das, das, da, das war halt total krass. Ich glaub, es gab, ach doch, stimmt, es gab UGC. Ne, Open, Open 4, nicht Script-Hook, Open 4 war das. Sorry. Äh, da wurde ja mal fast zugemacht, wegen der Situation, weil die einen Season-Assist-Letter von Rockstar gekriegt haben. Hm. Und, ähm. Die waren damit nicht einverstanden, oder? Ja, die haben... Aber das ist da nicht super kritisch, was, was, äh, was da eine, ne, eine durchaus sehr etablierte und bekannte Person jetzt vorhat? Mit diesen Investments in, in, in seinen Server? Äh. Ach, du meinst, auf, auf, ähm, durch, durch, ähm, Donations den Server finanzieren? Ja, ja. Donations und Server finanzieren ist immer so eine schwierige Sache. Ich weiß aber gar nicht, gar nicht, was du meinst. Äh, ich, ich, ich hab irgendeinen wirren Scheiß gelesen, den ich, aber wirklich, das ist jetzt super hart gefährliches Halbwissen, ähm, dass, dass da eine Person gibt, die jetzt einen GTA-RP-Server machen möchte, Ja. Wo, ich glaube, die, die, äh, das, das Netzwerk von Sarazar dahinter steht. Ach, du meinst die Mafuja-Gruppe. Okay, ja. Ja, ja. Und dass da auch irgendwie Investments möglich sind, die dann ... Das, also, halte ich für superkritisch und wird war ... Also, hab ich auch noch nichts von gehört. Ja, deswegen hab ich ja gesagt, dann müsste das doch auch kritisch sein oder nicht. Ja, sowas wäre kritisch. Aber du, äh, nahezu jeder Server hat irgendwo einen Donation-Button, ne? Auch Homestate hat einen. Ja, Homestate hat halt diesen Donation-Button, dass die die Serverkosten finanzieren. Das ist ja in Ordnung, ne? Genau, und das hat, ähm, ähm, das hat, äh, das hat auch ... Das kann auch gemacht werden. Man darf halt bloß nicht damit Geld verdienen. Man darf nicht eine, eine gewinnorientierte Struktur aufbauen. Dann wird's schwierig. Ja, aber dann sind Sponsoren ja auch ein No-Go. Und die sind definitiv da, das weiß ich. Ja, wir haben mit unserem Server damals auch überlegt, ob wir das irgendwie über Sponsoren finanzieren. Schlussendlich bezahlen wir's aus eigener Tasche. Oder haben wir's aus eigener Tasche? Ich dachte, das wär's mal so bei euch gewesen, wegen Alternate Live. Nee, nee, gar nicht. Das, wir haben, ähm, Alternate Live gewählt, weil alternatives Leben uns ganz gut vorhauen. Ah, okay. Ja, das haben aber viele gedacht. Äh, ist aber tatsächlich nie passiert. Da ist kein Cent geflossen. Gab's auch keine Placements, gar nichts. Hm. Ja. Äh, mit den Donations werden wohl die Mitarbeiter bezahlt. Die Mitarbeiter werden bezahlt? Hä? Was für Mitarbeiter? Das ist doch alles auf Ehrenbruder-Basis, oder nicht? Ja. Hä? Okay, keine Ahnung. Wir, also, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht, also, Mitarbeiter? Mitarbeiter, wenn ich das schon höre. Ja, wird's immer schwierig, ne? Ja, keine Ahnung. Muss jeder, muss jeder selber wissen. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie das Modell aussieht. Und ich find's aber grundsätzlich schwierig, ähm, die Kosten für ein Projekt, was man, von wovon man selber profitiert, auf ein Community abzulagern, die dann dann für, bitte vorstrecken soll. Das find ich schon immer schwierig, so. Du kannst nicht einfach, also, du kannst es schon machen, aber es ist immer ein bisschen fishy. Denn wenn du anfängst, ein Projekt zu machen, wo du Leute für bezahlen lässt, aber selber dann bestimmst, was wie wo passiert, dann, ähm, dann, ähm, vielleicht hat jemand bezahlt, der dann gebannt wurde. Vielleicht zieht dann jemand sein Geld zurück. Vielleicht gibt's einen Shitstorm, weil die Leute nicht damit einverstanden sind, wie die Entwicklung stattfindet. Das ist ja genau der Punkt, den ich ansprechen wollte, weil durch finanzielle Macht kommt dann auch Macht auf anderer Ebene. Genau. Also, ich meine, wenn ich, wenn, wenn GTA 5 RP mein Leben ist und ich gut geerbt habe, dann überweise ich dem eine fünfstellige Summe und sage, und das läuft jetzt nach meinen Regeln. Sonst zieh ich die Scheiße wieder zurück. Es hieß, die Community kann zahlen und das Geld wird dann in den Skriptor und das Team ausgeschüttet. Oh, das ist schon wieder eine steuerliche Frage. Steuerliche Fragen stellen sich. Hör auf mit steuerlichen Fragen. Deswegen, keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich, hör auf mit Fragen. Ähm, kann ich nicht sagen, klingt auf jeden Fall merkwürdig. Ganz ehrlich. Klingt ganz merkwürdig. Würde ich, äh, Finger von lassen. Von sowas. Server- und Mitgliedsbeitrag geht ja nicht wegen den Rockstar-Regeln dann, weil das ist ja dann, genau, da müsstest du, das geht ja dann nicht. Ja. Hm, schwierig. Ähm, finde, ich treffe mal eine Aussage. Live-Streams, ich stelle mal eine Behauptung auf und wir sprechen da einfach mal drüber. Twitch-Live-Streams und Live-Streams generell, gerade große, zerstören die Qualität des Roleplays. Ja. Ja. Hey, wir können darüber diskutieren, ihr müsst nicht gleich zustimmen. Okay. Warum? Lass uns mal Aster sprechen. Also, wie, wie dieser, wie diese vorhin angekündigte Gentrifizierungsscheiße. Leute sehen das durch andere große Streamer, kommen rauf, verstehen das Prinzip nicht, verscheuchen die eigentlichen Streamer. Und dann kommt genau das, was wir jetzt gerade haben. Ähm, darüber hinaus wird durch das Stream halt, diese, diese Stream-Relevanz, die wirst du immer haben und die ist einfach, auch wenn du es selbst nicht willst, du bist, du, wenn du anfängst, sowas zu streamen, wirst du, ob ja oder nein, in diese Community hineingeworfen und bekommst Dinge mit, wie beispielsweise du, obwohl man sich nicht in irgendeinem Talk aufhält, was alles abgeht. Und, ähm, das vermischt sich alles miteinander. Das ist nur noch ein Hin und Her, dann wird der eine gehostet, weil, letztes Mal, da, da, da hatte ich mit jemandem mehr P und dann wurde halt auch geschrieben, ey, ja, hoste mal den und den. Ähm, der war doch gerade mega korrekt. Das ist wirklich. Genau, ist so. Der wird, und, und, der war gerade mega korrekt zu dir, der, der Cop, der hat zum Beispiel deine Kosten gerade übernommen und sowas. Ja, aber genau dann hoste ich ihn nicht, weil das ein falsches Signal schickt. Und dann irgendwann irgendwelche Leute zu dir kommen, weil die dann von dir gehostet werden wollen oder sonst irgendwas und, und das Ding mit dir AP machen. Ja. Beispielsweise. Ja, ich hab, äh, ich hab andere Situationen, also, ich seh das nicht so mit dem, okay, dann kommen halt Leute, weil da große Streamer sind, sondern ich sehe das Problem derzeit, woanders, und zwar, dass die dir entweder den Schwanz rutschen oder aber versuchen, dich komplett aus dem Leben zu nehmen und zwar basierend auf, ähm, persönlicher Präferenz. Wenn du, wenn du selbst, und das ist vor allem eklig bei diesen kleineren RP-Streamern, ähm, wenn du kleinere RP-Streamer hast, und das merke ich enorm bei mir, die so mit ihren 50 Leuten streamen, dann versuchen die auf Krampf Kontakt mit dir aufzunehmen, auf Krampf, und dann hast du auch auf Krampf die 50 Leute von, von denen, bei dir im Chat, die dann, die dann, die dann schreiben, das ist der und der. Klingt schwierig, ja. Und dann passieren solche Dinge wie, ja, wie, das ist mir original passiert, ja, du brauchst, du brauchst ein Auto, ja, wie viel kostet das denn? Ja, so 1000, aber hier, nimm erst mal, buff, 1000. Ja, oder die geben dir einfach 500 Dollar. Ja, geben dir einfach 500. Irgendwie ist das genauso, ne? Mit dem, dass einige sich deswegen nicht trauen. Ich hätte, ich muss das zugeben, und, ist okay. Ich, ähm, als ich auf AL angefangen hab zu spielen, ähm, hab ich mich dann auch mit den Streams beschäft, also befasst und so, weil ich halt wissen wollte, wo ich drauf spiele und so, äh, mit den anderen Leuten, und die haben mir das ja auch empfohlen, und dann wusste ich zum Beispiel, wer Stay, wie ein Stay, äh, wie zum Beispiel ein Kördus Kusch spielt, so. Ähm, ich hätte sie nicht angesprochen, glaube ich. Ich, ich hätte den Teufel getan, weil ich, du weißt, also man weiß, wie sowas ausartet, du kannst dann einfach als irgendein Boy abgestempelt werden, der nur aufgrund irgendwelcher Zuschauerschaften mit dem sprechen will, und, ich gebe's zu, es ist, es ist auf einfach, auf eine andere Art und Weise Meta, aber es ist genauso falsch. Hm. Und deswegen weiß ich nicht, wie man damit, wie man das, was halt handeln könnte. Das ist echt merkwürdig. Ich finde, ich finde, ich finde, ähm, Streams haben, ähm, Arma zerstört. Schon. Arma-Roadplay wurde von Streams vernichtet. Und, ähm, GTA-Roadplay wird von Streams genauso vernichtet. Also es wird einfach vernichtet, weil die, die Community oder die Leute, die RP betreiben, überrannt werden von Leuten, die RP betreiben wollen, aber nie darauf gekommen werden, nie darauf gekommen werden, wenn sie nicht einen Stream gesehen hätten von, ähm, Karl, wie er Schulterschmerzen hat. Oder wie ein Stream gesehen hätten von mir, wie ich mit einem, äh, wie ich mit einem, wie ich mit einem, äh, lachsfarbenen Jackett irgendwen zusammenstauche. Ja, ja, ja. Oder wie sie einen Stream von Asta sehen, äh, wo er im Gesicht tätowiert wird. Und wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Was mir, und das ist jetzt, das klingt jetzt extrem bescheuert, aber ich sag einfach mal, wie's ist. Was mich am meisten anpisst, ist, dass wenn du Leute hast, die realisieren, oder die von vornherein wissen, wer du bist, und für wie viele Leute du streamst, dass die, die an der scheiß Backe kleben, und auf Krampf versuchen, lustig zu sein. Das find ich am allerschlimmsten. Ja. Das geht mir am allermeisten auf den Sack. Dass die, okay, dass die dabei sein wollen, das machen, ist mir scheißegal. Dass die versuchen, da irgendwie mitzuspielen, ist in Ordnung, gehört ja dazu. Aber du merkst, dass die auf Krampf versuchen, lustig zu sein. Laut der beste Sub-Sound. Um da irgendwie implementiert zu werden. Und darauf komm ich gar nicht klar. Hm. Ja, das Problem ist aber, das ist ein hausgemachtes Problem. Und das hab ich auch schon, das ist, altes Life war's nicht anders. Die Schuld tragen die Streamer. Und die Schuld in der Punkt, dass sie dafür sorgen, dass Server mit Leuten überschwemmt werden, die aus, die nicht aus der RP-Szene kommen, sondern, ähm, die aus der, die aus der Streaming-Szene kommen. Die, das sind, abhängig vom Streamen, kann das richtig grenzwertige Scheiße sein. Wenn der falsche Streamer, wenn der falsche Streamer auf dem Server spielt, dann kommen da Leute, mit denen willst du nichts zu tun haben. Null. Ja, bei mir ist das aber auch so. Ich hab, ich hab noch nie RP gespielt. Und das, also Streaming ist jetzt seit 2000, also mit ein bisschen Glück geh ich 2019 fulltime. Küsse dich. Und, das Problem an der Sache ist, das hätte bei mir genauso gut kaputt gehen können. Ich kann, wie Monte zum Beispiel, weißt du, Monte, Monte würde das, ähm, der würde extrem witziges RP machen, aber ich glaube kaum, dass irgendein Server ihn wollte. langfristig. Und, also wir, ich arbeite da gerade dran, ihn auf, ähm, KW zu kriegen, weil Montes Reichweite einfach zu krass. Also ich kann verstehen, warum, ich kann verstehen, warum Server sagt, die wollen ihn lieber nicht, weil er ist halt überflutet. Das bestraft ihn und ist super unfair, aber, Monte ist zu groß. Der ist so groß, dieser Streamer, dieser Kanal und diese Person ist so groß und so heftig, dass du davon ausgehen musst, dass ein Server down geht, wenn der connectet. Ja. Ja, genau das ist der Punkt. Monte ist zu fucking groß und deswegen kann ich verstehen, dass, dass, dass ein Server sagt, möchte ich nicht. Weil Monte macht folgendes, der connectet auf den Server und dann ist der Monte auf diesem Server. Was ja auch okay ist. Der wird, ja, das ist, das ist perfekt, das wird super witzig. Für alle, die das Buch gelesen haben, die können sich vorstellen, was da für ein krasser Scheiß bei rumkommt, wenn Monte RP macht. Der wird sich in Character, seine fucking Jogginghose anziehen, ein Unterhemd, eine Kappe, eine Goldkette und dann geht's los. Und dann sagt der, einmal schmeckt und der Server geht offline. Ja. Ja, aber das, du, solange, also du, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall realisieren wir das jetzt mit KW und wir gucken mal, ähm, das, wie das ist. Vielleicht gefällt ihm das ja auch gar nicht, weil es zu kompliziert ist oder so. Ähm, und dann hat er zumindest die Chance, sich da mal ein Bild von zu machen. Ja. Man kann auch schmeckelich schmeckt sagen und dann, äh, äh, Ich find das geil. Also ich hab, also wie, aber ich feier ja auch Monte, von daher, ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wie die anderen das sehen. Ich glaube auch, es wird mega witzig, aber, äh, ich würd' mich halt, ich würd' mich halt, ich würd' mich halt hinsetzen, würd' mir, würd' mir, würd' mir, äh, Käse, Käse-Nacho-Chips da hinstellen und würd' mich halt bepissen vorlachen wahrscheinlich. Ja. Man muss halt, man muss halt aufpassen, ähm, wie das von seiner Zuschauerschaft angenommen wird, weil es, Alter, wir reden hier nicht, äh, wir reden teilweise bei mir ja schon oder von, bei dir so, wenn so 1500 Leute auf einmal im Stream sind und irgendeine grenzwertige, grenzwertige Scheiße passiert, das ist ne Waffe, Alter. Das ist ne verfickte Waffe. So, das ist ne verfickte Waffe. Das, diese, diese, diese Gruppe, diese Reichweite ist ne Waffe. Und mit dieser Waffe kannst du im falschen Zeit, auch wenn du selbst nichts dazu, dafür kannst, wird halt, wird halt geschossen so. So richtig kaputt gemacht. Aber das musst du auch wollen. Also, ich finde, und da bist du dann als Streamer in der Verantwortung, den Karren nicht vor die Wand zu fahren. Weil, du musst dir all diesen Sachen im besten Fall aufgrund von Erfahrung und Intelligenz bewusst sein und dann musst du damit ordnungsgemäß umgehen. Ja, aber das, manchmal kannst du nichts tun. Manchmal, manchmal reicht, manchmal geht nichts. Also, manchmal geht halt einfach nichts. Gib mir mal, gib mir mal ein Beispiel. Ich möchte das nur verstehen, weil ich selber weiß, weil ich, weil ich da nicht reintappen will. Ähm, ich habe, oh, ich mach mal ein Beispiel. Warte mal, was waren da letztens? Ich hatte ein, ähm, was waren das? Ich glaube, ich weiß nicht, wo, wo, wo ich den, ich muss den Leuten das regelmäßig sagen. Ähm, wo war denn das? War das mit Lady? Nee, ich glaube nicht. Doch, genau. Das war nicht Lady, aber das war jemand anders. Und zwar war da so eine kleine Streamerin, die schlussendlich auch gebannt wurde, aber es war was ganz anderes in dem Kontext. die hat Blödsinn gemacht, die hat irgendwie Scheiße gemacht, die ist aus so einem fahrenden Boot gesprungen, hat irgendwie scheiß Fail-RP des Todes und Metagaming gemacht. Alles gut. Ähm, und nachdem die Leute das in meinem Stream gesehen haben, sind die zu der in den Stream-Chat gegangen und haben halt angefangen, da ein bisschen Terror zu machen. und wenn du das geweißt, dass das passiert, dann, das ist der Werdegang, äh, dann erkennst du die Situation, dann sagst du, und das ist das, was bei mir passiert ist, dann sitzen meine Motte in dem Channel von dem, von der, und, äh, sagen, äh, schreiben sich die Namen auf und die werden alle bei mir gebannt. Egal, ob das Subs sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und so musst du es halt machen. Du musst halt die Leute dafür bestrafen, dass sie sowas machen. Und du musst die erziehen. Und erziehen nicht, weil ich Papa bin, sondern erziehen einfach, damit Internetetikette gewahrt wird. Oder RP-Etikette. Und jetzt stell dir mal, und jetzt stell dir mal Monte vor. Genau. Und jetzt stell dir mal Monte vor, der so eine Situation hat, wo sich jemand daneben benimmt und dann streamt ein kleiner Streamer, äh, dann streamt ein kleiner Streamer und dann rastet, dann sind da 30.000, im besten Fall, wenn das gut ankommt, 50.000 Leute, die diesen Stream finden und lass 1.000 Leute, da reingehen und scheiße schreiben. Das ist absolute Vernichtung. Und darum muss das, wenn es so sein soll, unbedingt ein kontrollierter Rahmen sein, wo jeder weiß, worauf er sich einlässt. Ja, da hast du recht, Mann. Da hast du recht. Du musst ja nicht mal Schuld haben. Genau, er kann ja nicht mal was dafür vielleicht. Ja. Und dann, und dann, äh, das ist, das ist auch etwas, was besonders ist. Die Leute, das ist auch ein großes Problem, das ist ein großes Problem in Roleplay allgemein, dass wenn du einen Stream hast und dieser Stream unterhält dich und du fühlst dich mit diesem Stream verbunden und ihr habt das, jeder von euch hat diese Zuschauer, die halt super krass bei dir reinsuchten und diesem Stream passiert im RP etwas Schlechtes, dann white knighten die durch. Dann ziehen die ihre Rüstung an und ziehen für dich in den Scheißkrieg. Und dann kannst du teilweise nichts dagegen machen. Und dann treffen, dann treffen Streamer aufeinander und dann treffen Communities aufeinander. Und dann wird fucking Krieg geführt. Ja, und dann ziehen die, dann, 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 dann ist das nicht zwischen Streamer und zwischen zwei Personen, sondern ist das auf einmal zwischen, dann ist das ein Kreuzzug. Das ist total verrückt. Wenn man das das erste Mal gesehen hat, das ist total Banane. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist total irre. Ja, und das ist, äh, hoch, sehr unjubig. Also ich glaube, man muss nicht darüber sprechen, dass man als reichweitenstarker Streamer definitiv eine Sonderbehandlung bekommt auf RP-Servern. Und ich glaube, die Sonderbehandlung, die Montana Black kriegen würde, die Montana, ich wiederhole, Bestseller-Autor, man kennt ihn, Montana Black kriegen würde. Hat er diese Fantasy-Reihe geschrieben? Der hat, der hat, der hat auch Herr der Ringe geschrieben. Ah, ah, okay. Der hat alles geschrieben. Okay. Was da passieren wird, ist fernab von Gut und Böse. Wirklich. Die werden, im schlimmsten Fall hast du 1500 Montana Black-Fans, die sich sofort, sobald dem irgendeiner zu nahe tritt, auf Krampf auf diesem Server bewerben. Ja, aber das ist, das ist auch etwas, wo er nichts für kann. Darum sage ich ja. Nein, nein, natürlich. Der Monte kann da, das war ja meine Aussage, war nach vorne dran, Monte kann dafür absolut gar nichts. Ich würde Monte RP komplett feiern. Ja, ich auch. Aber ich, aber ich verstehe die Server, wenn sie sagen, hätten wir nicht so gerne. Ja, das habe ich auch, das habe ich auch verstanden, als Homestead das gesagt hat. Ich habe ihm das auch gesagt. Ähm, schlussendlich, ähm, KW hat jetzt gesagt, sie wollen es machen, sie wollen es versuchen. Ähm, wir müssen da noch einen Termin für finden und dann wird er das mal ein bisschen ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Holy shit. Das kann so gehen und das kann so gehen. Es wäre auf jeden Fall wichtig, dass er weiß, wie diese Etikette, wie du es gerade so genannt hast. Genau, darum habe ich mir, ich nehme ihn da, also wenn er, wenn er da noch Bock drauf hat, das letzte Mal, als ich ihn gefragt habe, hat er ja gesagt, aber, ähm, wenn er da noch Bock drauf hat, dann werde ich ihm das zu 100 Prozent klar machen müssen, was das bedeutet. Und was für, und da muss er seine Moderator halt fucking, wirklich, auf die Jagd schicken. Also das ist eine Jagd. Und so viele Leute kannst du gar nicht bannen, das ist insane. Ja, mal gucken. Bin sehr gespannt. Wirklich sehr gespannt. Aber krass, dass wir uns alle einig sind, dass Streams RP kaputt machen und wir alle RP streamen. Das andere wäre halt gelogen. Ja. Flümmen sind halt die Leute, die zum Beispiel von, dem Stream, wie es halt so oft, ihren Charakter abhängig machen, beziehungsweise, nein, vom Charakter ihren Stream abhängig machen und ihre Karriere, falls sie irgendwie hauptberuflich Twitch betreiben. Das ist sehr gefährlich. Was meinst du genau? Du weißt es doch ganz genau, hör auf jetzt. Nein, ich will wissen, was er genau meint. Dass du wahrscheinlich nur ein Charakter spielen kannst, eventuell, darauf deine Twitch-Karriere aufbaust und eventuell dadurch, wenn er stirbt, was du nicht in Kauf nehmen willst, weil du dich so hart daran klammerst, dass es nicht passiert, dass dadurch halt, wenn dieser Charakter stirbt oder irgendwas anderes passiert und du diesen nicht mehr spielst oder ganz geschweige überhaupt GTA RP, das dann halt alles in den Keller fielst. Und du deswegen versuchst, immer zu gewinnen und jedes Mal eine Scheißangst hast, dass du eventuell irgendwann hingerichtet wirst. Und das darf nicht sein. Und jeder einzelne Spieler, der seinen Stream von GTA RP abhängig macht und das Leben von dem Stream seines Charakters abhängig macht, muss weg. Der muss gebannt werden. Es geht nicht anders, weil das halt grundsätzlich eine falsche Einstellung ist. Es gibt viele Beispiele. Da muss man sich, da muss man sich nur ein bisschen umgucken. Boah, also ich sehe schon, ey, wenn ich Tamar nicht getroffen hätte, hätte ich auch mit Astar ein Projekt aufmachen können. Der hätte die Leute noch heftiger weggebannt als ich wahrscheinlich. Da wäre ich die Stimme der Vernunft gewesen. Astar jetzt. Das wäre grausam gewesen. Hör mal auf, Astar, jetzt kannst du dich schon wieder Leute bannen. Hör doch mal auf jetzt. Finger weg von den Bands. Finger weg von der Bandtaste, Astar. Der raut ja knapp. Der kommt rein und sagt so, ey Astar, ich habe heute richtig gute Arbeit geleistet. Ich habe 800 Leute gebannt. Er sagt, was? So wenig? So wenig? Wenn es sein muss, muss es sein. Und genau deswegen, also das wirklich, deswegen schätze ich das an euch, dass ich glaube, dass ihr, also nicht erwachsen, reif genug seid zu begreifen oder ihr wisst, ihr habt das Grundverständnis und es fickt euch nicht. Also es fuckt euch nicht ab oder es stört euch nicht, wenn ihr irgendjemanden weghaut. Scheißegal, wer das ist. Und das ist wichtig und das muss man tun. Und ich habe das Gefühl, dass ihr die einzigen seid, die dazu bereit wären. Ja, das ist auch eine einzigartige Konstellation. Also unser ehemaliger Server, ähm, ähm, äh, unser ehemaliger Server, der, äh, besteht aus, bestand lange Zeit aus zwei gigantischen Streams. Ja. Die, und ich muss sagen, einer von diesen beiden Streams, und das bezieht mich, da, da beziehe ich mich, äh, mal auf mich selbst, dem war das grundsätzlich eh scheißegal. Der war immer auf Konfrontationskurs und ist immer noch auf Konfrontationskurs getrimmt. Mal mehr, mal weniger. Äh, wo es keine Rolle spielt, ob 20 Leute hier reinkommen und sagen, ey, du bist scheiße, weil du hast den gebannt. Das ist mir voll Latte. Bei Curtis war das ein bisschen anders. Ähm, der hat die, der hat die Sachen nicht so gut verkraftet, was das angeht. Ähm, Tama ist da wieder ein ganz anderes Brot. Dem ist das auch vollkommen egal. Der ist wirklich, also es gibt nichts. Ich glaube, dem ist das egaler als mir. Der setzt dich irgendwo hin und sagt, äh, ähm, äh, also, dem ist das auch vollkommen, dem juckt das gar nicht. Tama ist so jemand, um in Metaphern zu sprechen, wenn du dem sagst, okay, dieses Gespräch hier auf diesem Kanal, du, du sitzt hier auf einem Scheiterhaufen, der getränkt ist in Benzin und sagt, Tama, ja, und dann springt er da mit Streichhölzern rein. Richtig, der zündet sich vorher an und sagt, jetzt fühle ich mich wohl. Ja. Auf Kram. Und dann lebt er da drin zwei Tage, wie dieser komische Drache beim Hobbit. Der überlebt. Und danach steigt er aus und sagt so, und jetzt gehe ich weiter. Genau, und dann steigt er auf seine drei Drachen und nimmt Winterfell ein oder so einen Scheiß. Ja, mit den Hobbits. Ja, will mehr Blut sehen. Ja, genau, so ein Ding ist das. Das wissen viele gar nicht, der ist viel krasser als ich. Tama ist der Endboss, weil Tama ist jemand, Stay diskutiert sehr gerne, wenn er an etwas glaubt. Tama diskutiert einfach nur gerne. Ja, dem ist das auch scheißegal, was für eine Position er bezieht. Ja. Der kann doch sagen, brauchst du einen Gegenpart für, das ist, brauchst du eine Gegenpart für irgendwas? So, lass mal, lass mal über, ähm, lass mal über die Sinnhaftigkeit von Kinderarbeit reden und Tama ist der Typ, der die Kinderarbeit, äh, gut findet in der Diskussion. Das wissen viele nicht, aber ich kann das hier, Tama hat's bei sich schon im Stream geleakt, deswegen kann ich's jetzt hier liegen. Äh, als diese ganze Urheberrechtsreform Scheiße durchgegangen ist, ne, hat Tama mir geschrieben, sagte so, du diskutierst da gerade sehr viel drüber, lass, lass uns, lass uns einen Stream machen, aber ich möchte anonym bleiben und ich diskutiere für Artikel 13. Ich bin von der CDU. Ja. Nicht so, Bruder, du wirst vernichtet. Ja, ist mir auch scheißegal. Sag, ja, nee, nicht von mir, sondern von dem Chat, weil das, du kämpfst gerade gegen das Internet, gegen die Bots. Ja, ist mir egal, ich mach das, ich hab da Bock drauf. Ja. Ich möchte das machen. So einer ist das. Das ist Tama, das ist original so passiert, das war die erste Konversion, die wir hatten. Der hat mir auf Twitter eine Nachricht geschickt, hat gesagt, hey, ich bin Tama, ich diskutiere gerne, ich würde ganz gerne für Artikel 13 diskutieren. Okay. Absolut savage. Total kaputt. Und dem ist das wahrscheinlich noch scheißegaler. Und deswegen, ja, aber das ist eine einmalige Konstellation. Also du hast dieses, du hast diese Grundaussetzung, also die Grundaussage, wie sagt man, die Grundhaltung von wegen, yo, uns ist das scheißegal, weil uns kann das scheißegal sein. Wir sind auf nichts angewiesen. Wir bezahlen den Server selber. Wir bezahlen alles selber. Ihr könnt euch mit eurem Geld einen Scheiß kaufen. Hier ist nichts für euch möglich. Nichts. Und das ist halt eine Freiheit, die du nicht einfach so hast. Weil wenn du ein Hobbyprojekt hast, dann musst du irgendwas bezahlen und Serverkosten, das ist nicht wenig. Ja, wenn du 500 Euro im Monat abdrücken musst, nur damit der LP-Server läuft, dann stellst du dir halt schon mal die Frage, was so los ist. Hm. Ja. Ja. Und deswegen, ja, ähm, ja, wir konnten machen, was wir wollten. Aber ich stimme mit Aster überein, dass, dass du, wenn du, wenn du deinen Lebensunterhalt darauf basierst, äh, GTA zu streamen, also wenn du neben GTA nichts anderes hast, was deinen Stream ausmacht, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Zumindest hast du die Kontrolle über deinen Stream verloren, ja. Ja, weil das ist, das willst du nicht, das möchtest du nicht. Ich glaube, das ist etwas, das möchtest du einfach nicht, weil dann machst du dich abhängig davon. Ja. Und dann passieren dumme Dinge, dann werden Substanzen rumgereicht, die dann gespritzt werden. Ja. Wobei man da aufpassen muss, ähm, ob das wirklich der Grund war, also, viele sagen das ja auch, behaupten das tatsächlich, bei diesem Vorfall. Was, nochmal, was, achso, achso, das mit den Dings. Oder, oder, also hast du dich darauf jetzt bezogen? Bist du, bist du wahnsinnig? Ich war nur eine allgemeine Metapher. Achso, okay, alles. Du musst vorsichtig sein, Karl, Karl ist immer noch serverabhängig. Nein, es tut mir leid, dann wollte ich nichts unterstellen. es ging halt nur. Wenn ich morgen gebannt werde, dann kann ich meine, kann ich meine Twitch-Partnerschaft direkt kündigen. Ja, schon wieder. Dann musst du wieder reacten und wir müssen die Schedules wechseln. Dann müssen wir wieder Schedules tauschen. Aber es ist halt, äh, das ist doch bei Asta so oder nicht? Ja, bei mir ist das genauso richtig. Stimmt, du bist, du bist, ähm, nicht nur auf Twitch erfolgreich, weil du, ähm, weil du, äh, Asta bist, sondern, das ironisch bei dir ist, ist auch was andersrum, ne? Also, du hast auf dem Server gespielt, da hast du noch eine ISDN-Leitung zu Hause gehabt, wo das Einwählgeräusch manchmal anging, wenn das Mikro nicht gemutet war. Mhm. So ein Ding war das. Ja, ich hab jetzt ein Hybrid, also ich nehme halt LTE. Aber ja, also ich hab erst gespielt und dann, ja. Ja, das war halt, aber das, ich, ich glaube, das ist auch ne, du machst dein, ich weiß es nicht, das ist auch bei dir so, ja, das stimmt. Wenn dein, ich, ja. Wenn dein Charakter tot ist, ist dein Stream tot. Das könnte sein. Oder ich versuche es, oder ich schaffe es, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ähm, die Zuschauerbindung zu halten, indem ich halt anders entertainen kann. Das, aber wie gesagt, noch ist nicht ersichtlich, wie es bei mir aussieht. Und es geht in die Richtung, wie du es sagst. Ähm, dass es so sein könnte. Das ist korrekt. Aber, das ist egal. Wenn ich einen geilen Tod habe, das darf ich nicht sagen, weil sonst provozieren das viele Leute. Ja. Äh, Notizen werden gemacht. Es ist mir egal. Und ich, tatsächlich freue ich mich auch darauf, eventuell neue Dinge spielen zu können, falls es irgendwann mal dazu kommt. Ähm, man muss aber ganz ehrlich, du hast auch genug Kreativität und, und, und Charisma als Person außerhalb des, äh, des, des Charakters, um das viel zu machen. Also wer sich, also ehrlich, kein, kein Joke, ich puder dir jetzt hier nicht den Arsch, ne? Aber, ich, also, wer dir, wer in der Lage ist, einen Charakter zu spielen, der eigentlich fünf Charaktere ist, ja, der Verbrecher ist, der, äh, Zivilist ist, der gleichzeitig, äh, Superheld ist, und der alles andere noch ist, der wird in der Lage... Klappenschwarm? Sorry. Aber, das ist halt, weißt du, du kannst den, das Ding ist, du kannst den immer wieder anders nennen, und dir kann niemand vorwerfen, dass du den gleichen Charakter nochmal spielst, weil du schon mit deinem Charakter alle Charaktere spielst. Das könnte sein. Der Vorwurf ist halt irrelevant, weil du schon alles bist, was es gibt. Außer Farmen vielleicht. Und das kann man nicht wirklich als besondere Eigenschaft sagen, aber es ist halt einfach, du bist halt schon alles. Ja, du kannst nicht mehr sein als alles. Und deswegen ist es scheißegal, glaube ich. Ja, solange du nicht Cop wirst. Ich glaube, Cop würde nicht gehen. I don't know. Glaubst du, ich hatte, äh, die Sache ist ja wahrscheinlich jetzt eh gestorben so, weiß ich ja nicht. Aber ich hatte vor, als wäre RL online gegangen, glaube ich, hätte ich einen Cop gespielt. Wichtig ist dabei, dass du halt versuchst, also ich wollte halt einen inneren Zwiespult haben, eine eigene Konfrontation mit mir selbst, indem ich dann halt irgendwas tue, was genau ein Cop nicht macht. Krass. Abhängigkeit, Stripperin, Prostitution, Drogen und sonst irgendwas. Krass. Um diesen inneren Konflikt zu haben. Ich weiß aber nicht, wie das halt auskommt. Und wenn du... Wo ist denn da der Unterschied zum realen Leben? Aber ich, ich merke halt zum Beispiel, dass halt Cops halt nur leere Gesetzeshüter sind. Also so habe ich den Eindruck. Die fahren hier hinterher, weil du falsch geparkt hast. Aber ich finde, es ist wichtig, als Cop auch ein Zweitleben zu haben. Die meisten sind ja nur im Dienst. Nee, das, nee, 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 das glaube ich stimmt nicht auf Homestate. Okay. Die unterhalten sich ja schon während des, während ihrer Dienstzeiten mit den Gangs, was man danach im Unicorn macht. Okay, okay. Da gibt es vielleicht welche. Gut, dann ist das, dann ist das vielleicht anders. Also du würdest lachen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob du, ob du andere Streams verfolgst. Ich glaube eher nicht. Ich auch nicht so viel. Aber diese, diese maskierte Union vom FYB. Ja. Holy shit. Wenn du wissen würdest, also ich glaube, du hast die schon alle mal irgendwann außerhalb ihrer Dienstzeiten getroffen. Die sind alle Verbrecher. Sind alles fucking Verbrecher. Ja, die sind alle, das ist der Grund, warum die ja nur maskiert sind, wenn die, wenn die auf, also die laufen ja nur maskiert rum, damit die, wenn sie nicht maskiert sind, in die ganze Verbrecher-Scheiße einsteigen können. Ja, aber die, aber die machen das glaube ich nicht um aufzuklären, sondern um einfach um Verbrecher zu sein. Ja, die sind halt einfach Verbrecher. Das ist eine Verbrecher-Eingabe. Ist das nachvollziehbar? Nee, nee, für mich nicht, aber ich habe auch nicht lange geguckt. Also was ich zum Beispiel gesehen habe, war, äh, und bei der Szene musste ich los, also da bin ich weg, da habe ich morgens PC angeschaltet, hab ein GTA-RP geguckt, wer gerade streamt, und, äh, dann war einer dieser, dieser Unit, und die sind im Helikopter über die Hanf-Bantagen drüber, und immer wenn die was gefunden haben, sind die runter und haben es für sich geerntet. Und danach standen die unter der Brücke und haben es weggekifft. Okay. Eigentlich, also ganz ehrlich, die Gang-Unit ist eine Gang. Ja. Das ist eine Gang mit dem Darfschein. Und das ist auch sehr gefährlich. Weil, äh, die Gang mit dem Darfschein bedeutet, dass niemand die Gang kontrolliert. Hm. Und keiner die Gangs kontrolliert. Und, 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 dass die Gang dann, die, die, die keiner kontrolliert, machen kann, was sie will. Ist halt ein, ist halt ein Admin. Ist eigentlich ein Admin-Team. Ist halt sehr, sehr schwierig. Also auch das FIB ist sehr, sehr schwierig. Darum hatte ich nicht den Eindruck, dass Juri ins FIB passt, weil der einfach den Darfschein hatte. Der, da, keine Konsequenzen. Und das ist halt, das geht halt nicht. Du musst immer, du musst mit weiser Vorausschicht für alle Instrumente, die du hast, etablierst, immer eine Kontrolleinheit zur Verfügung stellen. Und wenn du keine Kontrolle hast, dann machen die, was sie wollen. Über kurz oder lang. Ja. Das glaube ich auch. Und dann hast du, dann hast du eine unfaire Verteilung. Dann fühlen sich Leute machtlos in Gegenwart dieser Personen. Und dann ist Machtlosigkeit keine, keine, kein gutes Gefühl, wenn du überlegst, wie du mit dem in einem PP-Szenario umgehst. Das ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man das besser lösen kann. Ja doch, du musst halt, du musst halt konzeptionell einfach Kontrollgremien einführen. Du musst immer wieder die Möglichkeit geben, beispielsweise bei Polizei ist das relativ einfach. Du musst monat, wir hatten das ja auch gemacht, monatliche Abstimmung der Belegschaft abrang, so und so, bestimmen dann, wer der Chief ist. Oh, das ist geil. Das ist halt relativ einfach. Wir hatten das auch. in der Regel ist es so, dass das schon reicht, wenn die Möglichkeit besteht. Die Leute wählen sich dann tatsächlich auch ab. Also es gibt dann Situationen, wo natürlich immer der Talentierteste an der Spitze ist. Aber allein, dass die Möglichkeit besteht, gibt auch nur, gibt auch die, gibt Leuten halt zumindest das Gefühl, dass sie was tun können, ob das nun genutzt wird oder nicht. Aber es gibt, wir hatten Chiefwahlen, wir hatten ein eigenes Modul dafür, wo die Leute in eine Kabine gegangen sind und dann haben die gestimmt. Und dann konnte der, wird das Ganze am Ende ausgewertet. Anonym. Und dann siehst du da das Ergebnis. Wie gesagt, man braucht einfach eine Instanz über der Polizei, dass man dagegen vorgehen kann. Ja, genau. Dass man gegen alles vorgehen kann. Und darum ist die Judikative so wichtig. Darum ist die Justiz so wichtig. Da drehen wir uns wieder im Kreis. Was wir brauchen, was der Server, also auch was Homestead braucht und was jeder gut funktionierende GTA-ARP-Server braucht, der nicht auf 32 Stots begrenzt ist, ist eine Instanz, in der du Mittel einführen kannst, die wehtun. Weißt du? Und zwar relativ schnell und relativ gut durchstrukturiert. Ja, das geht aber nicht, weil viele dieser Server halt Demokratien sind. Das ist ein großes Problem. Die Demokratie ist hier ein großes Problem tatsächlich. Das ist auch wichtig, damit man nicht in einen kompletten Film fährt, damit man Leute hat, die eben sagen, so ist meine Perspektive. Aber du brauchst Elb-Präsidenten eigentlich. Du musst jemanden haben, der Eier hat, das durchzuziehen. Und der die richtigen Ideen hat und auf die richtigen Leute hört, wenn er selber nicht clever genug ist. Das ist im RP nicht anders. Wenn du ein schwacher Spieler bist oder wenn du merkst, dass Leute im Gegenwart von dir glänzen, dann ist deine scheiß Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die glänzen. Dass die noch besser werden können oder noch krasser in deiner Gegenwart werden können, damit du noch mehr Spaß hast. Das Prinzip ist dasselbe. Nur wenn's dir um RP geht. Aber da muss es dir um RP gehen. und nicht um Gewinn verlieren oder Zuschauer zahlen. Das ist ultra schwer, aber dafür gibt's viel zu viele Charaktere, die eben nicht. Und da kommen wir, glaube ich, ganz gut mit diesen 80 Prozent hin, wie Asta gesagt hat anfänglich. Weil ich glaube, 80 Prozent von den Leuten, die auf dem Server spielen, wenn nicht sogar noch mehr, sind aus dem Grund da, weil sie entweder gewinnen wollen oder Zuschauer möchten. Und um Zuschauer zu bekommen, musst du selber glänzen. und um zu gewinnen, musst du gewinnen. Ist das noch so, ein Zuschauer bekommen mit RP, ja? Fuck, ich kann's mir nicht vorstellen. Ich bin, glaube ich, der einzige GTA-RP-Streamer, der weniger Zuschauer beim RP hat als mit dem RP. Das liegt aber daran, dass du deine andere ... Also, das ist normal. Weil du so einen extremen Wechsel hattest. Ja, also ich hab ja derzeit so einen kleinen, smoothen Wechsel und bei mir ist es immer noch so, ich rutsche dann von 2 auf 1,5 runter, wenn ich RP starte. Ist halt normal, aber es ist mir auch scheißegal, weißt du, mir geht's da eher um Spaß, weil mir macht das halt Spaß. Deswegen mach ich das. Und nicht wegen Zuschauern. Aber ich hab schon das Gefühl, dass du von vielen Streamern, die so in einem kleineren Bereich sind, sehr, 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 sehr gut behandelt wirst und dass die auch versuchen, sich gut in Szene zu setzen, wenn sie wissen, dass sie vor einer Kamera sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Also ich weiß, wenn du einen Stream hast, das weiß ich einfach. Wenn du einen Stream hast und du bist bei mir im Gespräch oder bist gerade in einem in einem Role-Pay-Ereignis mit mir, dann verdreifachen sich deine Zuschauerzahlen. Ja, ist bei mir nicht anders. Also ist bei mir nicht anders. Bei den kleinen, mit denen ich jetzt so zu tun hatte, die waren vorher so bei 5 Zuschauern und jetzt sind sie bei 3 bis 500. Was ja auch schon mal krass ist. Und da, finde ich, kommt man in eine sehr, sehr gefährliche Position. Weil das dann nicht, wie soll ich sagen, das dann nicht auf eine Meta-Ebene zu bringen, weißt du? Ja. Dass die Leute so das Gefühl haben, dass sie von dir abhängig sind und dass du das Gefühl hast, dass sie das Gefühl haben, dass sie davon abhängig sind, das ist halt ultra schwierig. Also das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Situation. Als wir damals, als wir damals auf GTA Live gespielt haben, wurden alle Leute, ich glaube, nahezu alle Leute im Rahmen unseres Role-Playerlebnisses, die mit mir zu tun hatten, verpartnert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie viele sind davon noch übrig? Nicht mehr viele. Ja, die sind noch da, aber ich glaube, es wurden, glaube ich, alle verpartnert in diesem Kontext. Das war natürlich extreme Hochzeit, aber es war, alle aus der Schwarzwasser-Gruppe wurden verpartnert. Wenn die gestreamt haben, wurden die verpartnert. Also die, die Dynamik, die Stream-Dynamik im Role-Play ist komplett krass. Wenn du eine krasse Situation hast mit anderen Streamern und die Wege trennen sich, dann explodieren die Zuschauerzahlen in einen Bereich, den du dir nicht ausdenken kannst. Und das schafft zwei Situationen, die ich für ultraschwierig empfinde. Weil die Person, dieser kleine Streamer, der dann auf einmal 800 Zuschauer hat, der fühlt sich dann auf Krampf dazu gezwungen, zu glänzen. Und das macht dir dann selbst das RP kaputt. Und deswegen hast du keinen Bock, mit Streamern RP zu machen. Kann ich verstehen. Es gibt eine Menge Leute, die da eine grundsätzliche Abneigung haben. Hattest du das mal, Asta, bevor du angefangen hast, zu streamen? Du hast mal ein bisschen davon erzählt, glaube ich, dass du dich nicht getraut hast, wen anzusprechen. Genau. Das ist so eine Sache. Das war auch bei... Ich gucke nicht viel rein. Ich kenne nur gewisse Leute. Ich kenne zum Beispiel... Also du weißt ja, du schaltest mal GTA RP rein und siehst dann oben, wer da so am Streamen ist und so. Genau, genau. Ich habe versucht, mich ansprechen zu lassen. Damit man mir nicht vorwerfen kann, dass ich genau aus irgendwelchen Gründen... Absurd, Alter. Ja, ja, aber... Auch wenn du es nicht siehst, gibt es Leute, die halt dich dann dadurch... Weißt du? Und es darf nicht sein. Das ist ja richtig. Also es war falsch von mir. Aber genau mit sowas hast du dann zu kämpfen. Und deswegen bin ich halt froh, wenn ich finde, dass jemand gutes RP macht, streamt, ich mit ihm irgendwie was Geiles aufhören könnte und er dann mich anspricht. Ja. Die Angst ist da. Es ist leider so. Und vor allem dann, wenn du... Und da habe ich ja nicht mal gestreamt. Und wenn du jetzt anfängst zu streamen oder sowas in der Art, dann ist es ja noch gefährlich. Weil dann haben die ja auch noch einen Grund, dir das anhängen zu können. Weil die dann sagen, okay, dann hat er dadurch mehr Zuschauer. Ich will aus mir heraus, will ich etwas aufbauen. Es ist... Also ich, das habe ich auch gesagt, ich habe verdammt viel Glück. Ich mache mein Zeug, ich spiele mein Zeug. Aber da ihr da wart, gibt es so viele Leute, die mich kennen. Du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn dich keiner kennt, ist das egal. Ja. Ist einfach so. Und ich habe versucht, mir etwas aufzubauen, was Eigenes herzustellen. Und wenn andere Leute oder andere Streamer daran teilhaben wollen und mich ansprechen, dann geil. Dann macht es Spaß. Aber dann bin ich wenigstens in dieser Hinsicht gesaved. Ist leider so. Das Ding ist halt auch, das ist diese allgemeine Twitch-Cycle. Das hast du automatisch. Und wenn du das unvorbereitet hast, dann ballert dich das, dann macht dich das fertig. Und das ist dieser, du hast es gedacht, dieser Druck, aufgrund dieser Zuschauerzahlen, dass man was leisten muss. Und was aber dann noch dazu kommt, ist das damit begründete Höhegefühl, was du hast, wenn du auf einmal viele hast. Wenn du viele Zuschauer hast und die Leute fluten deinen Stream und das bleibt auch erst mal so, dann ist es super gefährlich, wenn das verschwindet. Weil du fällst in ein verficktes Loch. Das ist unglaublich. Jeder, der das noch, man kann sich das nicht vorstellen. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das ist ungefähr zu vergleichen. Ich glaube, wir sind jetzt, Asta, du bist ja auch Partner schon, ne? Wie lange bist du Partner? Sein Monat jetzt? Ungefähr, glaube ich, ja. Ein Monat oder sowas. Du hast es noch nicht. Darum, lass dir das ein Wort der Warnung sein. Vielleicht fängst du, vielleicht ist dir auch egal, vielleicht kommst du mal besser zurecht. Aber der monatliche Zeitpunkt und jeder, ich kenne ihn sehr gut, das ist der 21. Tag, das ist der 21. ungefähr, jeden Monat. Der 21. jeden Monat bedeutet für mich tausend Subs laufen aus. Und darauf muss man sich einstellen, Alter. Auf diesen, sobald es dann irgendwie um diese Bestätigung geht, muss man sich darauf einstellen. Man muss sich darauf einstellen. Man muss sich darauf einstellen, dass das nicht daran liegt, dass Leute dich nicht mehr leiden können. Man muss sich darauf einstellen, dass das nicht daran liegt, dass Leute dich von jetzt als Scheiße finden. Man muss sich auch darauf einstellen, dass das nicht daran liegt, dass du schlechter geworden bist oder dass du ununterhaltsamer geworden bist. Sondern, das ist einfach nur der Grund, Leute, die Leute sind zu dem Zeitpunkt gerade nicht in deinem Stream. Die gucken gerade irgendwas anderes. Jeder führt irgendwo sein Leben. Und das ist kein Objekt. Dieser Zuschauer ist kein Objekt, den du, worauf du dich verlassen kannst, dass sie dir jeden Monat deine 5 Euro gibt. Oh, ekelhaft. Hör auf. Gleich geht's mit Ich liebe euch alle los. Weißt du, welche Lösung ich da gefunden habe? Mir ist es scheißegal. Weil, weil ganz ehrlich, aber jetzt mal fucking real talk, ja? Deine Lösung, du hast dich festanstellen lassen. Lol. Nee, das ja nicht, weil meine, also das Gehalt ist ja immer noch abhängig von der Leistung. Das ist ja nicht einfach fest und fertig, ne? Ähm, du musst es so, also ich persönlich sehe das so, die absurden Mengen an Geld, die du mit dieser Scheiße hier verdienen kannst, Ja. die sind fucking ekelhaft. Und du musst diesen Kack einfach als Privileg sehen und nicht als, ja, das steht mir zu. sobald du irgendwann an dem Status bist, dass du sagst, mir steht dieses viele Geld zu, weil ich hier wie ein Prediger vor der Kamera sitze und euch Gottesgleich ins Kondensatormikrofon, äh, atme, sobald dieser Punkt erreicht ist, hast du verloren. Weil dann sprichst du davon, dass du alle liebst, dass du, äh, dass du darauf angewiesen bist, dann, dann, dann fühlst du dich, dann fühlst du dich deinen Zuschauern gegenüber verpflichtet, dann fühlen sich die Zuschauer dir gegenüber verpflichtet und dann ist ganz, dann hast du Volker, der dir die Miete überweist. Das ist ganz grausam. Und deswegen einfach fucking dein Ding machen. Ich hab Zuschauerzahlen bei mir ausgeschaltet, weil mich das einfach nicht interessiert. Also das interessiert mich nicht. So recht. Selbst, selbst wenn sich die Zahlen halbieren sollten, ne, wär ich immer noch in der Lage, davon sehr gut zu leben für meine Verhältnisse. Und ja, man muss immer mit einer gewissen, ähm, mit einer gewissen Zukunftsplanung da reingehen und als Twitch-Streamer hat man nun mal keine Zukunftsplanung. Das ist, heute ist es hier, morgen ist es da und übermorgen kann es wohl ganz anders sein und dann musst du wieder normal arbeiten. Aber auch das kann mir scheißegal sein, weil ich ein abgeschlossenes Universitätsstudium habe. Und wenn, wenn es halt morgen vorbei ist, dann geh ich halt morgen wieder arbeiten. Weißt du, das will ich zwar nicht, aber es wird mich nicht komplett aus der Bahn werfen. Du musst so ein Stück weit einfach diese ganze High Society, Glitzerpizza, ich guck's mir irgendwo was in irgendwelchen, äh, Key-Seiten, Partner-Lounges rein, das darfst du gar nicht an dich ranlassen. Und wenn du das nicht an dich ranlässt, dann ist alles in Ordnung. Sobald du das an dich ranlässt, wird's gefährlich. Ja. Ich hab letztes Mal gefragt, ob es eigentlich zählt, die Partnerschaft durch GTHP erlangt zu haben. Ne, zählt nicht, tatsächlich. es gibt halt Leute, die, die bauen sich jahrelang, die wollen sich jahrelang was aufbauen und die haben eine Leidenschaft und sonst irgendwas. Und dann gibt es andere Leute, die denken sich, okay, mit dieser Szene kann man viel Geld verdienen beispielsweise, ich mach mir einen Char, ich lass mich kurz pushen und dann bin ich Partner in zwei Monaten. Das ist gemein und das ist nicht richtig, aber, wie soll man nur sowas herstellen? Also, feststellen. Ja, aber sowas hat auch lange für sich auch keinen Erfolg. Ich meine, ja, das hoffe ich. Ich, da gibt's so viele Beispiele, ich kann mal ein paar nennen, hier beispielsweise, alle, die angefangen haben, damals mit mir zusammen zu zocken auf dem GTA Live-Dings, alle Streams sind mehr oder weniger tot. Alle, ich glaube alle. Die, damals hat Dizzy auch RP gespielt, der von 2000 Zuschauern auf 400 Zuschauer zurückgefallen ist. Legit? Ja. Ja, ja. Das hat auch E-Guy gemacht, der von 2000 Zuschauern auf 500 zurück ist. Das ist krass. Das ist richtig krank. Ja, und es gibt halt Leute, die haben nie wieder aufgehört, RP zu spielen. Ja, die haben einfach nicht aufgehört. Die haben gemerkt, was das ist und dann haben sie nicht aufgehört. Dann ist das, da gehört auch Schloh dazu. Schloh hat angefangen RP zu spielen, hat nie wieder aufgehört. Laurie hat angefangen RP zu spielen, die hatte 400 Zuschauer, die hat nie wieder aufgehört. Das gibt so Leute, die, die, es gibt Leute, die schaffen es, sich nicht komplett im Kopf tot zu ficken mit damit. Ich könnte das beispielsweise nicht, ich, ich hab Momente, wo ich das cool finde, wo es Spaß macht, aber auf Dauer, Bruder. Auf Dauer würde ich verdümmen. Also ich würde, ich würde da hinvegetieren, glaube ich. Ja, du wirst ja kaputt. Gerade wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht dich selber spielst und das möchte ich einfach nicht. Also zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, ganz attraktiv auch, mich mal irgendwo in einem Szenario selber zu spielen, aber so an sich sehe ich das halt wirklich als Roleplay. Und ich würde einfach dahinvegetieren, ich würde einfach dumm werden. Und das ist auch der Punkt, den sehr, sehr viele Streamer meiner Meinung nach falsch angehen. Ich glaube, die konzeptionelle Lösung, den Stream von einem Spiel oder einen Inhalt abhängig zu machen, ist falsch. Du musst den Stream von deiner Person abhängig machen, dass es irgendwann scheißegal ist, was du machst. Das ist die bestmögliche, das ist die best practice. Das ist aber nicht so einfach. Das ist nicht einfach, aber das kannst du etablieren, indem du einfach ein Talent hast zu reden und dann einfach redest und nicht mehr aufhörst und meinetwegen reactest oder sonst irgendwas und dann im RP siehst, okay, es wird ein bisschen weniger, aber dann kommen halt irgendwann mit der Zeit die ganzen RP-Kinder und sobald du das ausschaltest und du da die Balance hältst, ist es, glaube ich, ein machbares Unterfangen. Also es kann natürlich extrem hart scheitern, sind wir ehrlich, es kann, wenn ich in einem halben Jahr da sitze und sage, wenn mein Charakter stirbt, stirbt mein Leben, dann sprechen wir uns erneut hier und ihr könnt mich alle auslachen, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist hinzubekommen, wenn man nicht mit RP groß geworden ist, sondern wenn man vorher schon etabliert war. Und das ist, ist das, also na klar ist sowas möglich, aber ich glaube, Stay hat das auch letztens gesagt, die Twitch kommt, also Twitch ist überschwemmt. Du hast es schwer, du hast es schwer, jetzt sind noch von null auf irgendwas aufzubauen und dann sehen das andere als verlockendes Angebot irgendwie hinsichtlich dieser Thematik dann halt eine Karriere als RP-Ding oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Es ist ermüdend und kein gutes Ende in sich. Das ist ja... Ja, ich finde, also ich finde, dass du, dass du durchaus in der Lage bist, immer noch groß zu werden. Ähm, von vornherein, ich, dass das, es ist aber nicht meine Absicht. Also es ist cool, es macht Spaß. Ich wäre dumm und ich wäre ein Lügner, würde ich jetzt so sagen, äh, ja, ist mir alles total egal. Ich, wenn ich durch das, was ich gerne tue, unterstützt werde und dadurch vielleicht nicht mehr von meinen Eltern abhängig bin oder von irgendeinem BAföG-Amt oder sonst irgendwas, dann ist das verdammt gut. Und dann gebe ich mir selbst das Gefühl, irgendwas auf die Beine gestellt zu haben, ähm, auch vielleicht durch, durch, also nicht vielleicht, auch durch die Leistung anderer, ähm, weil, weil ich ja durch diese bekannt geworden bin, teilweise, ähm, hinbekommen zu haben. Und ich will aber nicht, dass man denkt, dass es, ich will einfach nicht, dass man verdammt nochmal denkt, dass ich RP spiele, weil ich mich dazu genötigt fühle, das zu tun, weil ich sonst irgendwie, weiß nicht, den Follower nicht. Follower, du hast, du hast auf altes Live, du hast 2018, Anfang 2018, noch YouTube-Videos auf altes Live-Basis auf deinen 3000-Sub-YouTube-Kanal hochgeladen und fragst dich, ob die Leute glauben, dass du wegen RP angefangen hast zu streamen. Geht's dir noch gut? Alter! Verdammt geile Zeit. Du, ey, die ersten, Alter! Das erste Mal, als ich deinen Namen gehört hab, ey, der hat so einen YouTube-Kanal und ich geh da drauf und ich seh auf Krampf Arma Highlights und ich denke, ich denke, was ist das denn? Hat 2012 angeklopft? Was ist das denn? Ich bin davon nie losgekommen. Ja, genau, und das dachte ich mir auch, ich dachte, was ist, was ist mit ihm nicht in Ordnung? Und dann hast du das, also ganz ehrlich, jeder, der das bei dir behauptet, der denkt, dem kannst du auch gleich einen Strick geben, da kannst du ja vorbei, das ist ja komplett vorbei. Ja, das glaub ich auch. Also da, das merkt man aber auch, ich glaube, die Streamer, die nur noch RP machen, weil sie ansonsten keine Zuschauer haben, denen merkt man das sehr gut an, also das, also, ich finde, das sieht man. Es hängt auch immer stark davon ab, ich hab auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, ich denke, es hängt stark davon ab, auf welchem Server du spielst, wie viel Viewer du hast. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Weil viele Leute an dieser Geschichte dahinter interessiert sind, diese GZSZ-Sache. Nicht nur wegen der einzelnen Personen wird geguckt, sondern wegen der Personenkonstellation innerhalb eines RP, Ja. Das heißt, es hat einen entscheidenden Vorteil, wenn du auf einem Server spielst, wo viele Leute unterwegs sind, wo viele Leute daran Interesse haben und du eine Perspektive bietest, die man so nicht sehen kann, schon ist das ein entscheidender Vorteil. Ja. Und das ist schon krass, das ist total absurd, aber schon krass. Ich hab, also das ist schwer zu prognostizieren, aber diese RP-Schiene, kann verdammt, entweder verdammt groß, ich glaube sogar, also das ist echt, wenn jetzt zum Beispiel Twitch als neues Medium gesehen wird und immer mehr wenige Leute diese TV-Dingens da oder diese Free-TV-Kacke da irgendwie nutzen und das dann halt Twitch oder YouTube oder was, bereits jetzt schon die größten Medien, äh, Konstrukte, sag ich mal, sind, der heutigen Zeit, vor allem für Jugendliche, dass das echt verdammt krass werden kann. Sogar richtig, richtig heftig, wenn man das irgendwie geschafft zu managen. Wirklich. Ist schon krass. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon, wir sind schon an dem Punkt, wo das sehr, sehr heftig ist. Das ist aber, das ist aber, glaube ich, das zählt nicht nur für GTA RP, das zählt auch für alle anderen Bereiche. Ich meine, ich hätte mir niemals in meinem, in meinen allersüßesten Träumen, äh, erdenken können, dass ich irgendwann mal für 2000 Zuschauer eine scheiß Bundestagsdebatte live übertrage. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass es Leute gibt, die, die einem dicken 30-Jährigen zugucken, der, äh, der mit schmutziger Kappe politische Ereignisse kommentiert. Das hätte ich niemals gedacht, dass sowas, dass sowas möglich sein kann. Und, ich glaube, Twitch wird immer mehr als neues Medium wahrgenommen und diese GTA RP-Geschichte ist halt, das war gerade im Chat, die fucking Lindenstraße. Das ist halt, ja, das ist halt die fucking Lindenstraße und das ist ne, das ist ne sehr, sehr schwierige Dynamik, aber ich, und du musst dir darüber im Klaren sein, dass du dir Schmutz auf den Kanal holst, wenn du das länger machst als ein Monat. Weil dann bist du in diesen Strängen involviert und dann wollen die Leute diese Stränge weiterverfolgen und dann sind die auch bei dir. Und dann kriegst du auch die Zuschauer vom Kiez. Na? Um mal direkt aus der Metapher auszutreten. Und mit denen musst du klarkommen. Und da musst du im Vorhinein musst du wissen, dass die abschalten, sobald du darüber sprichst, wer bei den Europawahlen denn ne ganz gute Alternative zur AfD sein könnte. Weißt du? Ja. Ich versuch mir beispielsweise bei mir eine kleine Welt aufzubauen. Das hab ich mit AMA 3 gemacht, weil damals schon, ich hab immer Leute, die dann geschrieben haben, hey, es ist cool, wenn ich deine Videos oder so gucke, dann vergesse ich mal für 20 Minuten, was ich eigentlich für ein scheiß abgefucktes Leben hab. Und auch wenn ich mich immer, also wenn ich mich ab und zu noch zu toll aufrege oder sonst irgendwas, das ist mein Ziel, ne Kuppel oder ne eigene Welt aufzubauen, wo Leute, die einfach nur Lust haben abzuschalten, einfach sich irgendeine Sache hingeben können und es witzig finden und dann vielleicht bessere Laune haben und dann gehen sie schlafen und dann ihr Alltag wieder da und dann vielleicht nochmal. Und das muss, das ist, also das ist so und ich, keine Ahnung, ich will einfach, dass man das auch, ne, ich will es irgendwie auch zeigen und so, dass man halt, ich reg mich auf und zerstöre manchmal diese Fassade, weil ich auch dann diese OOC-Kacke damit einbinde und so, aber ich gar nicht will. Aber das gehört leider dazu und ich muss mich entweder darum kümmern, das sein zu lassen oder ich finde da irgendwie ein Auge. Grundsätzlich musst du das nicht extra für dich machen, du musst nur die Perspektive, also folgendermaßen läuft Twitch. Twitch ist ein riesiges Mental Hospital von einsamen Leuten. Die Leute kommen von der Arbeit, kommen vom Studium, kommen von der Schule, äh, das Leben spielt am, findet am PC statt. Ja, das Leben findet am PC statt und es gibt keine bessere, äh, Art und Weise, also alleine zu sein ist cool, ich hab das ganz oft schon gesagt, aber einsam sein ist nicht cool und es gibt keine einfachere Möglichkeit, als, äh, den Rechner anzumachen, auf Twitch zu connecten, in den Stream zu gehen, in den Chat zu schreiben, hallo und jemand schreibt zurück, hallo, im besten Fall, äh, sagt dir sogar der Streamer hallo und dann fragt er dich, wie's dir geht und dann sagst du, holy shit, der hat grad mit mir geredet, da sind 200 Leute im Chat oder 50, einer von 50 Leuten, krass. Oh Gott. Ja, das klingt jetzt bescheuert, aber so funktioniert das Prinzip. Das Prinzip ist genau das. Das Prinzip ist, es gibt Leute, die gucken extra, deswegen nur kleine Streamer, unter 80 Zuschauern. Ich kenne das, ich kenne das. Ich hab Leute, weil die nur, ähm, weil die diese Extra-Behandlung wollen, diese Interaktion. Soll ich dir mal das bescheuertste, das cringigste erzählen, was ich jemals gehört habe? Ja. Das ist jetzt, das ist jetzt aber wirklich, da hab ich, da sind mir die Fußnägel hochgekommen. Okay, da geht's, da geht's um nen, um nen, um nen, um nen Alpha-Moderator in, der Teil eines kleinen Streams war, der dann größer geworden ist. Und als dieser Stream größer geworden ist, kam der Vorschlag, ob man nicht lieber umziehen sollte, dass die Moderationsarbeiten im gleichen Raum abgehandelt werden könnten. Weil das dann viel effektiver wäre. Wie umziehen. Also ich sag jetzt mal, ich sag's dir einfach mal für die Sesamstraßen-Version, der Mod wollte zur Streamer, Streamerin nach Hause, um da zu moderieren, um die Nähe nicht zu verlieren und die Arbeit ordnungsgemäß machen zu können. Das ist nicht dein Ernst. Was? Das ist mein Ernst, ja. Erzähl ich dir mal, erzähl ich dir, die kennst du auch. Also ich zähl erst mal, äh, Ja, der Stream geht eh gleich aus, dann kannst du mir das so nochmal sagen, aber... Ach du Scheiße, was? Lol. Es gibt Leute, die grasen kleine Streams ab. Ja, das wollte ich damit sagen. Und sobald die größer werden, sind die weg. Die kommen mit absurden Vorschlägen, die kommen mit den absolut absurdesten Vorschlägen dann, um auf Krampf diese Nähe zu behalten. Ja. Aber die ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja. Weil ab 500, ab 500 Leuten... Geht schon gar nichts mehr. Geht schon nichts mehr. Da kannst du dich nicht mehr auf den Jochen einlassen. Wenn der Jochen, 46 Jahre alt, dann einen kalten Tee hat, dann kann man nicht 20 Minuten darüber reden, wie der zu erwerben ist. Bei 500 Leuten machst du dein Programm. Das ist halt die, das ist halt der, das ist halt der, dass diesen Punkt hat jeder. Das, diesen Punkt hat aber nicht, also wohl nicht jeder. Ich glaube, Asta hat den nicht. Asta ist zu schnell zu groß geworden. Asta ist ins RP eingestiegen und hatte zwar nur Zuschauer. Das ist richtig sogar. Also wirklich. Ja. Und du hast dann, du bist dann nur noch größer geworden. Das heißt, du warst nie ein kleiner Streamer. Aber... Ja, ich kann mit, also ich kenne, ich kenne solche Probleme. Also was heißt Probleme? Nur YouTube ist so klein, aber Twitch war da ganz andere Welt. Hattest du das, Karl? Nee, du hattest das auch nicht. Hattest du das? Ja, ja. Also ich hatte ja so eine, ich hatte ja eine Zeit letztes Jahr, wo ich so bei 200 war. Bis November. So November hatte ich noch 200 Average. Und dann habe ich mit League aufgehört und habe halt nur noch, ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe heute keinen Bock League zu spielen, ich rede einfach. Und dann habe ich geredet und dann irgendwann ist es gesnowbold. Ja. Und da hatte ich auch so diesen Umschwung, dass du sehr, sehr viele Leute hattest, die halt jeden Tag da waren. Und ich meine, bei League of Legends im Chat hattest du dann über den Stream verteilt 20 Leute, die chatten vielleicht. So ungefähr. 20, 30 Leute, die chatten. Und da hast du halt deutlich mehr Zeit, auf die einzelnen Fragen und Sätze und Probleme einzugehen. Und ich habe das zwar nie gemacht, aber auch ich habe so ein paar Leute, die dann einfach verschwunden sind, weil es denen zu groß wurde, glaube ich. Vielleicht sind die immer noch da, aber man sieht sie halt nicht mehr. Ich hatte tatsächlich diese Gespräche. Also ich hatte, ich kann mich da noch genau dran erinnern. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Ich hatte dieses Gespräch. Dieses Gespräch, wo jemand dir gesagt hat, jo, ja, du hast jetzt, du hast dich verändert. Du hast jetzt 150 Zuschauer. Du bist jetzt abgehoben. Du achtest nicht mehr auf die Einzelnen. Ja, das habe ich auch. Deswegen gehe ich jetzt. Und das, das ist so absurd. So, du hast Erfolg und deswegen gehen die Leute, die wollen, dass du weniger Erfolg hast, damit du weiter bemuttern kannst. Reader, so Credibility oder sonst irgendwas. Ja, nee, das geht ja auch nicht um Credibilität. Da geht es einfach nur um, du kannst, du beachtest mich nicht mehr. Okay, okay. Und ich glaube, da gab es auch immer was mit, mit, mit Dizzy. Bei Dizzy ist das Gleiche. Dizzy hat das auch. Dizzy hat eine, Dizzy hat eine Kernzuschauerschaft, mit der du bitte sprechen sollst. Und wehe, du tust das nicht. Wehe, du tust das nicht. Dann schreiben die dir eine Nachricht und beschweren sich darüber, dass sie nicht mehr beachtet werden und dass du die Community ignorierst und so eine Scheiße. Ja, da gehe ich aber ganz konsequent mit um. Weil dadurch, dass es mir halt wirklich egal ist und ich nicht wirklich eine persönliche Bindung zu den allermeisten haben möchte, weil da eine ganz strikte Trennung einfach vollzogen werden muss, ignorierst du eben auch die Nachrichten dann. Und dann sind sie weg. Ich glaube, das ist ultra schwer, wenn man klein ist und dann größer wird, dass man, dass man diese Leute eben nicht ignorieren kann. Ja. Aber du musst sie ignorieren, weil die ziehen dann einfach weiter. Und das ist doch gut so. Ich kenne auch jemanden, der diese, sorry, ich wollte nicht dazwischen reden, was? Nee, sag, sag, sag. Ich kenne auch jemanden, der mich gefragt hat, wie er mit jemandem umgehen soll, der bei Community-Treffen vorbeikommen will, der schon angekündigt hat, dass er irgendwie so halber Pflegefall ist, psychisch. Und weil die Person nicht weiß, wie er ihr sagen soll, dass es nicht geht, weil kein Therapeut da ist oder so ein Scheiß. Also so richtig abgefuckte Scheiße. So von wegen, so von wegen, ey, kümmer dich um mich. So kümmer dich um mich. Und das ist halt auch ein großes Problem. Crazy. Total verrückt. Die bauen halt eine schnellere Bindung zu dir auf, als du zu denen. Oder generell eine. Und, ähm, deswegen beispielsweise, ja? Nee, sprich, das ist richtig. Ich wollte, ich hab beispielsweise, wenn ich halt immer gefragt werde, nach Discord oder ähm, ich hab gesagt, ich mach das nicht, weil ich keine große Bindung haben will. Ich bin eh so ein, steh nicht so auf, keine Ahnung, ich bin gerne alleine beispielsweise und so. Da hab ich echt kein Problem mit. Und, ähm, mh, ich hab nicht Lust auf so viel. Und das hab ich aber auch gesagt. Ähm, habt Spaß und macht euren Stuff und, 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 und kommuniziert. Wir versuchen echt gut zu sein, aber wir sind keine richtige Community. Mhm. Also, nur innerhalb des Streams. Aber ich weiß, dass wenn, ich hab das auch von anderen Leuten gehört, die haben es mittlerweile auch bereut, jetzt beispielsweise auch selbst einen Discord aufgemacht zu haben, weil dann Leute dir schreiben und, 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 dann nehme ich es dir übel, dass du den aber nicht zurückschreibst und dann schreiben die die ganze Zeit weiter an und, dann fällt es dir aber schwer zu sagen, hey, ich will einfach nicht oder sonst irgendwas. Da muss einfach drüber stehen und das ist wichtig. Aber einige schaffen das halt nicht und ich glaub auch nicht, ob ich das schaffen würde. Ich weiß es nicht. Deswegen lass ich mich gar nicht darauf ein. Ähm, mir ist es beispielsweise schon ab und zu unangenehm, wenn mich Leute, die mich durch den, äh, Homestate-Discord getroffen haben, also, also gesehen haben den Namen und deswegen an. Es ist, also, es ist nicht grundsätzlich negativ oder falsch und man muss jetzt auch keine Angst oder sonst irgendwas haben oder, aber es ist halt, echt ein merkwürdiges Gefühl und ich will keine richtige Kommunikation. Eine Sache, aufbauen so diese Hände. Ich glaube, eine Sache, die, die, die jeder, der hier auf Twitch streamt und jeder, der in irgendeiner Form daran denkt, vielleicht mal durch Zufall Reichweite generieren zu können, die man sich ganz bewusst vor Augen halten muss, ist, dass, je näher du die Leute an dich ranlässt, desto härter wird der Backlash, wenn du sie irgendwann nicht mehr sonderbehandeln kannst. Ja. Weil nur, wenn jemand nah genug an dir dran ist, hat er die, hat er das emotionale Fundament, dir zu schaden. Ja. Wenn jemand, wenn jemand Hallo schreibt, ja, und es bleibt bei Hallo, der schreibt es im Chat und du sagst Hallo, zurück. Und fragst ihn, wie der Tag war. Das ist alles cool. Weil wenn du es dann irgendwann nicht mehr kannst, dann fehlt ihm nur dieses Hallo, wie war denn der Tee? Und dann passiert etwas sehr Schönes. Weil, eines der schönsten Features auf Twitch ist, dass es kein fucking Monopol ist. Du kannst, du kannst den einen Stream schließen und du bist innerhalb von Millisekunden in einem anderen drin. Genau. Ja, das ist wunderbar. Und das muss man sich als Streamer und als Zuschauer immer und zwar permanent vor Augen halten. Das ist völlig scheißegal, ob diese eine Person muss nicht bei dir gucken. Die kann woanders gucken, die kann jetzt mal 10 Minuten gucken, dann kann sie wieder weg sein. Und der Streamer hat auch nicht die Verpflichtung, auf dich einzugehen. Das hat er einfach nicht. Und wenn man das macht, dann geht man einen ganz gefährlichen Weg. Vielen Dank. Weil wenn du dann das Pech hast und 200, 300 Zuschauer mehr generierst und das nicht mehr kannst, dann wollen die dich in den Arsch ficken. Oder sie wollen nicht, ist egal, nee, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Crazy, ja. Ist korrekt. Sehe ich auch so. Also du musst, also du musst nicht, jedem ist es selbst überlassen, wie ihr das handhabt. Ich finde die Herangehensweise von Astra gut, das liegt aber daran, dass es meine Herangehensweise ähnlich ist. Genau, richtig. Ich sehe es ja bei dir. Und du hast deinen Punkt und ich, okay, also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt nur sagen würde, ihr seid nur Text oder so. Das ist, aber das ist jedem selbst überlassen. Wenn du das so siehst, dann ist das so. Dann trittst du das und du wirst dafür respektiert. Und es gibt genug Leute, die das respektieren und nicht schauen. Und du hast demnach halt auch deine Größe. Und das ist okay. Weil andere vielleicht, die das respektieren, die mir selbst verstehen würden. Andere wiederum nicht, aber das sollte dir halt egal sein. Und so ist es ja auch. Und bei mir ist es genauso. Ich versuche halt einfach mal zu sagen, so, oder willst du nicht mehr mit uns das spielen oder sonst irgendwas? Nein, ich, nein, ich habe meine Gruppe. Ja, aber das ist ja bei mir eine bewusste, extrem, also eine bewusste Übertreibung. Die Leute, also, ja, okay. Ich übertreibe ja bewusst, damit, ähm, nicht der Gedanke aufkommt, dass in irgendeiner Form hier mehr als eine Entertainer-Zuschauer-Situation entsteht. Denn die Entertainer-Zuschauer-Situation ist super lustig. Denn die, der, der, der Chat ist, ist, ist meine, ist die Zuschauerschaft und du kannst den rauspicken und du kannst dann sagen, jo, jo, so und so sieht's aus. Ähm, das ist halt super unterhaltsam. Viele Leute kriegen, ich sehe, ich habe aber auch schon viel zu viele Negativbeispiele gesehen, als dass ich es nur drauf ankommen lassen würde, was anderes auszudrücken, auszudrücken als das. Ähm, deswegen ist diese Übertreibung natürlich super krass. Ja, und natürlich ist einem bewusst, dass hinter jedem dieser Textzeilen irgendwo eine Person sitzt, die sagt, jo, das ist cool oder das ist schlecht. Ähm, manchmal hilft es aber auch einfach nur zu sagen, dass es nicht so ist, um den, um diesen Gedanken zu haben. Stell dir vor, wenn du auf einer Bühne stehst, ist, dass alle Leute nackt sind und du bist nicht mehr aufgeregt. Für mich ist das so, für mich ist das meine Herangehensweise. Ich stelle mir nicht vor, dass hinter diesen Leuten, die da irgendwie schreiben, Text ist, weil dann würde ich anders mit ihnen umgehen. So, dann würde ich einfach anders mit ihnen umgehen. Wenn die hereinkommen, äh, nicht wissen, was hier los ist und einen frechen Kommentar schreiben, will ich mir nicht vorstellen, dass die, will ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeine Person dahinter ist, sondern dann will ich einen fetten, frechen Kommentar zurückgeben, wo ich dann einfach sagen kann, Bruder, das ist jetzt hier mein, das ist, meine Stage so. Du bist hergekommen und jetzt gelten hier meine Regeln. So ein bisschen ist das. Ja. Ja. Ich finde, also ich finde, ich spreche schon ganz gern von Community. Ich habe gegen das Wort nichts. Ich habe auch gegen diese, gegen diesen Grundgedanken dahinter nichts, weil, aber aus einem anderen Grund. Nicht, weil ich da unbedingt involviert sein möchte, sondern weil sich sehr, sehr viele Freunde oder Bekanntschaften innerhalb dieser, dieser Stream-Community bilden. Ja, das entwickelt halt immer mit der Zeit seine eigene Dynamik. Da finden sich Leute, die dann miteinander abhängen, die dann das machen, jenes machen, haben sich ja schon Paare gefunden und sonst was. Und solange die alle wissen, dass es nicht abhängig von meiner Person ist, dass die den Scheiß auch außerhalb von meinem Stream machen können und nie wiederkommen müssen, dass mir das scheißegal ist, ja, dann ist alles in Ordnung. Und dann, dann können wir auch alle von der Community sprechen oder sonst irgendwas. Aber es ist halt nur wichtig, dass du nicht Mittelpunkt davon bist im Sinne von, wenn ich nicht dabei bin, läuft da nichts. Also ich mach zum Beispiel keine Discord-Abende nach dem Stream. Weißt du? Ja, damit nicht dieses, das Problem ist aber in diesem Zusammenhang halt auch, dass das automatisch passiert. Du kannst es halt immer ein bisschen unterbinden, aber irgendwie passiert das automatisch. Wenn Leute jeden Tag deinen Stream gucken, lernen die dich halt immer ein bisschen kennen oder die Person, die du darstellst. Und dann ist das halt ganz schön merkwürdig, wenn du auf eine Messe gehst, wie TwitchCon. Und dann kommen dir Leute entgegen und die gucken, die haben ein Jahr lang einen Stream geguckt, jeden Tag. Und die wissen halt, das ist so, als würden die alten Bekannten treffen. Aber du hast die Person noch nie gesehen. Aber du weißt, das ist so awkward, ich schwöre dir über Gott. Das ist der schlimmste Moment, weil auf der einen Seite kann ich da nicht böse sein und auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht so erwidern, weil ich die Person halt nicht kenne und die Person nicht behandelt, als ob ich ihr bester Freund wäre seit Jahren. Ja. Und ich stehe da und denke mir so, Bruder, gib mir Kontext, gib mir wenigstens einen Namen. Also ich brauche irgendwie einen Namen, weil ansonsten tut mir das sehr leid. Ich habe das, also ich habe da, für mich habe ich die perfekte Lösung, also so ist es perfekt. Also ich könnte es nicht, ich könnte es nicht noch besser umsetzen. So wie es jetzt ist, ist es, so gefällt mir das am besten. Wenn ich Leute treffe, sind die sehr, wissen die das auch. Es gibt keine, es gibt kein Kommunikationsproblem. Ich kann, ich kann freundlich mit denen umgehen und ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie denken, yo, ähm, yo, über Gamescom 2017 erst mal ein Foto mit dir. Fresh mit dir will ich immer ein Bild haben. Gibt, ähm, gewisse Leute, die halt irgendwie dann in den Titel familiärer Stream oder sowas und dann, ja, willkommen in der Familie, du bist... Oh Gott, da kommen wir uns nicht direkt los. Ja, ist echt so und dann betest du die halt voll um, äh, um die Dingens, um die Subs und sonst irgendwas, um die Donations und dann kommen die auf einmal wirklich mit Problemen zu dir, weil die halt ein falsches Gefühl vermittelt bekommen haben und du denkst dir so, yo, ha, scheiß drauf, ganz einfach und das ist echt. Genau, und dann hast du so eine, dann hast du so eine falsche Narrative gebaut, wo du der, der Familie, Familienansprechpartner bist und deine Community, aber eigentlich wolltest du nur 5 Dollar grinden für den scheiß, äh, Sub oder mal 999 oder 2499, je nachdem, wie gut er bestückt ist und deine ganzen scheiß Probleme kannst du bei dir belassen. Ja. Ja, aber das ist doch kein Problem. Da ziehst du einfach nach Madeira und dann hast du mit der Scheiße nichts mehr zu tun. So ein Ding ist das. Ich finde, wir sollten diesen Talk wiederholen. Wollen wir mal aber erstmal drüber sprechen, ob wir immer zusammenziehen? Ich finde, wir sollten nicht mehr darüber sprechen, das, was du gerade gesagt hast. Okay. Ich finde, wir sollten diesen Talk wiederholen. Vielleicht nicht regelmäßig, aber mal so in Absprache so, hey, lass uns heute mal schnacken, es gibt wieder Gesprächsbedarf. Stay, ich sag dir, wie es ist, ich sollte von dir zu Hause moderieren. Ja. Also, wenn Hans noch dünner wird an seiner Kette im Keller, während der die Text-to-Speech-Nachrichten vorliest, dann kann der bald da rausflutschen, dann ist da am Platz frei. Das hört sich nach dem Plan an. Ja. Einfach einmal am Tag 300 Milliliter soll Janka runterschütten. Waren so zwei Leute, die was vorlesen? Nee. Okay. Gut, dann, ich würde mich aber gerne danach bewerben. Also, hast du mich auf die Liste gebt? Ja, danach reden wir jetzt gleich nochmal. Ich meine jetzt erstmal den Stream aus. Okay. 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 Okay.